Junge, ich raste hier gleich aus, ne? Was, 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 was hat denn, Alter? Hallo, kann man mich hören, hallo? Hilfe, Hilfe! Test, test. Okay, gut. Äh, hallo. Ich bin's. Ich hab's komplett in der Hand und ihr könnt dann halt, äh, so für euch machen, wie ihr dann haben wollt, weißt du? So, ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr den einzelnen Gangs oder sowas dann verbieten wollt, dass ihr in ihren eigenen Straßen vielleicht was verticken oder so, weiß ich nicht, ist dann euer Ding dann. Aber um welche Rolle geht's denn, Gott, Koks? Nein, es geht um den, jetzt gerade geht's einfach um den Straßenverkauf. Aber du hast gerade irgendwas von Unreines gesagt. Jetzt, ja, da, vorhin ging es um die Rote, jetzt geht es gerade um den Straßenverkauf. Ja, aber was meintest du mit Unrein? M, D, M, A, abgepacktes. Bist du gleich ein Nervenzusammenbruch, ne? Hm, warum? Weiß nicht, mein Ohr piepst. Also, das geht auf jeden Fall klar, dass ihr dann da drauf und, ja. Und das mit dem Unicorn, das geht dann auch, ne? Mäßig. Ähm, ja, wir versuchen das zumindest, ne? Also, wir versuchen so viel wie möglich. Ja. Ähm, aber ich denke, das sollte hindern, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Was, denn mit dem Ticken da? Ja, ja. Ich denk schon, dass das Problem ist halt, ihr dürft dann nicht wieder da rumstehen mit dem Messer, ne? Mit 500 Mann. Ja, ja, also. Wir ficken uns alle selbst ins Knie, wenn wir bei solchen Läden Faxen machen. Das Ding ist, es ist gut, wenn, 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 wenn die ganzen Läden belebt sind oder allgemein, wenn Läden öffnen, weil das ist immer ein Sammelpunkt von vielen Menschen. Und gerade der Straßeverkauf ist davon, oder ist darauf angewiesen, dass viele Menschen irgendwo sind und Bock haben zu feiern und Drogen nehmen wollen. Da müsst ihr euch einfach immer im Hinterkopf behalten. Äh, äh, äh. Also, du weißt, was ich meine, was bringt es dir, wenn, wenn der Laden dann in zwei bis drei Wochen zumacht und dadurch wieder halt potenziell, sag ich mal, Kundschaft verläuft. Du hast halt einen Hotspot, wo du Drogen ticken kannst und wo du die Übersicht hast, dass da keiner anders verkauft. Ja. Weil die kleinen Ratten, die verkaufen trotzdem. Das stimmt, ja. Da muss man halt hingehen und die berbern. Ja, aber man weiß nicht, wer verkauft. Vor allen Dingen jetzt, wo so viele Bimbos auf den Routen waren, werden die ein Riesen-Lage sich gemacht haben. Das sagt man nicht nach so weit. Ja, Junge, ich sag dir das. Das ist meine Rede. Eins zu eins, Junge. So viele Spastis sind auf der Route. Nein, Spastis sagt man auch nicht mehr. Ja, dann halt schon mal. Was? Deswegen, da wird alles ein bisschen geringer dann. Das ist schlimm. Das wird koordinierter. Was sagst du euch, wer ist, heute Nachmittag war ich hier am Military, Alkaloide machen. Da standen 15 Leute. Ja, das ist gar nichts, Junge. An der Grasroute standen, mit wem war das? Mit Bademeister und Finn waren wir um 15 Uhr auch bei der Grasroute mal. Da waren locker 30. Man, der Kitz lässt irgendwelche Taxifahrer und so da arbeiten. Oh mein Gott. Ginnigs. Und ich glaube auch nicht, dass jede Gruppe da nur auf ihre fünf Arbeiter beharrt. Weil so viele Spastis, so viele Menschen, die ich da sehe, die dort arbeiten. Das ist nicht lustig. Das hier ist political correctness, Falk. Oh, sorry, sorry. Dann möchte ich mich natürlich im Namen jeglicher Menschen entschuldigen dafür. Wollen euch alle nicht beleidigen. Richtig. Also ihr wollt M nehmen, oder? Ja. Also ich weiß ja nicht, ich habe Reines noch nie gemacht, wie schnell dieser Schritt vom Reine lässt. Aber für 20 Dollar mehr, weiß ich nicht, ob sich das so krass lohnt. Guck mal, das Ding ist, wenn du eine Route kennst und du kennst sie in- und auswendig. Und du weißt ganz genau, wie das auf der Route läuft. Also never change a running system eigentlich. Weißt du, was ich meine? Das haben wir uns zum großen Teil auch gedacht. Wir kennen die halt einfach. Vor allem, du machst da auch deine Kohle. Ist ja nicht, als wenn du da jetzt gar nichts verdienst. Ja, das stimmt, das stimmt. So und ähm... Ja, Alter. Warum ändern? Macht keinen Sinn. Hattest du ja vorstatt, der Blitz? What's poppin', yo? Ja, aber Zwecksarbeiter, da würden wir wahrscheinlich dann auch so um die 5 draufstecken wollen. Ist noch nicht fest, aber... Zahlen würden wir halt auch für die so. Das wäre kein Thema. Okay. Darf halt nicht zu hoch sein. Jaja, also das... Das ist halt das Ding. Damit ihr mit den Arbeitern... Das sprechen wir noch ab, aber da gebe ich dir auf jeden Fall dann Bescheid. Easy. Weil umso mehr dat werden... Je mehr da kommen die Bullen. Modet, Klammern, nur klient seid ich. Ich hab dat für mich selber gemacht. Je mehr dat werden, desto mehr stecken sich vielleicht wat ein und geben ihren Freunden wat ab. Und dann läuft der Staatsverkauf nicht mehr. Richtig. Ja. Das machen die zu 100 Prozent. Weil war hier mal jemand am Park, der wat kaufen wollte. Damals, wo das auch alles alt geregelt hat, wo jede Gang irgendwie ne Hand über ne Route hatte. Scheiß Bullen. Was wollen die Koppers hier? Grüße. Danksam. Herzlich willkommen im Jange Park. Ach nee, der Kursch, ein wunderschön. Was geht ab? Fisch, fisch. So, die Schloss, ne? Ich mach mal so ne kleine Hoodtour. Okay. Das hier ist aber keine Hoodtour. Das ist ein Gewerbegebiet. Ja, was heißt Hoodtour? Ein Gewerbegebiet? Ja. Was wird denn hier verkauft? Noch, es wird nichts verkauft, aber das ist ein Erlebnispark. Ein Erlebnispark? Ja. Die Toilette ist ein Erlebnispark, haben wir letztes Mal festgestellt. Ja, ich hab mich abgezogen, ne? Ja, ich war im Monat in Urlaub, sag ich mal. Und ich wollte einfach mal gucken, so was noch geht. Ne, was so los ist. Sie war im Urlaub? Ja. Deshalb läuft das für die so schlecht. Ist das so? Ja. Ganz schlimm? Oh, ganz schlimm. Ich bin für die, also, wenn mal wirklich da Probleme sind, die nicht aus der Welt zu schaffen sind, ich bin für jede so offen, ne? Kann man sich ja auch irgendwann mal, Nummer wirst du ja bestimmt haben. Ich hab ihre Nummer nicht. Hier, kannst du ja auch gerne mal aufschreien. Aber ich ruf oft an und atme einfach, ne? Das ist so mein Ding. Okay. Wer ist der alte Mann? Ich werd dann einfach auflegen, ne? Der Herr Fischepfisch. Der war Thailand. Der sucht deine Mutter, die kam nicht mehr zurück. Die war Thailand. Ja, aber Washington meint, sie war Thailand. Wann sind die Thailand? In Lump regelmäßig, ne? Und sie haben sich von Asiaten den Rücken so anstampfen lassen. Ja, und von kleinen Fischen die Füße kauen lassen. Ich bin gleich beim PD. Aber sie klingen fast... Tut das eigentlich weh, wenn die Füße gekaut werden von Fischen? Sie klingen fast männlich. Haben sie eine Testdokur geballert? Äh, was hab ich? Eine Testdokur? Ja, nein, das ist, wenn man von Thailändischen... Egal, ich sag nichts. Also, wenn ich hier vorne durchgucke, durch Scheibe, dann sehe ich ein bisschen mehr Brusthase. Nee, ich war eigentlich gar nicht im Urlaub. Ich war eigentlich auf Reha. Reha? Geht's besser? Ist das sowas wie Vegas? Nee, das ist ein Zentrum für die Rehabilitation. Das muss der Ase auch gerade. Wegen Ihren Akkretationsproblem? Nee, nee, ist ein Burnout. Aber die haben so scheiß Arbeit hier, kein Wunder. Ja, ja, Arbeit, Arbeit. Weil der Polizide wird schockt werden. Da muss die Moral bestimmt aufhalten. Willst du die Nummer jetzt aufschreiben? Ja! Ja, ja, ja. Wenn meine App hier funktioniert auf dem Handy. Welche App? Ach, das Handy ist doch super. Welches hast du denn? Lass uns zu nie rechseln. Echt? Das hab ich auch. Was ein Zufall. 5, 5, 5. 5, 5, 5. 6, 1, 0. 6, 1, 0. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 9. 9? Das ist die Nummer von Chloe Fischer. Nein. Ich hab die, okay, ich hab die Nummer beim Namen angegeben. Tut mir leid. 5, 5, 5. 6, 1, 0. 6, 1, 0. Ja. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Nein. Nein. Was war eigentlich Verwandte hier? Die ganzen... Ja, ich mag es gar nicht. Gucken Sie doch mal ins Polizarkensystem. Wer ist denn der Lenny? Lenny? Mhm. Krabbitz? Sagen Sie, kannst du Lenny mal was ausrichten? Aber wer ist Lenny? Hat der einen Spitzname? Lenny Kusch. Ach, der ist, glaube ich, von einem Sack Zwiebel, ne? Ja. Das ist mein Kusen. Oh, sorry, hier stinkts nach. Hab den aber schon lange nicht mehr gesehen. Dann mach deine Hose zu, du hässlinger. Schiech. Was soll ich dir mal ausrichten? Ficken Sie sich, wegen Ihnen hab ich einen Akteneintrag. Ficken Sie sich, wegen Ihnen hab ich einen... Okay. Ja. Ja, das ist ein bisschen schwierig bei den Einsack Zwiebeln. Da kommen wir in die Kiezimmer. Die darf man nicht anmeckern. Die sind ja gar nicht mehr am Stüssel, wurde mir gesagt. Da müssen wir ja, denke ich, mal weg. Einsack Zwiebeln. Weiß nicht. Da wohnen doch noch welche. Da wohnen doch Leute. Ja, da sind andere. Achso. Die haben das Vorverkaufsrecht noch. Hi Schwabbel, wir müssen Karre türen. Haben wir schon getestet. Haben Sie vielleicht Interesse an einem schönen Hotel? Warten wir jetzt, wie und das hier? In der Nähe des Strandes, der Haar? Welcher, wo ist der? Max, der vorne links. Hinter dir, links. Ey, lass uns gleich mal. Aber ich lass mal kurz durchklingeln. Ja. Hallo. Ab, ich bin nicht rein. Das macht Spaß, das wird Spaß machen. Oh Gott. Die Frau Ehren vom Opa und die Freundin haben mich einfach getestet, ne? Das ist ja bestimmt ein Grundrahmen, oder? Ich hab gesagt, die ist Alkohol, die Karre, und die klingt wie mein Papa. Da haben wir wirklich einen, aber ich glaub, die ist bei dem FHB gewesen. Bei der im FHB? Die hat sich angehört, wie Walter war die stärkste im Knast. Meinen Sie die Frau Quinn? Aber ich glaub, die ist auch nicht mehr da, ja. Meinen Sie die Frau Quinn, hat derjenige gesagt, im Motto hinter mir. Ja. Da müssen Loterinnen oder noch. Ach Mann, ey, mein Telefon ist... Mein Telefon vibriert. Ich bin noch hier bei der Park in der Southside. Junkie Park. Bei der Junkie Park. Aber ich bin jetzt... Ich fahr jetzt los, bis gleich. Besser ist das. Deine Dings sind eh schon ausgebaut. Gottes, wenn du nicht zum Dagobert Duck wehren willst, und platte Füße hast, wie eine Ente, dann musst du jetzt mal einen Meter weggehen. Der hat einen Stall gehabt, Mann. Fah einfach drüber. Weil einen Meter weggehen ist richtig und wichtig. Beutelung! Nicht besser 1,5. Aulat! Ein Sack Zwiebel. Bye, have a great time. Und wie gesagt, wenn sich nichts klären lässt, call me. Okay, ich call dann. Ja, ja, und nicht atmen. Danke, ciao. Boah, cooles Oberteil. Ich glaube, wegen PD ist der so angepisst, dass wir den selber angerufen sollen, jetzt wenn irgendwas schief läuft. Kann sein. Cooles Oberteil. Eine schöne Tasche. Das ist von Lakers. Danke. Schöne Cap. Danke. Die ist von Raiders. Kannst du shoppen? Ja. Im Online. Bist du rich? Warum was? Bist du jetzt Jobseller? Ich mache meine eigene Klamottenleine auf. Ja, bist du Jobseller jetzt? Und dann machst du Reactions wie der eine Typ mit der komischen Brille, der abgezogen wurde in seiner eigenen Wohnung. Ach, den zwei Odex verloren hat. Ice out, bitches. Nein, das war Meta. Die sehen das nicht. Wir müssen uns erstmal schleppend sein mit den Abnehmern. Ich bin autotune. Das war der Püschepüsch, ne? Ja. Aha. F-Stone, B's up. Fakebangers are fallen. Naja, die haben nicht gesagt, dass ich Raiders Klamotten oder so. Was los, ihr bitches? Die haben nur gesagt, dass ich schöne Klamotten habe. Ice Cheat, Egg, Bro. Dann denke ich, ist soweit alles geklärt von unserer Seite aus. Hüppchen. Oh, tante hübsche Tasche hast du. Danke, du. Die betonen deinen Arsch. Au, tschaui. Du wirst ja, was ich jetzt dick Bock hätte auf den dicken Töner. Auf den dick, auf den dicken, auf den dicken, auf den dicken Tuning-Pommes. Ja, auf den Töner. Dicke Tuning-Pommes, hallo? Ich wollte nicht so eine große Fresse haben. TK, komm, 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 komm. Willkommen hier bei Milamorgo. Geiler Sau, bist du, ich vermiss deinen Atem. Oh, ich bin am Park. Wo? Ähm, bei Sky. Wer ist denn Sky? Ein da hinten. Die Freunde von Dandro. Ja, du gar keinen Freunde. Alter. Den hatte ich auch eine ganze Zeit lang gefühlt, ja. Ich empfehle dir noch, äh... Tag, Tom. Tag, hallo. Also, Mila, geh vernünftig. Lass die in Ruhe. Die soll ihr nicht ihre Hüfte betonen. Lass die in Ruhe. Der Durchfall. Die muss kneifen zusammen. Ach so. Das wusste ich nicht genau auch. Du hässliger. Was ich nie nachmachen soll. Du hässliger. Dem bekusch. Hallo, Welt. Der heißt Dembeknutsch. Hallo. Wieso bin ich hässliger? Sag mal, was sagst du zu meinem Kappi? Bah, schick schön. Tschöne, ne? Ja, schick schön, ne? Und das von Dandro, die Freundin? Ja. Wie viel zahlt er dir, Mucher? Gar nichts. Lüge nicht! Oha, gar nichts. Schwimmig. Du hörst dich nie zu nett an für Dandro. Dandro ist dumm und stinkt. Ja. Und geht nie mit Hund raus. Ja, aber er sieht wenigstens gut aus. Was? Kann der? Was? Oha. Der sieht nicht gut aus. Der sieht niemals gut aus. Ja. Hast du mal seine Zähne geguckt? Ja, aber mit Licht aus geht's. Das ist wie ein Skopeln. Alles cool. Geil. Das ist nicht geil. Ich bin geil. Das ist geil. Guck meine Uhr. Ja, der hat mal ein Nubbelpiercing. Genau. Echt, Zeiger? Die Uhr habe ich dem gekauft. Rechts oder linke Seite. Willst du, dass ich mich in klein, ne? Ja, bitte zieh dich aus. Uh. Schon geht die fremd, ne? Bei bei Uh. Guck seinen Nüppelring, Dings. Sieht aus wie eine 5-Chicago-Bullet. Sag ich mal springen, dann drehen die sich in den Kreis. Die leuchten auch im Dunkeln. Mit LED und Bluetooth? Nur im Dunkeln. Hör auf damit, Kerl. Ihr müsst das mal sehen, wenn es kalt draußen ist. Hör auf, dich an einer Traum zu rein. Hör auf die Anse packen, Schoko. Wo ist mein Motorrad? Wo ist mein Bike? Mila hat das. Warum hast du nicht rein, Bike? Mein Stipp vor der Haustür. Wo ist meins? Weiß nicht. Äh, hinten. Hinten? Bei der Wand, wo wir sonst immer parken, weißt du? Wo wir immer gegen fahren. Wer ist denn der Hauptdachlose, Paul, ne? Mit Dunjo? Mit langen Haaren. Sein Bruder. Wie heißt der? Jack Bretterson? Der sieht aus wie... Jack Bretterson. Brett... Brett, Mann. Fresslich, also setz dich immer in einer Stunde auf jeden Fall zum Cowboys. Wer ist denn der Junkie? Das ist, ähm, Jack Bretford. Bretford? Schneid dir mal die Haare, Junge. Nee, die bleiben so. Du siehst von hinten aus wie meine Mama, ich wollte das rufen. Ey, Katz, Abi, du hast meine Schlüssel noch. Was ist das für ein Bartys? Yeah, kannst du mir denn gehen? Sag doch einmal, wir sind hier nicht in einem Turf. Aber ich bin Gangster. Ja, aber die Haare am Style. What's crackin' my dog? What's poppin', homie? You know what it is. Die im Shit-Street-Shit-Mohone? Dann geh halt die Klappe, geh deinen Freundin bezahlen. Damit die sagt, dass die dein Freundin ist. Oh shit, Alter. Stimmt, das ist ja der Erste, ich muss zahlen. Ich sehe schon wieder, komm, die macht Schluss und du schießt sie weg. Warte, was habe ich gehört? Ach stimmt, der Prankwack ist denn hier, du Hässling, ne? Ja, ich habe gehört vom Schoko, der hat den Team, ne? Warum schlägst du Frauen ab? Das ist eine Snitch. Na und? Das ist eine Frau. Das ist eine Snitch? Das ist eine Frau, du scheiß Oga. Na aber, überleg dir mal. Was bist du denn für Clown? Überleg dir mal. Nö. Die erzählt nur, okay. Gib mir mal deine Kopfhörer. Meine Kopfhörer? Da läuft gerade richtig gutes Lied drauf. Ja, gib mir, die sind's klatscht, die alle. Ja, ich, guck, hör mal, voll gutes Lied. Passend zu meinen Autos viel besser, als du hast den Schädel. Oha. Guck dich mal an. Mal erst klaut er mir meine Uhr, jetzt noch meine Kopfhörer. Oha, die haben wir richtig arm. Mir wird's auch meine Mucke hören. Ich höre K-Pop-Remix. Okay. Ich will auch mal kurz hören. Nein, ich zuerst. Gib mal herüber. Danjo ist voll der Clown. Hm? Ah. Hm. Hm. Tschisch, neust du das? Hm. Tschisch. Wie kannst du mit so einem zusammen sein? Such dir mal einen Strammbusch wie in einem Wett. Oder mich? Der hat Tate, der hat Freunde, der geht duschen. Alle seine Zähne sind noch da. Keine Löcher. Zeig mal. Der nimmt den Dungeon doch nicht an. Du hast doch so aufzählst, dann passt er gar nicht gut hier rein. Gerade ist, warum hältst du die Frau in den Arsch? Was? Warum hältst du die Frau in den Arsch? Warum halte ich was? Was? Den Arsch in die Frau. Der heißt Sky. Hä? Ich stehe vor, der. Der heißt Sky. Ja, Sky is the limit. Sky is the limit to night, baby. Boah, das ist auch romantisch, ne? Fehlt nur ein Lagerfeuer. Auf dem Bord, Jillian. Mach mal Schluss. Und dann? Gehst du mit Wels? Ich bin auch noch hier. Oder mach doch so Dreieck, Teufelsdreieck. Muss kurz weg. Wie bei Zubazora. Da war es nur noch einer. Schoko, verpiss dich. Dein Frohs in Vegas. Und ich habe meinen Mila. Meinen Pudding-Teilchen. Deine Schmeckbacke. Lauf mit deinem rosa Shirt, du loser. Lutscher. Versager wie dein Vater. Hurenbock. Hurenbock. Mila, die passt doch voll gut zum Dembe, oder? Beide schielen auf den gleichen Loun-Scheiß auf Danju. Halt deine Kappe jetzt. Halt du deine Kappe. Nein, bitte nicht. Soll ich dir meine Frau klar machen? Nein, aber du bist ein Arscher. Ich bin kein Arscher. Wohl. Ich brauche eine, die heißen Sky. Ich habe gerade auf meinen Kopf eine Rockworts. Aber das hat Spaß gemacht. Mila, warum haben wir uns eigentlich keinen Auspuff an die Bikes bauen lassen? Weil das die Kacke aus. Aber ein großes Ohr. Oh. Oh. Ich kann das nicht. Oh. Oh. Wer ist das? John Bradford. Nein, das ist Big City Life. Big City Life. Wo hast du, erzähl mal, wo hast du Danju kennengelernt? Bei den anonymen Stinkern? Ich glaube, ich habe mich am Stadtpark mit ein paar von den Yadis unterhalten und dann kam er dazu. Die Frage ist, wie hast du den überhaupt verstanden? Woher wusstest du, was er von mir will? Als er gesagt hat, wir gehen in Sky, Baby, meinte er, ich habe Mila auf dem Pilplatz kennengelernt. Ich habe Mila auf dem Pilplatz kennengelernt. Ich war am Schaukeln und bin hängen geblieben. Auch. Und sie hat mir geholfen. Weil Mila hatte ausgerechnet zu dem Zeitpunkt eine Flex dabei und konnte mich losschneiden. Dann habe ich sie eingeladen. Halt mal, lass mich rausreißen. Okay, es tut mir leid. Jetzt schlag mich nicht. Das ist voll die romantische Geschichte gerade, ne? Und du quatschst mir dazwischen. Okay. Mach dir nix draus, das ist bei uns in Familie normal, dass wir schreien manchmal einfach so. Und dann habe ich Mila eingeladen durften, Twinko und Nils bei Shake. Auch? Ja. Und dann hat er bei mir Haar gemacht. Ja. Am gleichen Nacht noch. Weil ich habe kein Zuhause. Obdachloser sind mir nach Hause gefolgt. Ohne Bescheid zu sagen. Wie damals Kerwon bei Bushido. Und seitdem wohnen wir zusammen. Und ich? Ja. Ich war schon immer da. Ja. Seit geboren. Ich bin hier geboren. Auf genau da, dieser Bank. Ja. Ich war dabei. Ja, ja. Ich habe zugeguckt. Ich nicht. Siehst du Sky, dein Freund hat sich verlassen. Nun sind wir noch zu fährt. Komm, wir machen Pärchen da mit dem Berg drin. Von dem Meme von Moria. Hast du das Bärchen drin? BIKTWEEN! Dann gehen wir an den Stand. Kördis, wollt ihr eh noch mit mir an den Stand? Ja komm, ich bin wieder fett. Wir gehen ein bisschen joggen. Nee, nicht ja. Ich habe Kopfhörer schon dabei. Wir haben gesagt, ein romantisches Date am Stand. Ja, wollt ihr zwar mitkommen, aber ihr müsst auch Händchen halten, ne? Wir müssen mit dem Bike fahren. Ja, ich kann Mila auf meinem Bike mitnehmen. Ich habe getuned Fahrrad. Lass doch mit dem gleiche Bike fahren alle. Also Mila und ich. Komm, wir bauen eurem Bike zusammen, dann haben wir Tandem-Bike. Ja, für den Quadrato. Uns nimmt dir keiner im Ernst hier. Wir können im Prinzip machen, was wir wollen. Ja, wir sind abgeschlossen. Wo sind denn alle unsere Freunde hin? Ja, schon, wie immer. Wir haben Bock. Also ich würde Schluss machen, Mensch, Lube. Warum? Weil der hat seine Ex-Freundin abgestochen. Ich war jetzt mit mir zusammen. Ach so, du hast mitgemacht. Ich habe zugeguckt. Was bist du für eine kranke Sau? Warum lachst du? Wir haben schon drei Leute umgebracht. Wie viele haben wir umgebracht? Das gefällt dir mir. Ich muss sofort jemanden abknallen gehen. Wir haben Haarsalte eingetötet. Aber ich sage dir nicht mehr. Ich sage dir nicht, dass das folgt, aber... Ups. Cool, ja, Camilla. Ich weiß. Kann ich die nachher tragen? Aber nur, wenn du nicht kaputt machst. Aber die geht mir nur bis zum Bauch nach, dann bin ich sexy. Na, oh, ja. Ich mag das. Da gehen deine Füße an. Was ist jetzt mit Danju? Mach Schluss. Dann beschreibe dir Liebesbrief. Was, nein? Du machst, was ich sage. Ich bin obergeschoss von mir umgebracht. Okay. Krass ein Brett. Ich ziehe auf extra schicke Schuhe. Und deine ganze Familie kriegt auch Brett. Meine Business. Oder halbe Million müsst ihr zahlen. Das ist mein Preis. Hab ich nicht. Ich habe schicke Schuhe für dich angezogen. Was hast du? Schicke Schuhe für dich angezogen. Oh, wunderschön. Oh, Lackschuhe. 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 Ja, die sind nicht so bequem. Also mach hin mit deiner Entscheidung. Welche? Also wenn du voll die Duden stehst, musst du echt dann beklammern. Hallo? Du hast den gleichen harben Milo. Ja. Du warst mal cool. Du hattest gleich Frisuren wie Köln. Oh, und jetzt ist er nicht mehr cool, oder was? Ich bin cooler. Was soll dies denn nun? Hallo, guck mal mein Swag. Überhaupt nicht. Guck mal ein Swag. Nee, deine Kopfhörer passen nicht zu deinem mästlichen Outfit. Du siehst aus wie komisch. Sag mal, bist du farbenblind? Äh, äh. Na klar passt das zu meinem restlichen Outfit. Ich habe gelbe Jersey an. Hä? Ich glaube, du... Hä? Seid ihr bescheuert? Hm. Siehst halt wieder Kapi an. Du hast kein Gelbs-Jersey. Und Bandana. Oh, ich bin seh nix mehr. Nerv mit den Armen zu wackeln. Gertes. Das war ich nicht. Doch. Nö. Doch. Komm, machen wir. Ja, lass ihn abknallen. Dreckige Adi. Das war keine Adi. Egal. Na, leise ab. Aber das wollte ich Tinglepatchen. Ja, gut. Au. Költe nicht. Wupp, 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 wupp. Wuh. Mila hat gestern geweint. Ja, nicht wahr. Wie jeden Tag. Weil wir haben einen Film geguckt. Da ist ein Hundepieby gewesen. Der hat einen großen Keks gegessen. Und hat einen Wuff-Wuff gemacht, weil er es verschluckt hat. Gar nicht wahr. Äh, äh. Nein, die können das Shirt nicht sehen. Das ist nur klärenseitig bei mir. Ich hab das für mich selber gemoddet. Rede! Was denn? Why are you schreien mich? Ich mein das Mädchen. Aber wie heißt die Nummer? Sky. Oh. Ich hatte meinen Kumpel, der hieß Sky. Den haben wir Flashbang genannt. Weil der weiß war. Aber der hat mit uns abgehangen. Sehr, sehr weiß. You need that milk. Weißer als Schnai auch. Warum geht der nicht ans Handy? Er hat halt keinen Bock auf dich. Nicht du. Wem willst du nur jetzt schon wieder anrufen? Fängt die Scheiße schon wieder an? Welche Scheiße? Ja, rufst du wieder Typen an? Ja, Daniel. Ich will fahren. Warum bade nicht bei Cody? Aber. Okay. Magst du ihn? Er ist noch verstört gewesen. Jaja, seid sehr sympathisch. Aber du siehst scheiße aus. Oha. Das war lustig. Du hast keinen Zweck. Was ist denn das für ein Notfit? Das ist viel zu streng. Ja. Da bist du mein Mathelehrer. Ohne BH irgendwas nehmen. Mach hier nicht ein Luftschalotte. Auf wen? Was lachst du? Hm. Gerdes. Sag mal Zahndammer. Ähm. Gerdes. Immer nur Schwarz. Ich soll schöne Grüße von Dirk bestellen. Was von Dirk? Dirk. Ach, der Dicke, der immer in den Dings spielt? Alter Kriegskunst? Hm? SXX. Wo sein Stuhl immer quietscht, der? Ja, genau der. Ja, 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 ja. Ich hab den damals Space-F-Kart abgezogen. Hab investiert in Hab-Hotel. Hab mir Dings gekauft, Couch und so. Weil der Boss da. Jetzt hast du E+. Das hab ich auf die Kante gelegt. Bitconnect und so. Dann GameStop. Wo sind die alle hin? Wir haben kein Bock gefunden. Ach schon. Oh, da ist einer gelaufen. Hast du auch gehörten? Du hast gehört mit meinem Adlerohr. Mach jetzt Schluss, Guy. Nein. Hallo. Mach du das Schluss? Dann müssen wir halt den Dunjo einfach abknallen. Oh. Ist halt so gemein. Wenn man vom Teufel spricht. Scheiße, du wolltest noch mal rufen. Ja, lock ihn in der Falle. Wo bist du hin? Ist doch egal, wo der hin ist. Bäh. Nur so. Mein Schuh ist elektrisch. Mein Fuß. Was hast du gesagt? Vergegst du hin? Ich sitze hier, stehe hier noch mit Demba, Curtis und Mila. Woher weißt du meinen Namen? Weil du dich gestern, nee, vorgestern im Stadtpark vorgestellt hast. Sie ist ein Magikant. Ist krass, oder? Mach mal Platscher, nichts passiert. Okay, kommst du her? Kiss meinen Nacken, bitte. Nein, ich bin die. Bis gleich. Wo sind die? Keine Ahnung, kommen wir jetzt aber gleich wieder her. Du hast den Rücken nicht, wenn der Tür da reinknallt. Nee, das finde ich schön. Rückgrattslose. Oha. Voll aggressiv. Sieh dir ein Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Die ist total du befreundest. Nein, da ist Joghurt drin. Du bist nicht fancy, würde Mila sagen. Echt nicht? Findest du die hübsch, Mila? Ja. Fancy. Kiss die doch. Sie ist voll nett für ein Hund. Und wir gleich. Freu, wie einen kleinen Hunde-Bibi. Deinen kleinen Hunde-Bibi? Hm. Wir haben Goldfische. Zwei. Echt? Ja. Ja, ich hab ein Hinn in meine Hosentasche. Warum? Na, boah, ich wollt den... Was ist das denn für eine Muggelkarre? Was hat denn da gekickt? Das für ein Schlammblut. Oh, was? Was hat denn da reingekickt? André, heute Morgen. Das wird da jetzt auch rein. Ist das Haus von Nikolaus. Dankeschön für die We-Saps und Zaps. Ein Per-Sternchen. Nicht böse sein, wenn ich nicht voll lese im RP. Und hier kommt ein Tannebaum hin. Clonesverein. Und noch ein Tannebaum. Kannst du noch was malen? Ein Schwan. Und aus dem Fenster von Weihnachtsmann? Aus dem Fenster... Ja, so. Größer? Größer? Was machen die? Wie sehen die denn groß aus? Ich hab die immer aufs Dach getreten. Warum trittst du im Maul, du? Das hat mich beleidigt. Danke, du Hässling. Deine Freundin wird dich verlassen, irgendwann. Wieso? Weil du dumm bist. Geld wieder, bringt's alles gut. Guck mal, er holt... Ihr seid gar nicht zusammen, küsst euch mal. Er holt sich sogar dieselbe Jacke an wie ihr. Zeig mal. Ey, der gerade war komisch. Also wir waren an den Strand, da kam da eine Olle mit einem Motorrad an. Und da hat sich Danju hinten drauf gesetzt und wollte mit ihr wegfahren, oder? Oha, wer war das? Richtig wild. Wo wollte ich wegfahren? Ich wollte mit gar keinem wegfahren. Peist Junkies, aber... Du hast sogar schon Motorradhelm auf. Hä? Hab ich nen Motorradhelm auf? Gib zu, du Bursche Kopf! Nee. Du bist ein Motorradhelm. Du gehst schon, du Hure! Aha! 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 Das ist mir nicht gefallen. Oh, wilde Nummer. Da würde ich aus Rache sofort mit dem Hammer fremd gehen. Genau. Aber vor Danjus Augen, er sieht dir ja nix, der verkiffte Penner. Hm? Hm? Dann kann ich mich auch. Dann kann ich mich ja nicht blamieren. Dann kann ich mich ja nicht blamieren. Dann kann ich mich ja nicht blamieren. Hast du meine Kopfhörer weggeschmissen? Na, und die hab ich im Rucksack da, ne? Achso. Willst du den da haben? Na, wenn du den nicht mehr haben willst. Die stehen in der Schweiß. Danke. Da. Danke. Sollen wir den gegen die Spiegel treten? Oh, passt auf, Audo. Wer sind die? Du bist meine Knarre. Ja. Ja, haben sie bestimmt verfahren. Lass sie doch mal herzlich willkommen mit Schüssen empfangen. Boah, ich kann den nicht so hinladen, Johne. Ich hoffe, dass du stirbst. Ich hab mir dich mal nicht aus deinem Pappkarton gezogen und gesagt, dass du hier wohnen kannst. Das ist der Kellogg's Schachtel, ja, ja. Du bist ja nicht mal ein cooler Kiffer, du benutzt nicht mal Goose Paper. Was? Was? Hä, gute Longpap, hallo. Was für Longpap? Hallo. Na, die braunen. Ja, die sind scheiße. Oh, Zibi. Du musst Goose Paper. Oh, Z? O... O... Ich hab Oze verstanden. Hä? Oze B? Achso, Oze B. Jajaja. Jajaja. Verkippter, blöder Perla. Siehst du, Mila, deshalb braucht man keinen Haarschrauschgiftzigarten. Siehst du, das passiert mit einem dann. Wenn man in der Nähe von dem steht, kann man nicht mal reden. Haarschrauschgiftzigarten. Nix, kein Drogen. Du hast mir die gegeben. Schnauend, einmal ist Keimer, zweimal ist einmal zu viel. Aber wenn du jeden Tag künftig begriffst, wie dann? Ich hab arbeitslosengeld. Bitte. Ihr seid beide gleich, heißt nicht mal in der Nacht. Alter, danke. Von wem redest du? Ihr habt ja dieselbe Jacke an, das sehe ich jetzt. Nein. Oh, guck mal, die haben uns sogar im selben Witzepack geholt. Was seid ihr denn für enkelhaften Pärchen? Was? Was? Wichser? Oh, psch, psch. Oh, oh, 5O, 5O. Ja. Ein Biene? Oh, Buchschrauber. Eine Biene. Ein Biene, ja, ein Kohle. Oh, der dreht sich auf sich. Oh, oh. Wow. Ich glaube, ich habe schon wieder Bauch, aber ich glaube, muss man ins Bett. Abstützen. Was will es? Abstützen. Abstützen. Das wäre echt lustig. Hatte ihr gestern eigentlich? Oh, 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 ach Gott. Soll ich das wegbringen? Hatte ihn gewonnen? Weiß nicht, vielleicht. Du hast ja immer nur den Kloschlüssel im Hals hängen. Ja, ja, das ist mein Grindr, jo. Du bist auch so ein Grindr. Wenn ich irgendwann mal nachts unterwegs bin und sehe dich verletzt auf der Straße, laufe ich am Verwalter. Okay. Vielleicht klaue ich nur voll deine Klamotten. Aber nicht mein Grindr, da ist noch Pollefach voll. Kann man nicht machen. Kunstharz meinst du, weil du dumm bist und checkst, was das ist? Kunstharz? Nee, Pollefach. Du bist auch so ein Pollefach. Ja, ja. Sieh, Alter. Oh, Mann. Und du? Wie verbleiben wir denn jetzt? Versteh das nicht. Der kommt in einer halben Stunde nochmal wieder. Aber Schoko ist eh das schönste. Er ist 50 Jahre alt und sieht aus, als würde seine Mama den immer nur einkleiden. Mit seiner schrägen Käppige Jackscreen. Und seinen raufe Arm. Und seinem rosa Shirt. Mama schmiert ja auch jeden Morgen noch eine Double in deiner stinkenden Bulldoze. Ja. Ich weiß gar nicht, warum du da lachst. Meine Mama hat dir heute Morgen auch eine gemacht. Wenn deine Mama mir was geschmiert hat, das hätte ich gehört. Der war bei Dunjos Mama. Der ist quasi deinem Vater dann, Joe. Der Poco. Tschüss. Was Washington hört. Wenn das mein Papa hört. Eieieiei. Was hat Washington deinem Vater? Klar, ich habe die Nummer schon geklärt. Hat mich nur 5000 Dollar gekostet. Dein Papa ist nicht kurz Kipp holen, sondern Papes holen gegangen. Ich glaube auch. Oder eine neue Bon eins und ein. Wie kann man einen Bon rauchen? Bon for life. Fühlt sich gut an, was hartes Klang ist im Mund zu haben. Dann bist du da drauf stehst du, ne? Und schön seine Zunge da reinlölen und so. Und die dreckige Scheiße einsauen. Scheiße, Alter. Du hässlinger Bengel. Oh shit, Alter. Das erinnert mich an das erste, wo ich Bon geraucht habe. Ui. Das war eine wilde Nummer. Solange das eine Booster-Things zu halten musste, doch. Warte, warte, warte. Nee, nee. War das Boomer-Sprache? Solange bei der Booster-Pei-Sprache. Hast du Butter gegessen, ist dein Zunge ausgerutscht? Du kleiner Saffi, Schoko. Ich habe nichts verstanden. Gar nicht. Ja, wir haben dich auch nicht verstanden gerade. Der Schoko ist so alt, der schreibt noch einen Hyoglyphen. Ich schmeißel das. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich bin gut drauf, Alter. Ja, lass uns unternehmen. Abenteuer, Abenteuer. Ja, was soll man machen? Lass am Penner-Park paar Leute verprügeln. Stille. Dann halt nicht. Dann du es wie so einen Quest gehst, weil den du anklickst in so einem Videospiel. Dann sag dir auch mal, hm, ich geh da mal. Arbeit, Arbeit. Die haben immer nur so ganz kurze Dialoge, weil die dumm sind. Mega fühle ich zu 100 Prozent, Alter. So dumm, dass er sich von seinem Hund die Doppel wegschnappen lässt. Oha. Und dann vergisst du, dass er sich überhaupt eine geschmiert hat. True Story. Oh Mann, Alter. Ich sollte sowieso sein da. Na, warum bist du so ruhig? Musst du pupsen? Nee. Warum redest du nicht? Soll ich dir denn sagen, du laberst doch die ganze Zeit. Genau. Ich höre mich gar nicht reden. Du bist voll in deinem Flow. Ich bin nur der Jochen-Flow. Mit Gitarre. Ich bin ne Kurve. Scheiße. Wer sind die denn? Wir haben die Token wirft. Oh, nö. Wer sind die? Weiß nicht. Max. Achso. Max hat sich der Auto gekauft. Den Auto gekauft? Die scheinen eine Kohle zu haben. Giffi sieht mein neues Muppel, der geht sich direkt dauernd kaufen. Ja, aber da musst du das noch Geld leihen vorher. Irgendwann kommt Ratzjahr, Finanzammlern, fragen die mir, wo die Kohle her. Arbeitslosengeld gefunden. Edelste Spenden. Was kippst du eigentlich so den ganzen Tag lang? So wie viel Gramm? Hm? Ja, frag ich gerade. Scheiß drauf. Was frag ich denn überhaupt? Hi. Hi. Boah, der Fini sieht aber schick aus, Alter. Der hat ne Strähne. Hey, Schoko, bei mir ist es mal fahren sie da, aber bitte nicht durch. Hä? Warum? Ja, weil wenn die da quatschen, das ist nicht so super. Wer quatscht? Ja, da unten war die SMW oder sowas. Die haben da mit Bomben gequatscht. Boah. Ja, unten bei Bomben. Die haben da ne Straße abgesperrt, da bin ich vorbeigefallen. Ja, was für Straße abgesperrt? Die standen da mit Flex und Knarre. Äh. Huch. Wer war das denn? Ja, da standen Autos. Hallo. Wer will das SM-Dame? Die rot tragen. Ey, ich brauche mal hier unsere Leute. Was ist denn jetzt schon mit dem Lust? Jetzt oder nachher? Müssen wir reden. Mit wem? Ja, am besten. Ja, ich will mit euch reden. Heute ist doch Montag, Körnest. Ja, wir können doch jetzt quatschen. Sind denn alle von uns hier? Weiß nichts. Geil, verpiss dich. Verfehlt. Okay, tschüss. Ich liebe dich. Der Teka ist glaube ich von unten. Ja, du müsstest das mit dem später erzählen. Ne, egal. Sind das jetzt alle von uns hier oder sind da noch andere? Wie geht's hier? Ich glaube alle von uns, oder? Fynn, komm so rüber. Lass doch am Tisch gehen, wie ein echter MC. Und am Tisch wird nicht gelogen. Was ist denn schon wieder so lustig, Tanju? Mir kostet schon ein drunter gefällt, ich sag's dir. Maschallah. Ich verstehe das nicht. Ist nicht schlimm, der Magnetisch versteht dir keiner. Riecht's ein bisschen nach Arsch, warte mal kurz. Kamalini, was geht? Ja. Die Hoover tragen jetzt die Orange in der Fleck. Was für eine Hoover? Ja, die Hoover, die in der Davis hier wohnen, aber ich glaube, die wollen jetzt in der East-Zeit. Don't check a Fleck. Ich weiß. Okay, hört ihr mir zu? Ja. Ich komme lieber nochmal vor. Also, wenn ich den Auftrag annehme, haben wir halt einen Auftrag. Und zwar geht es darum, jemanden vor dem Border Patrol einzupacken und dem ein bisschen weh zu tun, um dem was zu sagen. Border Patrol ist schwer, ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Wollen wir sowas annehmen oder eher nicht? Costa Cuanta? Wie wird dafür? Costa Cuanta, das muss ich dem dann sagen. Ne, denn, das ist die Frage. Wen? Hä? Wen? Derjenige, der... Keinen Namen. Ja, besser als ich. Oh, das ist alles einfach. Besser, keine Namen. Boa, Kurtz, kannst du mir mal eine Cola holen? Verpuss dich. Geh mal kurz eine Cola holen. Geh mal kurz einen Punkt-Track. Ja, warum? Du hast ein bisschen... Du musst ein bisschen was essen, deine Rippen sind so... Nee, da habe ich gar nichts erfahren. Hurenböcke. Mann, ey, die Angst vor Meta. Mach scheiß da drauf, Bruder. Aber ist ja nur dein Name. Das macht mich sauer! Geh mal aus dem Weg, sonst kriegst du einige Pfeffer. Ja, du bist jetzt zurück. Tagsam! Was ist los? Ich darf nie zuhören. Warum? Weil die mir nichts vertrauen. Weil ich die damals verpässt habe. Ui, jetzt warst du uns eher. Ist das eine Snitch? Na klar. Was ist das für eine Frage? Ich komme aus dem Junkpark. Ja, okay, hast du rein. Ich brauche was zu trinken, das wäre was. Spuck dir doch selber im Mund. Das hilft nicht. Das ist schon halb ausgetronnert. Ach, ich kann mal den Architekt versuchen anzurufen. Der ist da. Der ist tatsächlich mit dem telefoniert. Hat er einen? Willst du ihn nicht treffen mit dem Schwabbel? Ja, äh, äh, ja. Ich kann dir ja mal sagen, was er so braucht und so. Danke, Chance. Bitte, bitte. Klickend nur durch. Der ruft mich bestimmt gleich zurück. Ich dachte so, gut, Mensch. Wann kann ich abschlepfen? Was? Abschlepfen. Weiß ich nicht. Danke. Der Schwabbel kündigt doch eh bald. Warum? Hä, wenn er... Ich muss doch... Ach so. Kann ich wieder zu meinen Freunden, bitte? Nein. Warum nicht? Hol erst mal ganze Palette Cola-Dosen. Du bist eine Cola-Dose. Nö, ich bin eine Chips-Tüte eher. Kann ich jetzt? Ich verrate doch keinen. Ey, Curtis, komm mal kurz. Warte. Komm mal rüber. Ja, siehst du jetzt, muss ich weg. Hier, aber sag's keinem. Was ist denn das? Großer Abschlepper. Oha, danke. Ja, das ist egal. Da meine ich, das sind immer mit Verstärkung unterwegs. Ja, das ist egal. Was ist? Ich bin sauer. Ist jemand von Border Patrol und wir müssen uns auf Geld einigen. Ja. Wenn wir das machen. Ich sag mal so, für den einen Auftrag mit der Frau, wo wir unter der Brücke gefahren sind, haben wir schon viel Cash bekommen, ne? 300.000. Ja, und das ist einer von der Border Patrol. Ja, da ist das richtig viel wert. Border Patrol, die sind immer meistens mit SMG ausgerüstet, ne? Und die sind nie alleine. Und nie alleine. Minimum 500k. Ja, mindestens. Mindestens. Alles, also ab 420.000. Was sagt ihr dazu, wie viel wollt ihr jetzt nehmen? Ja, haben wir irgendwelche Daten, wissen wir, wie der aussieht oder wie die aussieht? Das krieg ich dann raus. Ja, der soll so viel wie möglich. Na klar, nehm an. Wenn wir nicht schaffen, kriegen wir kein Geld. Der will wissen, wie viel das kostet ungefähr. Also müssen wir jetzt einen Preis reinigen. Hab der Kohle? Ja. Ja, dann viel. Mindestens eine halbe Million. Wenn der 40 Millionen. Eine Million. Mein Gott. Eins ist nicht ein bisschen viel, eine Million? Mach doch wie Ali Voolala vom Bazaar. Mach 5.000. Mach 5 Millionen und geh dann runter. Nein, 500.000 liegt tot. Boah, ich bin gerade mal überlegen wegen 700.000, ne? Dann frag doch, ist er nicht der Preis. Ja, frag ihn mal. Ja, 150 und dann kann er runterhandeln. Auf 700. Ich bin nicht auf der Frontpage. Ich hab da zwar immer mal einen Auftakt gegeben 2017, aber ich war, glaub ich, noch nie auf der Frontpage. 69 dann bitte. Das ist gern schön. Mila, komm, ich will knutschen. Geil. Komm. Du alter Wichser. Nein, wir müssen nicht knutschen. Ich will nur weg von dir. Ich hasse dich. Warum? Weil ich darf nie Geheimnisse erfahren. Oh. Immer schick die mich weg. Dabei bin ich, guck wie süß ich bin. Ja, guck mal wie süß ich bin. Sag Walla. Walla. Hast du den Drift Mariel da gesehen? Was willst du, was willst du? Wer bist du? Warte kurz. Where are you? Was geht's dir? Wer bist du? You are a wrong turf fool. Here's the Maddusen. Was macht ihr? Ich steh hier. Wir waren gerade zugucken. Warst du bei BOM? Bei BOM oder was? Findest du mich süß? Mhm. Wolltest du mir auch ein... Ey. Wolltest du mir das notuell bestätigen? Wie bitte? Wolltest du mir das notuell bestätigen? Notuell? Ja, von einem Anwalt. Würdest du das unterschreiben? Ja. Hallo. Hallo. Was bist du für eine... Warum nicht? Ich meine... Mann. Du glaubst, wer wir sind, Mann. Lass mal was springen. Ja, aber... Warum nicht? Wie holt ihr denn? Warte mal, warte. Ja, mindestens eine halbe, Bruder. Schnell holen, ne? Wir warten hier. Warte, wir müssen verhandeln. Das ist aber schon ein heftiger Boxkampf. Und die Info ist 100% safe. Was hast denn du für Frucholles in der Hose? Was will der Information? Und du bringst uns nicht mal ein Geschenk mit? Werde jetzt hinterherfahren und ich observiere jetzt dein Bike. Soll ich dir vor die Scheibe spucken, Kollege Tunju? Soll ich euch Kekse mitbringen oder was? Was für Kekse, ich zieh's gleich aus dem Auto. Junge Cash, Manni. Ich pack selber Kekse. Du kannst nicht hier hinkommen und Infos fordern, Bruder, Mann. Na gut. Ja, gut. Zieh du das langweinend, so Lutschpuppe. Abfahrt. Kommt der hier hin und... Was ist denn das für ein Idiot? Was zum Teufel war das denn? Der Mann von PD16. Was war das denn für ein Idiot? Der Mann von PD16 gehört. Jetzt ruf ich erst mal den Pfeiner. Max Freundin. Kommt der hier angefahren? Ja, BOM. Wer hat denn da geknattert? Die wollen nichts sagen. Ich ruf dem Fisch in Fisch ein. Extra blöd. Wie hieß der Typ? Mathiusen. Ja, lass der Mann von PD16. Warte, lass mich mal in der Hölle. Das ist eine Frechheit. Nicht mal mit Geld hier hinkommen. Aber er sagt halt auch direkt, ja, die wollten das nicht sagen. Hallo, Herr Fisch, ich möchte mich gar nicht beschweren. Sie möchten sich beschweren? Über was möchten Sie sich beschweren? Sie wollen doch nicht, dass irgendwie Polizisten verletzt werden oder so, richtig? Ich möchte von keinem Polizisten verletzt werden. Also eigentlich so kein Mensch verletzt werden. Ja. Aber ich frage mich, wie ein Typ von, also von der Polizei hier zu uns kommt, ganz alleine und zu uns sagt, gib mir mal Informationen und uns verarschen will und sagt, der bringt uns gleich Kekse vorbei. Was bringt der euch vorbei? Der will uns Kekse vorbei für Informationen. Ist vielleicht lustig, aber vielleicht sollte der nicht so rumrein und solche Faxen machen. Ah, ich verstehe, was du meinst. Und weißt du, was für ein Kollege das war? Mathiusen oder so heißt der. Sie oder er? Das war ein R. CTF 04 oder so auf dem Mundschild. Also er kam, also ihr kennt ihn aber so nicht. Nein, wir kennen ihn nicht. Der kommt dir hin und sagt, gib mal Informationen und du kriegst Kriegse. Ja. So als wäre mir total, ich meine wir sind bescheuert, aber nicht so. Du, er hat schon Grund, warum ich bei euch in der Gegend noch mit Weste rumfahre. Wir würden doch niemals auf sie schießen, Herr Fisch-Fisch. Mh, 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 mh. Wallah, bregwahn, ich mache nicht. Ja. Ähm, ja. Ja, okay. Ja, okay, aber dann, Herr Fisch-Fisch, dann sagen Sie es ja selber, hier ist gefährlich. In der Gegend und der kommt die ganze Leine und will verarschen. Ich will dir nichts unterstellen und sage, dass du jetzt kriminell bist oder gefährlich bist. Ich habe deine Akte jetzt auch nicht gerade vor mir. Aber ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass es natürlich eine sozial schwache Gegend ist da bei euch. Und dass natürlich auch kriminelle Aktivitäten laufen in der Gegend, ne? Ja, genau. Aber dann kommt der, wenn es doch hier so gefährlich ist, warum kommen wir da her und will uns verarschen? Und ist so frech? Ich finde die Aussage ein bisschen provozierend, ehrlich gesagt. Warte mal kurz. Handbremse! Handbremse! Oh, das ist eine Hotbox. Na dann, Jusiel, das kann keine Hotbox sein. Ja, das qualmt so da aus der Horde. So, ähm. Ja, ähm, ich gucke mir das mal an. Ja, da spinnt ja wohl. Ja, ja. Ne, ist doch allgemein bekannt, dass wir andere Leute nur verraten für Geld. Mindestens eine halbe Million, wenn du irgendwas wissen willst. Vielleicht. Ja. Hallo, Hand. Ich bin noch am Telefon. Also, wenn du irgendwas brauchst, dann bring den Umschlag mit. Wir wissen alles. Tschüss, da Pischpisch. Ja, ja. Ich bringe ihn mit Cover. Ja, tschau. Die SM-Double war gerade bei der BOM. Okay, warum? Die wollten denen die Koksrute wegnehmen. Ich frage mich, welche Koksrute. Ich habe auf die geschossen, die Idioten. Was, die haben sich gegenseitig beschossen? Irgendein der Koksrute. Irgendein der Koksrute, die mit denen gar nicht mehr gehört. Ich bin der einzige Laser hier. Du stehst so am Abseits und dreht es nicht und irgendwas stimmelt dir nicht. Du bist so ein Twinkie. Jetzt geht das wieder los. Also, Jungs, ihr wisst Bescheid. Koksrute gehört jetzt SM-Double. Sollen wir zusammen den Dämmer in seine dumme Fratze hauen? Halt die Fresse, du Assi. Nein. Schrei hier nicht. Ich habe den Dämmer zauer. Sonst schreien wir gleich alle. Fotz. Geht's dir gut, Mina? Ja. Mir geht's sehr gut. Mir geht's gut. Wie geht's euch? Habt ihr gut geschaffen? Nein. Putscheise. Oh je. Warum? Why? Wer schmeißt dich, der macht dich in Prag. Achso, ja. Das kenne ich. Das habe ich auch manchmal. Hm. Auch, auch. Aber macht ihr nichts aus. Das wird schon. Nächste Nacht wird besser. Ich muss mit dir. Wenn du nicht so laut schnarchen würdest, könnt ihr heuer mal. Ja, genau. Ich. Ich glaube, das war der Jon nebenan, die du gehört hast. Weil ich gleich weiterfahre. Boah, hübsche Tasche. Woher fährst du? Ja, hübsche Käppi. Danke. Hübsches Oberteil. Boah, das habe ich mir jetzt schon wieder gemacht. Baby. Hast du nachgebaut, Schätzchen? Kobi. Aber du möchtest denn alles, was du machst, ist hübsch. Ja? Ja? Ist das perfekt, du? Das Gemäppe vom Junkie-Park. Unity, beziehungsweise ich muss dir eigentlich so einen Vertrag unterschreiben, dass Unity das benutzen darf, selbst wenn ich den Server irgendwann mal verlasse und Team und so. Und der hat das nachgebaut, damit ich da keinen Wisch unterschreiben muss, glaube ich. Nachbauen lassen hat das. Das passt so, das passt so. Das ist sehr nett von ihm, der Herr. Boah, da freue ich mich, wenn das noch reinkommt, Alter. Aber guck mal, siehst du die Tasche, die ich anhab? Mäxchen? Ist das nicht hübsch? Sollen wir das nicht reinbringen in die Unity Pommes? Sollen wir uns nicht mal da dran setzen? Boah, wozu könnte ich den John alles swingen? Du könntest den Thunfisch, das von deinem Fuß lecken lassen. Der Maida. Ui. Das will ich sogar freiwillig machen. Kommt er dann mit dem nächsten Mod-Update-Ding drauf? Schatzi? Was geht ab Gino? Ey, Demba. Ja? Fick mal lieber Fußbild. Bin ich ver... Ich will nicht. Äh, gezwungen. Ja, ich weiß, dass in den Sachen schien. Das habe ich gesehen. Bildaufnahmen von meinen Fusen machen Geräte. Weil das ist verboten. Ich weiß, dass ihr das nicht auskennt. Staatsanwaltschaft. Ich habe Brief bekommen. Hast du nicht, weil Bewährung. An her, sehr geehrte Frau Herr Knutsch. Ja. Manu. Verboten, weil zu sexy. Ich habe welche. Ich habe auch welche in meinem Fotoalbum. Ja, und seitdem quietschen Milas Schuhe. Hey, Mann. Das ist so gemein. Aber wahr. Von deiner Seite sind vorgegeben, das Netz. Nun? Ist das der Neza? Ich weiß, Neza. Das ist der Mordkönig von GTA. Ja, ja, oder? Hm. Boah. Heute ist so langweilig. Was machen die für kriminelle Machenschaften da? Ja. Die drecklichen Jadis. Dann die. Nee, das sind die drecklichen Jadis. Da, wo der Wälzeln läuft. Die haben wir ausgeschlossen. Uh. Wie laufen die? Was machen die? Boah. Boah. Hi, Louis. Ja, du wolltest was? Boah, ich habe... Warte. Lass mich kurz... Genau, ähm, der Typ, der die Bar machen möchte, ne? Äh, ja. Bei uns, im Junkey Park. Ja, hier sind diese, diese... Genau, die Zeimer. Er wollte sich nochmal mit dir treffen. Wann? Wann immer du Zeit hast. Ich hab jetzt noch gerade Termin bei TLG, danach prüfe ich dich an. Okay, dann bis gleich. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ach, ich muss mit Schwabe kreutschen. Da vorne ist Schwabe. Kommt mit, meine Freunde. Kommt alle mit. Große Kreis. Gute, gute. Schwabe. Hi. Schwabe. Der Architekt hat nur kurz Termin angerufen, der mich an und kommt her. Okay. Ich hab mich auf, Tau. Boah, alle hauen mir ab. Gertis, ich will dich nicht mehr auf der Koksrute sehen. Was für eine Koksrute? Das gehört jetzt der SM Double. Ach, Mann. SM Double. Gemein. Die kommen 100% ne? Was sollen die kommen? Witzfiguren. Das trauen die sich nicht. Ey, das trauen die sich echt nicht. Das werden die nicht trauen. Hoch. Was machen die dann bei Bom? Wenn denen die Koksrute gar nicht gehört? Eine Ahnung. Da weiß ich ja niemanden, das hat die Bom nicht mehr gehört. Die haben die einfach geschossen. Ja, ja, ja. Es wissen ja nur, wir und ihr, dass ihr die Route habt erstmal und Bom halt. Im Prinzip muss eigentlich im Umlauf sein, dass Jadis das gehört. Und unter uns haben wir geklärt, dass 55. Wir machen ja den Film, wer die Route wegballert, ist den. So, weißt du, wie ich mein? Aber das ist doch unser. Das ist mein Business, nur meine Koksrute. Dann machen wir dir das gleiche Angebot wie den Bom mit den Dings. Sollen die doch nehmen, mir doch scheißegal. Die SM Double. Was sollen die nehmen? Ja, sollen die doch die Route nehmen. Die kriegen G nichts. Nee. Wir wollten das doch aufteilen unter allen. Ja, aber doch nur unter uns beiden. Ja, aber nur auf Arbeit. Aber die Bom ist doch jetzt auf keiner, bist du nicht? Nein, die Bom ist irgendwie auf Ticker-Basis jetzt unterwegs. Oder in der Lose. Wie ich das verstanden habe. Ja, ich kriege doch nichts mit hier. Ich darf doch nirgends zuhören. Oh, komm her, ja. Ja, weh. Ja, fünf Kilometer sind wir da. Wir sind im Park, ne? Ja, fünf Kilometer sind wir da. Im fünf Kilometer, wer sind denn wir? Du und Slava. Ich hab Angst vor denen. Sind die Russen da? Weiß nicht, ich muss Juni gleich fragen. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Ich bin doch gut, siehst du heute aus. Ich mach dir doch nur ein Kompliment. Ich darf das. Dankeschön. Mein Toll, das sieht immer gut aus. Das macht ein Gentleman nun mal. Du bist kein Gentleman. Nein, Gentleman. Bist du gerade in der Werkstatt unten? Ah, gut. Okay, wir sehen Bescheid. Okay, tschüss. Wo ist eigentlich der BT? Ich wollte heute representen. Erst am Triple Basis. Du kannst ja mit deinem Boxtraining anfangen, ne, Curtis. Ja, Curtis, was ist denn da jetzt eigentlich, jo? Boah, lass... Boah, ich hab voll die schlechte Nacht Bauchschmerzen und so. Doch, frag doch, Mila. Nein, ich muss gleich mit Juri quatschen. Nein, wir machen jetzt hier... Nein, wir machen jetzt hier... Nein, wir machen jetzt hier... Der hat Kätzchen gemacht. Nein, nicht auf den... Ich hab Bauchschmerzen. Ich kann nur nicht trainieren. Ich zeig dir die Basics. Ich zeig dir die Basics. Okay. Wenn du mich schlägst, wein ich. Nein, ich schlag durch dich. So, Junge, das Erste ist... Du klebst mir jetzt die ganze Zeit am Arsch. Du musst immer hinter mir herrennen, okay? Na, dann krieg ich Ärger vom Film, wenn er sieht. Oh, doch nicht so. Mann, du sollst mir einfach nur hinterherrennen. Okay. Das ist wichtig beim Kämpfen, glaub mir. Immer schön hinterherrennen. Na, Junge, bleib dran. Ja, du bist da gar nicht weit weg. Du musst nicht hinterherrennen. Okay, okay. Brenn nochmal. Okay. Immer schön hinter mir. Jawohl, immer im Kreis. Er ist immer im Kreis. Mir wird schwindelig. Ja, nein, 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 nein. Das musst du kontrollieren. Gleich musst du Kötzernchen machen. Das kriegst du hin. Ich bin jetzt hinter dir. Ich bin jetzt hinter dir. Schnell, 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 schnell. Ich renne weg. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilfe, Mama. Kötis. Hilfe. Watt, das reicht mir gleich. Das gibt kleine Elle, Junge. Was machst du denn, du? Mir ist schwindelig geworden. Ja, das musst du aushalten. Okay, ich bin bereit. Ja, jetzt bist du bereit. Immer schön hinten an den Tram bleiben. Und denk dran, die Elle. Die Elle. Seitlich. Wie musst du zum Gegner stehen? Seitlich. Und was machst du da nach Hause? Eine dicke Elle. Dicke Elle, Elle. Oh, ich zuck du an. Hau, Louis. Ja, dauert was länger. Die Bordopöte hält uns gerade angekalt. Mein Gott. Wo seid ihr? Wir kommen brettern. Ja, oben. Nein, wir können nicht brettern. Aber wir können Geiselnamen machen. Ja. Ja, los. Gut. Ja, okay. Bis gleich. Bis später. Tschüss. Tschüss. Jetzt wird aber hier nochmal gejoggt für die Fitness. Pack's jetzt zurück. Joggen? Ja, okay. Jawoll. Weiter, weiter, weiter. Jetzt zieh, Junge. Ein Sprint. Komm, 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 komm. Jetzt zieh durch hier. Schade, dass es keine Rektor gibt. Schneller. Jawoll, jawoll, jawoll. Ich weiß auch nicht. Das war ein Supersprimmer. Du kannst mir vertrauen. Boah, ich hab TK. Ich hab TK voll. Full los. Socken gehauen. Ja, 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 ja. Ja, man riecht's. Geh weg. Der ist richtig bereit, der zu. Willst du kämpfen? Nö, ich... Nö, ich hab keine Zeit. Dein Mandeln zündet. Ja. Ich setz mich auf deinen Schoß, Milder. Oh, oh, ja. Kannst du mich massieren? Ich hab Sport gemacht. Äh, oh, ähm. Demba, kannst du mich massieren? Ich hab Sport gemacht. Frag Finn. Massier mich. Finn Ficker. Ich frag dich. Ich hab keine Zeit. Was machst du? Business. Business? Ja. Machst du die Tabellen, oder was? Halb bis zu Prallnuss. Wo ist dein Häkchen in der Aktivitätsliste? Wobei die Klappe... Ihr. Misch nicht auf. Ja. Ja, perfekt, perfekt. Lass mal ein Häkchen. Tragik, du musst einfach nur auf Computer immer Schrift drücken. Ich hab einen glücklichen Smiley gemacht. Da ist ein Mädchen. 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 Ja, genau. Demba, Demba. Ja, ich bleib bei dir. Ja, 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 ja. We belong together. Du bist doch als erstes sofort eingesprungen. Ich hab doch nur für Demba gesagt. Guck mal, tritt ich mal um. Kannst du wohl sein, dass du so einen hübschen Freund hast wie mich? Guck mal, süßig bilden wie Baklava. Ja. Wie Wiener Schnitzel. Wiener? Mela, warum darf ich nicht zuhören? Wozu hören bei den Jungs? Ich glaub, die mögen die Jungs wirklich nicht. Also, die Anzeichen sind da. Wieso? Ich mag die Kopfsdicht. Ach du Scheiße. Was macht ihr so? Dann du Schwestern. Geht da nicht hin Das hat mir noch gefehlt Der Dämmer ist aber schon wieder krass da dran Nee Nee, er ist weg Das war dann schon weiblich Der ist der perfekte Kanal für dich Hier kann man Pfannflaschen sammeln Guck mal unten rechts Viele Frauen Okay, ich hab ne Idee, Mila Wir müssen für den mal ne Pfolle besuchen Okay Aber nicht so eine Nicht wieder eine mit baue Walter Hände Ich kann das Die packt richtig an Mit echten weiblichen Füßen Ohne Haar drauf Getötet, nicht frisiert Genau Geschüttelt, nicht gerührt Können wir uns auf die Bank setzen Oder? Wir kämmt nicht geklebt Was? Wir sind's noch auf der Bank Ich kann locker einen Fancy Woman besorgen Fancy, fancy Warum wackelst du? Weil der Durchfall Die muss zurückhalten Achso, ja Ist nur auf einer Seite Platz der Bank Hab schon verstanden Aber TK kann sich gerne auf unseren Schoß setzen Ja, lass alle drei zusammen machen Ich muss mal kurz was ausrechnen Ich kann gar nicht rechnen, ne? Ich weiß gar nicht, wo Wie geht das rechnen? Tut nur so, als ob ich schauen wäre Um mich zu beeindrucken Aber ich weiß schon längst, dass er das nicht kann Hör mal Hör mal Ich hab gutes Allgemeinwissen, Mila Fische ficken mir im Mund Echt? Ja Das kann auch nur einer wissen, der sehr schlau ist Ja, oder einfach Durchfallgeschaut Das verboten ist widerlich Besser widerlich als widerlich Richtig Demma, wieso kommst du nicht gut bei Frauen an? Weiß nicht genau Kann ich auch Das kann ich kein bisschen nah verziehen Ich hab Style Und hab Style Ich hab Schlappen Richtig Klappe, Bubba Schöne Haare Bin Ruckilös Demma hat erst eine Freundin ab Und dann ist sein ganzes Leben drin Charmant Ich weiß das nicht Ich weiß das nicht Ja, war nämlich mit Twinkie zusammen Aber Twinkie hat den Verlassen Warte mal zu dünn war Das ist der Name, den du niemals aussprechen darfst Wir haben uns geeinigt Soll ich euch Milas Spitznamen verhalten? Ja, sag mal Mach das nicht Ich will ihn hören Ich sag deinen dann auf Aber mein, das ist nicht so schlimm wie deiner Ist er ja wohl Sag mal Ne, dann bekomme ich Ärger Lieg jetzt Da muss ich wieder auf den Berg mit dir Nicht, dass da nur ein Spruch kommt Ja, später Dinge muss man fliegen lassen Das war süß Ja, ja, ja Hatten wir nicht ein Fußballspiel? Ja, aber die Koppas sind nicht auf den Platz gekommen Wir hatten Angst Du hättest denn gesagt, dass wir Baseballschläger zu Hause lassen? Was ist mein Leben? Wow Guck, wo wir wohnen Ja, ist doch so schön hier Wir hätten Stars for the Moon werden können Ja, sind wir doch Sie sind Stars Aber nein Sie musste sich in einen vollgekifften Verhurten, dreckigen Junkie verlieben Der hässlich ist Abgrundtief Jede Zelle seines Körpers ist hässlich Und wer ist das? Ich bin Tanju Und ich, ich bin so schön Aber nein Wir müssen ihn irgendwie aus den Einer bringen Lass ihn einfach killen Aber pass auf nicht, dass der Fall dich da vorbeibringt und dich absticht Da würde ich mich nicht einmischen Mich sticht keiner ab Ich bin King von Raupen Franky ist da hinterher Die Raupen haben sich aufgelöst, oder? Nein Oder sind die im Geheimen unterwegs? Im Geheimen Sind das auch noch zwei Leute wie die Yadis? Undercover Kickbox Das sind viel mehr, als du zählen kannst Biti, Mila, Demba Ich Und ich Ich war aber Runner Du warst kein Runner Du warst niemals Teil des Herzens mit Herzen Du warst nie mit Herzen dabei Du hast unser Herzen gebrochen Genau, du warst auf Juni's Seite Da hast du uns Parkverbot geklemmert Ich hab das gar nicht mitbekommen Nur weil du arbeitslos bist Das stimmt gar nicht Was ist denn hier los? Wer ist das? Habibu, lass mal Fahrrad fahren Ich hab euch mal ein paar Bier vorbeigebracht Damit ihr mal schöne Haarschnitte bekommt wieder Ach, du bist der Friseur? Hi Er ist mobiler Friseur Ja, genau Bezahlt ihn gut, den Jungen Ey, noch nicht mit Werden Mila, das ist der Friseur Ja, wollen wir den jetzt eben schnell töten? Weh Oh Oh nein War schnell Liebes Unity Team Hiermit entschuldige ich mich dafür Dass der Wind so stark war Und ich zu weit geflogen bin Das war nicht meine Absicht Dankeschön So Wir achten schon mal Wie früh Das war nicht youtuber Was geht ab zu Lava? was geht bei dich ich bin ein fahrrad gefahren und gerade weil der wind sehr stark und dann bin ich ein bisschen weit geflogen weil der wind hat mich getragen du bist auch so leicht wie ein feder ja mit meinen vorne dass sie mich immer fettlack vielleicht ist sie noch leichter weiß nicht mila kommen dann bei mir wir haben die budget ja hätte ich auch gern wo ist jetzt der hässliche schwab ich hab doch keine ahnung hat das sind durch hässlichen menschen ich hätte bei mir gesagt sehen alle gleich aus hier aber das weiß ich besser halt was soll das denn heißen ja benzinkopf und was wollte bei der patrol von euch allgemeine fahrzeugkontrolle wohl das machen wir haben mich mein kaliber 50 abgezogen und 25.000 gibt es halt ach das ist ein piena zeug ihr seid wir sind nicht gleich wir haben nur gewisse rücklage wir haben einfach gut gewirtschaftet wir haben ja 16 millionen hat er geklaut ja weißt du wo der schwurbild ist ich habe ihr geklaut nicht wie das ist ein hässling ich habe ihm gesagt dass die ui kommt jetzt geht nicht im hell nee dann ruf er den james an oder so ich habe die nun noch nicht ja dann ruf ich den james oder den skuldi an oh fuck ich wollte nicht auflegen fuck skuldi hab ich auch wofür haben menschen telefonen wenn die nicht drangehen hallo wo ist denn der schwabel skuldi äh der ruft einfach zurück der tut gerade kurz ja ich habe ihm gesagt dass der duri kommt ne und der holt einfach ab äh was soll ich ihm sagen er soll er kommen ja der soll er selber wo er kommen äh ja gut soll ich der slava guckt mich schon so böse an ich glaube ich bin im speich da kann er noch kein frühstück ja 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 ich sage ihm bescheid und was geht so ach so ok anscheinend nicht viel ach du jetzt mit rutsch ich dachte du bist am telefon ihr russischen mitbürger seid nie gerüstet darfst du kurz stören Jorlinski darfst du kurz reden ja komm schon oder darf ich auch unbedingt zuhören nein ok nein äh kannst du mir das Jorlinski meint du kannst mir das Foto auch geben Foto? ach schon ja ja warte ja ja ich glaube das ist weiter mit dem Foto das könnte es rauf schielt meint sie? kann passieren meint sie dass der neidisch wird? ja 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 ich werde nicht ein einschwert schon wieder eifersüchtig da muss ich direkt meine Wut rauslassen ja äh warte wo habe ich das Foto ja habe ich gesehen Händchen halte mit der manne gar nicht weil der hat mein Näschen gekaut der darf deine Nase nicht klauen das Koks war zu teuer ja oder warte ich muss dran schrauben ich schläge jetzt wieder auf ich habe Business mit Slava ja dann küsst ihn doch ja ich habe gesagt mhm schwubbel grüße was ist mit dir? kriegt es bei dir im Kopf? ja ich musste schnell Dinge ins Leo hat er Hilfe gebraucht man kann die Rüste nicht warten lassen in dem Nikolaschnikov oh oh mein doppelte Preis äh ja sorry ja was wolltest du nur mal fangen äh was braucht ihr jetzt eigentlich also was braucht ihr allgemein von mir ihr braucht bestimmt eine Phase Vorlagen ne? ja äh was genau alles? alles bevor du erstmal das machst musst du erstmal die Hälfte anzahlen damit du überhaupt gearbeitet ja da müssen wir da brauchst du einen kostenvollen Schlag du Idiot ja das ist mir schon klar aber das wir doch erst ausgerechnet wenn man hier die Vorstellung hat da musst du jetzt kurz sagen was du haben du willst ne so ne Shisha Ecke haben mit Sitze ah 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 dann ist drückt die Stange eine irgendwo paar Automaten ja Automaten was denn der Kader? was? Tomaten? was? Tomaten die Automaten die Automaten die zu spielen wie so ne Spielhalle ne ach das was wir im Office oben haben weiß nicht ob ne das sind der Kader Automaten ne? oder meinst du die? ich hab keine Ahnung wir haben auch dieses diese komische Karten Spiel hier Bingo? ja dieses weiß nicht diese diese Poker oder wie der heißt ja Poker keine Ahnung ich hab nicht verstanden wie Fuss sind hier Schwabbel nimm diese Kader Automaten die sind eh umfunktioniert für die Slot Maschine ja dann nehme ich die da ich weiß nicht welchen ja die mit dem Affen und so ach so du weißt welchen ne Uri? ja der ist so bei dir zuhause stehen ja und ne kleine Bar oder? ja kleine Bar Shisha Ecke strebt die Stange hast du Gewerbeschein? ne ich hab das er hat das alles das ist immer noch mein und der zahlt die Miete genau ich bin nur der Geschäftsführer sozusagen dann ja dann einfach dann können wir das einfach verbuchen dann mach ich von dir hab ich ja alles soweit dann mach ich dir das Angebot fertig und dann gucken wir ok dann gib ich das Geld einfach dann rüber ok aber schätz mal somit mal locker 3 Millionen ne? ja je nachdem ich weiß nicht genau wie groß das ist müssen wir mal vermessen ach ne das DOG hat doch bei euch schon vermessen oder? hm die wollten sich melden nur nochmal neu vermessen hat sich bisher keiner gemeldet wir waren grad bei DOG und haben Vorkostrechtsantrag abgegeben und? willst du mal sehen? ich hab Spittelfinger gemacht warte ich zeig dir mal wie viel wollen die Hanfüber aus? keine Ahnung haben nur nichts gesagt ich zieh das eh von den Steuern ab mir egal ist da irgendwo ne Schlange hört die das auch dieses ne ne bin ich jetzt bescheuert? weiß ich hab's kurz gehört aber das hat sich nicht an der Schlange angehört zeig mal du da hörst du Postlecode Mittelfinger ja guck mal Bild ja du ich kann nicht auf das Bild drauf gehen weil du hast es selbst abfotografiert das Dokument ach so ich sag keine hehehe 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 äh Dexas bist du noch am Stream? Mach ich guck hehehehehe hehehehehe Kann doch sein, dass du Meta machst Warte, ich muss dir was schreiben Kann man mal machen, oder? Hab ich auch gerade jetzt erfahren Dann bin ich mal gespannt, das wird bestimmt abgelehnt Oder die haben so viel Angst vor euch, dass sie das annehmen Nein, das geht zu Friedhof Warte, ich wollte dich da antun Ja, ich hab bis heute nichts gehört Ja, die wollten nochmal neu vermessen kommen Er drückt mich weg Gibt es mittlerweile ein offizielles Dokument? Das, was du da gesehen hast, kann ich mir bekommen Wow, immer noch nix Ja Ja, dann ist das ja mit dem Bar schon geklärt Du kriegst einen Vorschlag wieder Und dann zahlt er das aber Und muss 1 Dollar Miete im Monat um mich zahlen Mach 31 Schwabbel, hast du überhaupt Kohle? Ich merke mich da immer Äh, ja, ja Bist du mehrfacher Millionär? So, ich geb dich was dazu Ich hab ja noch James Also James und ich haben genug Bier zusammen Ist James nicht Bitcoin-Milina? Also sollte... Ist James nicht Bitcoin-Milina? Ruhe Bist du neidisch, ne? Soll er die auch rauskaufen? Oh, das ist der Urgelder Vargas Hola, amigos Grüße Äh Was macht ihr meine Embarion? Wollst du die Begrüßungs-Purito? Wollst du die Begrüßungs-Purito? Aber warte, ich wollte nur noch Habt ihr meine Paderhose gefunden? Die hast du im Gesicht Oh, danke Oh, der die Aldi-Fleck beleidigt Die was? Das ist die Flag von den Nadis Ist doch eh nur noch eine Yadi Nee, zwei Das ist die Yadi Ich kenn nicht Ja Ja Der Junge fragt ob der Güphyslav und der Jonyslav unterbrech sind Weil der Slav ist gerade older Achso, ja Güphytri ist glaube ich noch schlafen Okay Was mit dem anderen? Der Jonyslav ist unterwegs Ja, die wollen den mal kennenlernen Weil der doch aus ist It's only gang Ja Kommt aber nie alleine Immer meistens so mit Güphytri zusammen Sobald Sobald der Äh Güphytri irgendwie wach ist oder so Dann sag ich dem Bescheid Und dann Okay Okay Was machst du? Jo Ich treffe mich gerade mit jemandem Okay, du bist nachher Jo Ciao Na die Russen sind nicht unterwegs Hallo Freunde Hallo Ach, hast du die rote Kapi genommen? Hast du nicht schwarz gemacht? Du tot? Nee Milla haucht mich an Ich will gucken ob du Dämmer küsst hast Achloch Okay Du stinkst nicht nach abgefaultem Pimmel Pick dich Ach Dämmer Du bist mein Cousin Mit dir würde ich sogar Mille teilen Okay Okay That's strange Falsch Ich habe gesagt ich würde nicht dass ich es tue Wenn du so bist Milla dann Ja Gibt es eigentlich ein Los Santos hübsche russische Frauen? Oh ich mag das Ich habe keine Ahnung Vodka 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 Titen Also Jonislav und dieser Güffetri sind nicht unterwegs Da musst du bescheid sagen wenn Slava noch immer oben im Haus ist dann kommen die vorbei Wenn die unterwegs sind Ja wann sind die unterwegs? Ganz spät eigentlich So gegen zwölf meistens Hola Chica Willst du auch mit nach Bootsbach? Oh Mashallah du bist gar keine Frau Hier bei Milla Milla du musst den Mann Milla Ja alles cool Ja da drin ist ein Patron Ja da drin ist ein Patron Was willst du Fettsack? Boah Jumme Jeder nicht auf Gewicht Ich will meine Burrito einstechen Du Asche Ah die Enttäuschung Ventero Ähm Das ist so ein Clown-Zirkus hier ne? Ähm Ich suche später an ja? Was Clown-Zirkus hier ist der Name? Hola Esel du kommst an meine Barrios Ja Mascano unos Problemos Ich bin von der Hammer jetzt an mir Auf den Hintern Decks auf Okay Bonfili Okay sag ich Bis nachher Ja Du musst dem Friseur noch Geld abnehmen Schutzgelder Damit der hier in das Haushalt arbeiten kann Ähm Wir haben gesagt Ich mach alles überall der Nase Er alles unterhalb der Nase Er macht auch Schambehaarung Ich hab schon gefragt Nein Er macht Bad und ich mach Frisur Ich wollte ein Dreieck da unten Nach unten zeigt Zu meinen Lippipps Kuba Ja 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 Kannst du tanzen? Kann Kann Zeig mal Tanzen Moment Ich muss mich kurz drauf vorbereiten Ähm Was denn Milau Ich hab mit Kuba gesprochen Ja Ja Mit dem Urgel der Vargos Ich tanze jetzt Ich glaub der tanzt lustig Ich glaub der tanzt lustig D D D D D Was ist denn Milau? Oh so du bist schon fett Okay ich soll von Obo-Ridi sagen Du geile Decksau Warum haust du mich? Aua Ja du hast gegen meinen stehleinem Körper geklatscht Du solltest das sagen und nicht machen Ja aber wie sag ich ein Katscher? Was ist denn was zur Hautzeit? Der Typ tut mir voll leid ab vorne Der steht am Warten auf uns Der hat eh keiner Bart Wer ist denn das? Das ist der Friseurtyp Den du gedroht hast mit Motto Ja was will der denn noch? Der Typ hier tut mir leid dass er uns anhören muss Soll ich mit dem Quatsch? Wer das Lava? Der hast du besoffen und hört uns nicht zu Ja Was redest du mit mich? Siehst du? Sissi Du bist immer eben weg Du bist zurück zum Laden Er warte John 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 warte Der Magelda mit Pass auf Milo Ich hab da hinten beim weißen Auto einen Dollar verloren Kannst du mir den eben holen? So Warum muss der das machen? Ich weiß warum Ich weiß warum Warum Mila? Weil ich hab ein peinliches Jugendbild von ihm Ich hab ein Kinderbild von den gefunden Was glaub mehr Tipps? Hier will ich dir keiner lachen so Hast du gefunden? Nein Kuba zockst du noch RP? Ja Komm mal zurück in die Unity kommen Ja Du bist besser Danke schön trotzdem Ich kenn dein Geheimnis zum Nächsten Rennst du auch für mich Erzähl mal das zum Beispiel das Wissen Ich hab ein Kinderbild von denen gefunden Ja Das war wirklich sehr peinlich Du warst über dem Zuhause Ja Ach schön Hallo 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 Hola Amigo Ja Du gehst ne Ja okay dann nicht Hey warum Mila erzähl mir zeig mir das Ja warum kommst du denn nicht mit mir? Sag komm mit Weil ich nicht dein Hund bin Ja aber jetzt kommst du doch So Ähm Guck mal Kann ich sagen Nehmen den großen Mann Rechts daneben Von oben ne? Ja Schickt euch ein Bluetooth Ja ja Hier Ja ja Da ist der John Wer davon? Der ähm Also im roten Shirt der erste quasi Also neben dem erwachsenen Mann Von links? Ja Das ist John Das ist John Nein In was für einem Was für ein Team ist das? Nicht sagen Ich kann lesen Das kann ich euch leider nicht zeigen Da stehen ganz böse Sachen drauf Hab ich gefunden Wir sind neuerdings verboten auf Twitch Und deshalb macht er alles was du sagst Ja Kann der auch von nichts zu essen kaufen? Hm? Ja Caro Sag ihm das einfach dass du das hast Aber du darfst nicht zu vielen Leuten zeigen Weil sonst hast du nichts mehr in der Hand Weißt du? Ja ich rufe den an Okay Ah 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 ja Geil Ich muss dir das jetzt zeigen bei Familie Wenn der fahrt Aber es geht gut ja aber Dann rum Das müssen wir jetzt alle 10 min machen Bruder Hm Aber wie gesagt Aber wie gesagt nicht weiter zeigen außer er macht nicht was du sagst Äh Ist die Disse drin im Chat? Hab auch was gegen dich? Du hast nichts gegen mich Und ab Basteln Na das hier Du bist ja mein Ambarius Das hast du gebastelt Das ist meine Farbe Das ist meine Farbe Das ich bin das nicht Das bist du ja wohl Gar nicht Du bist gemein Du bist gemein Ich bin nicht gemein Was kannst du mir ein Gefallen tun? Da vorne beim Auto Ich glaub ich hab da ein Dollar Jetzt mach ich ein Bild von dir Nein Und dann tue ich dir was im Mund vorzocken Doch Warte ab Warte ab Doch Und dann renne ich im Stadtpark rum und erzähle eben dass ich dich dabei erwischt hab Du bist so gemein Und ich verrate dir eben deinen Spitzname Dann sag ich jedem auch deinen Spitzname Meiner ist aber cool deinen nicht du schämst dich für deinen Du bist so gemein Komm wir gehen mal zur Bar Zur Bar? Zu welcher Bar? Zur Party? Zur Party Bitte Was macht ihr hier? Ich bin Slava am Suchen Ja die sind grad irgendwo hingelaufen Ja wohin sind die gelaufen? Hm Warte ich such dich Da Wo da Ja Jawohl die sind die Beine Ja aber wäre halt echt gut wenn man hier auch noch ein bisschen ab draußen hin machen könnte so Ja du kannst da so zum Sitz sein Ja ja machen wir ja genau Boah voll geil ne Ja Ach ja Kurt Der Preis für dein Vorkaufsrecht wird mit Willkür vom Gewerbeamt festgelegt Ja wie dumm Dann rede ich aber mit dem Bob Martin nochmal Weil das ist ja absoluter Schwachsinn Ja das wurde gerade von mir gesagt Das wird mit Willkür vom Dings festgelegt Aber hier ist Bean da der soll sich beim DOG melden für Bewerbung für Anwalt Ich frage den wenn ich den sehe Weil Fritoch meint er soll sich bewerben das wird lustig Aber ich meine ich hab den vorhin gesehen Ja wenn die denen ein bisschen helfen und durchboxen Der wäre der beste Anwalt Keiner Bock auf den Bist du angeklagt wegen mehrfachen Mord und dann Bühn Der wird euer Firmenanwalt Der wird euer Firmenanwalt Slava du kennt den doch gar nicht Warte Ruf den Mann Ok ruf du den dann Da müssen wir hin wo sein Auto auch kommt so Mein Fahrrad Mein Fahrrad Wo fahrt ihr hin? Hä? Hä? Du wolltest doch zu irgendeiner Bar Ich frage welche Bar du sagst Ich hab keine Bar Wir haben eine Bar hier im Junkiepark Die schon offen? Nein nur nicht aber die planen gerade Achso Ich wollte zu Cody's Ich komm auch gleich dahin Ok Ich komm auch Uuhh Schicke Kapi Uuhh Uuhh Fuck here Schicke Kapi hast du einen Ja auch 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 und dein Rucksack und dein Schiss Uuhh 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 Ja, Slava ist an deiner Baustelle das hier, herrlich. Willst du denen das wirklich antun, dass ich da rumfusche? Ich hab Angst vor Slava. Das versteht dich. Warum hast du Angst vor Slava? Er sieht aus, als hätte er damals Auftragsmold für die Wurste schon mal vergemacht. Woher weißt du das? Hab gegoogelt. Ich hab dich nicht aus einer Doku gesehen. Du hast es auch gesagt, jetzt muss er dich um die Ecke bringen. Das ist eine Raiderscap. Slava ist mein Freund. Ja, mit dem kommt man da super zurecht. Also ich konnte mich gerade gut mit dem Verständigen. Ich glaube, der hat einen richtigen Prügel in den Hosen. Wir verstehen uns, oder? Slava. Mein Prügel heißt Olga. Olga, it's only gay. Sieht aus wie ein Kinderarm mit einem Apfel drin. Olga Witschikowski. Nein, hört Olga Masloch auf. Doch dich hast kröpst da. Meiner heißt Jochen, der Knochen. Meiner heißt Tor 3. Mr. Bean ruft an. Ja, Mr. Bean. Hinter Tor 3 ist der Zonk. Stimmt, man kann den Außenbereich machen noch, ne? So, Chili Mini. Jacuzzi. Schwabbel, das ist teuer. Wird halt ein bisschen günstiger, wenn ihr den Müll und so selber weg... Ja, das rühren wir alles selber weg. Wie die Haare. Mr. Bean ist auf dem Weg. Ich weiß, dass er teuer wird. Achtung. Was verdient der jetzt für einen Anwalt für euch? Okay, nicht? So viel. Aber Juri. Gut. Juri. Ja, ja, ja. Da musst du aber gleich auch mit dem Mr. Bean dann zum DOJ fahren, ne? Der soll den Leitstern anrufen wegen Bewerbung. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Du weißt ja, wie der redet. Aber das können ja nicht für Deutsch. Es gibt einfach nur mal vom Friedhof. Ja, da ist er. Oh, hallo Mr. Bean. Hallo Mr. Bean. Wie geht's, Teddy? Hi. Slava, das wird unser Führung anwalt. Teddy, du hast... Das ist gut. Du hast... Der kann zumindest schon keine Geheimnisse ausplaudern. Ja, warte. Ich hab grad mit dem keinem Friedhof gesprochen. Du sollst dich bewerben bei DOJ für den Anwalt. Das ist Mr. Bean. Hast du gehört, Mr. Bean? Ja, dann gib dem doch am besten mal die Nummer vom Friedhof. Ja, kann der schreiben? 5, 5, 5? Ja, dann versteht er, natürlich. Der versteht das. 4, 6, 6, 4. 8, 2, 2. 4, 6, 6, 4. 4, 6, 6, 4. Dann ruf den mal an. Dann ruf den mal an, sag du willst dich als Anwalt bewerben. Und sag dem bloß, dass du auch Mr. Bean bist, ne? Ja, schmerz, schmerz, schmerz. Ich hab mit dem Telefon nicht gerade vor 5 Minuten. Der meinte, du sollst dich bewerben. Bean. Wird der Teddy dann auch am Wald? Teddy. Der wird... Dings. Ja, du musst einrufen, Mr. Bean. Der Typ heißt Friedhof. Ja, der macht das gerade. Der versucht so. Ich glaub, der wurde weggedrückt, wollte er sagen. Wo ist denn sein Auto? Der Friedhof hat Verhandlungen. Also Gerichtsverhandlungen. Boah, ich könnte echt als Übersetzer arbeiten, ne? Dolmetschert. Das müsste... Warte, sonst muss Deoji anrufen. Dann muss ich auch mit Friedhof, der weiß ja Bescheid. Deoji hat ja nicht. Ja, das ist wo wir haben. Sonst muss ich einfach mit Friedhof ein Terminal. Aber der ruft zurück an, sobald er sie. Also, du hast den Glauben nicht gemacht. Dass er für einen Anwalt wird, oder? Nein, im Gegenteil, hab ich gesagt. Das ist ein kluge Schachzug. Was, wenn er den Test nicht besteht? Welchen Test? Ja, für die Anwaltsdizenz. Wir haben genug Geld, dass er den Test besteht. Warte. Übrigens, ähm... Kontakte, Pax, wo ist er? Weil ich euch ans Herz legen kann, ne? Wegen Gifidri und Johnny Slav. Wer ist das? Ja, du wolltest doch das Slavali kennenlernen. Ach, das, ja, 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 ja. Das sind gute Security-Menschen, ne? Oh, warte, ich hab eine Idee. Ich hab eine... Ah, warte, klingelt. Aber die hören immer hart was. Ja. Der Vollgäu? Wieso glaub ich dir das? Alles unter 230 langweilig. Privet, Herr Padrino, ich hab... Bist du noch Anwalt? Brauchst du einen Abzug, B? Wirdest du mir einen sehr, sehr großen Gefallen tun und eine Person zum Anwalt ausbilden? Den Herrn Bien. Ja, sehr verständlich. Wir sind gerade am Junkie-Park. Er soll Schutzwestern ziehen. Ja, ich reiß deine Kollegen in die Scheiße, egal. Die können sie selber verteidigen. Sind Kollegen. Sind Anwälte. Absurd. Ja, dann... Dann merke ich, wenn du fertig bist. Alles klar, bis später. Da. Der hat gerade Gerichtsverhandlungen mit seinem Kollegen, weil sein Kollege muss ja erst... Ach, egal. Aber er würde machen, er würde auszubilden, kein Problem. Ja, aber Mr. Bean kann nicht so viel quatschen. Ja, brauche doch nicht. Also, zur Not, wenn irgendwas ist, dann sollen die mich anrufen, oder der soll mich anrufen, der Mr. Bean, und ich übersetze den das. Das kriege ich noch hin. Ja, der meldet sich, das ist Padrino hier. Der war früher auch ganz hostierend bei DOG. Der hat jetzt eigene Anwaltskanzlei. Und macht auch Azubi-Gedünscheiße hier. Der meldet sich, sobald er die Verhandlung zu Ende hat, dauert ungefähr halbe Stunde bis fertig ist. Äh, Mr. Bean, was hältst du denn davon? Findest du das gut, oder? Ja, musst du mit dem Schaff mal Kohlen rein. Was heißt was? Ich glaube, der wollte damit sagen, dass ihm das gefällt, und dass er das gerne machen möchte. Richtig? Wenn ich richtig bin, dann sag ich, Boah, ich sehe schon Fischer ausrasten bei einer Verhandlung. Ich sehe schon Fischers Ader abkopfdrucken. Dann fliegt er sofort wieder zurück nach The Island. Wie The Island? Der war von mir, der Fischefisch. Der meinte, der wäre ein Rehaar gewesen und so. Der ist erreichbar? Ja. Ich habe auch schon mit dem telefoniert. Der war im Older bin Rehaar. Oh. Das klingelt sogar. Ach stimmt, wegen dem Piddy, ne? Ja, ich mache mal kurz im Übrigen Schiss. Danke. Previert. Ich meine, also, garantiert besser wie Ihnen. Ja, ich habe schon gerade gehört, Sie waren in The Island. Er hat eine Freundin, die heißt Fukin Park. Nein, nein, ich stehe hier im Junkie Park. Mach ein lieber lang. Zubuku! Eto! War gut gewesen? Auf Reha? Wegen was? Da müsste ich auch hin. Da sollten wir alle mal hin. Aua! 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 Nichts passiert! Nur Schramm am Fuß. Aua! Und Gesicht geplatzt, glaube ich. Aua! 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 Almost kind of haussecommand! Ja, das ist so. Haha! Ja, bitte. Ich muss krank los. Ich bin hingefallen. Was hast du passiert? Wie, wie das denn? Aua. Muss ich zu dir kommen? Ja, du musst mit dir machen. Ich komm bringen was zu essen mit. Was zu essen mit? Äh. Nur 5 Börgen Cola können mein Peen trocknen. Okay. Cody, schnell! Ein Notfall! Ein Notfall, Cody! Ein Notfall! Cody, 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 komm schnell! Der Kölz ist im Krankenhaus. Der braucht Essen. Schnell, schnell! 5 Burger! Ja, genau! Und E-Cola! Okay! Danke! Kölz, bist du noch ein Tiffo? Willkommen schon gleich! Willkommen gleich! Ich und der Demba! Und dann steicheln sie über den Halbkanzel! Oh mein Gott! Hey, Nana! Es ist schon okay, ja? Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich puste, okay? Ich mach Ei! Ei! Ich lösche auch das Bild, okay? Hey, Nana! Okay, dann behalte ich's halt! Hey! Bitte! Bitte! Ich bin da! Wir sind im Krankenhaus! Okay, bis gleich, ja? Packsam! Mr. Lost MC! Was? Leute vom Lost MC! Ja? Könnt ihr bitte auf mein Bike aufpassen, dass keiner klaut? Kommt drauf an, wie lange! Ich hab das grad geklaut, das darf nicht geklaut werden! Was ist denn los? Ich bin in einem Fall im Fahrrad! Was bist du? Voll auf die Fresse! Was hast du? Voll auf die Fresse! Dann komm mal kurz mit! Komm mal mit mir hin! So! Voll auf die... Ja! Guck mein Gesicht dann! Voll hässlich! Oh! Aber das war schon vorher so! Bist nicht hässlich! Kann ich dich mal abnehmen? Ja! Komm ja, ich drück doch mal zurück, so! Ja! Kannst du mir mal deinen Ausweis zeigen? Ja! Ja, bitteschön! Das K steht für Gewalt! So! Dann möchte ich dich bitten, dass du dich da drüben hinsetzt und dann kommt gleich ein Doktor und nimmt sich deine an! Ja? Ja! Mann! Bei dir sah das jetzt aus, als du dich auf dem Boden rumgleiten, Alter! Ha, Ha! Ha! Ah! Wieder drei Stunden Pommes hier! Ha, ha! Aber jetzt habe ich Zeit vorzulesen! Yo Leute, Dankeschön für den Gifte-Zap Und der Masi, Dankeschön für den Prime-Zap Und herzlich willkommen in der Kürtis-Dahn Boah, ich hasse das mit dem Krankenhaus, ne? Ich hab da schon ein Konzept für eingereicht Äh, Scorpion Bro, Dankeschön für den Prime-28 Und yo Leute, Dankeschön nochmal für den Gifte-Zap Und Dankeschön für den We-Zap im dritten Und Ömikas, Dankeschön für den Gifte-Zap und Housy Und Braylon, Dankeschön für 100 Bits Und Domi Big, Dankeschön für den We-Zap im sechsten Und Simba, Dankeschön für den We-Zap im neunten Hallo, hören Sie mich? Ja, alles gut bei Ihnen? Ich bin in den Ballen Ich bin in den Ballen Äh, wenn Sie mal Total überfordert, Junge, innerhalb von zwei Sekunden Boah, wenn ich nicht ich wäre, hätte ich keinen Bock auf mich, Alter Hörst du es? Alles gut, alles gut Komm mal her, ich hab was für dich Doch, kannst du Na, bist du dumm Nein, bist du nicht Gummibärchen Bitteschön Gummibärchen Ich mag keine Gummibärchen Nein, was magst du dann? Ich habe Schokohide, Kekse, Schokoeis, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und Blini und Treppes Was ist denn, Lini? Lini ist was ganz Leckeres Möchtest du mal probieren? Das war mir schlecht Wieso, ich hab's dir doch noch gar nicht gegeben Ne, ich musste meine Ex denken, die hieß Lini Boah, das war ein brecher Möchtest du denn lieber eine Zuckerwatte haben? Ja Guck mal Und Kanadapfel Äh, gebrannte Mandeln Auch Gut, hier, guck mal Und dann kriegst du mal einen leckeren Keks So, bitteschön Dankeschön Haha, mir geht's wieder viel besser Siehste Und dann wartest du jetzt noch ein bisschen Wieso weinst du nicht schon hier? Ich dachte, es geht dir besser Aber Bein hat wieder wir getan Oh Guck mal Ich geb dir mal ein Heftchen Da kannst du ein paar Bilderchen angucken Hier Der Haar, der Hassler Guck mal Ist das der Hassler? Ja Ist das mit den Frauen, die man ausmalt? Ja, genau Haha, alle pink Guck mal Genau, malst du die alle an Ja? Hat die nicht verstanden, Alter Stifte stehen hier Guck, da im Becher sind Stifte drin Dann kannst du die alle anmalen Okay Okay, bis gleich Bis gleich Dann mal hier einen Strich Und da einen Strich Und da arbeiten die dann Und da sind die Und da sind die Ich hab Bauer Wo bist du? Krankenhaus Ich muss dich jemandem vorstellen Billen Der ist Papier Ja ich kenn den schon, der mit dem langen Haar Achso, ja, weißt du auch wie der heißt? Brett Bratterson Na ja, ja, ja Na gut, okay Heißt der so Brett Bratterson? Warte, wie war nochmal dein Name, Jung? Warte, nochmal Jack Bradford Ich hab keine Lust mit dir zu Opa will die Bunker Opa will die Bunker Ich hab Auer am Bein Ronny, sei leise Ja genau, Ronny, halt die Schnauze Ich hab mich auch verletzt, ne? Ach Gott Ja, ich Ich hab eben auch mir sein Malheur passiert Boah Da haben 15 Leute auf mich geschossen Aber die Kette hat alle Kugeln abgefangen Okay, welche Kette? Du bist für mich Ja, vom Fahrrad, Fahrradkette Was will denn der Ronny schon wieder hier? Ja, wir sind zusammen unterwegs Wir sind halt im Partner, Luke Ja, wir machen heute quasi eine Vater-Sohn-Tour Das ist nur nicht dein Sohn Nee, aber Ich bin seine Mutter Halt die Klappe Okay Auf jeden Fall Aber der Hörter Mit meiner Schulter Wollte ich mich an der Tür jucken Das hat mich so gejuckt Taxi Und irgendwie war ich nicht angeschnallt Und dann sprang die Tür auf Und Dann schau es in die Fresse Ja Ach, ich Ich bin schwein, die Ronny hat dich geschubst Damit du erbt Meinst du? Mhm Ich bin aber nicht dieser Ronny Doch, du bist Ronny Ich bin Ronny ist ein Fußballer, Sir Warum bist du Fußballer? Ich bin noch nicht so alt Was bist du denn? Ein Mensch Okay, Ma'am Du kriegst gleich, Ma'am Da hau ich dir dein Gesicht nach innen Nee, mach dir das jetzt mal schön bleiben Null, lass dich nicht Hast du Bild fertig gemalt, Ronny? Was lacht du denn? Du Rasch Du Pitsch Wow Okay, das war too much Du weißt gar nicht, was das heißt Du hast nämlich Englisch für Bild Doch, Sir Heißt so viel wie Typ Du bist ein Knallkopf Du bist ein Knallkopf, Sir Du bist ein Knallkopf Du bist immer einmal Knaller im Korb Du bist ein Du bist ein richtiger Knallkopf Und du hast deinem Ohr blutet, weil du dumm bist Ronny, was hab ich dir für ein kölnisches Woch beigebracht? Popo-Kopf Ja, genau Du bist ein Popo-Kopf Und das andere, wie heißt das weiß ich nicht mehr Du bist ein Pop-Pirat Du bist ein Popo-Kopf Gleich trete ich dich aus im Leben Brauchst du fünf Verschubung zu bremsen Verpass 17 mal deinen Geburtstag Erkenne ich deine eigene Mutter nicht weiter Wenn ich mit dir fertig bin Bist du Hackfleisch, bist ein Patty Okay, das hat gesessen Weißt du, was mit meiner Mutter ist? Na klar weiß ich, was mit der ist Was ist mit ihr? Ich mal die gerade Hier, mal du meinen Finger Ich hab nicht Fingerfahren bekommen Wieso ruft der Holländer mich immer an jetzt hier, ja? Ja, guten Abend? Rogenes Dödelik, nögen nögen Mitten Wir sind gerade in dem Krankenhaus, warum? Ich muss mir nur schnell eine Salbe abholen Und nicht, was du wieder denkst, ne? So eine Salbe Nee Irgendeine Schürfwunde Du bist eine flache Salbe Äh, nee, der ist bei mir, warum? Du hast keine Freunde Du hast keine Freunde Ich schreib dir einen Distract gegen dich Okay, soll ich den Ronny rausschicken? Ja, schick den raus Ja, du sollst, Ronny, du sollst mal rausgehen Der, der Kies, der Kies, der ist, äh Ja, ich sag ihm, ich hab mein Brüschel verstaucht Wegen Auto Ronny Oh Mann Diese Idioten Okay, der kommt Bis gleich Hoffentlich verläuft er sich Du Kies So Da fahr ich mit dem Fahrrad Wollte einen Trick machen Und fliege volle Fresse Ehrlich? Ja Jemand hat mir Stützräder Dings locker gemacht Okay Ich hab eben, äh Das war bestimmt Dämmer Meinst du, der macht sowas? Bestimmt Ich hab eben mein inneres Chi Hab ich raus Gelassen Siehst du, wenn man vom Teufel spricht Aha Tag Tag Wie geht's dir? Ich hab Aua Mila, du musst mein Knie kusen, bitte Hey, was geht ab? Was geht denn, Bar? Das ist klar wie ein Freund Was geht ab? Ich hab keinen Was geht ab? Kestin, ich bin König vom Internet Ja Alge Wieso kommt ihr nicht dran? Der hat Schmerzen Lass ihn rein So, ich hab da ein Essen, ne? Ja, ich ess gleich, okay? Wenn der Kürtis jetzt drankommen soll Danke Alle Eins in den Chat Was? Was, kennst du? Ja, das siehst du doch Nur, ich hab Wachsmalzstift bekommen Er hat schon seine Farbe verloren auf der Haut Ich hab Wachsmalzstift bekommen Ja Und den Heft Den Hustler Hier kann ich ausmalen Wieso malst du dann hier wieder an die Wand? Mhm Äh, der Kumpa Ja Ich hab eben meditiert Mit so nem Guru Und da hab ich mein inneres Tsi rausgelassen Und hab das weitergeleitet bitte ja der opa braucht nur eine salbe ich brauche ein roboter bein ich habe einen reibekuchen hinten am ach so voll wie das ist da komme ich jetzt morgen dran das ist eine karte die glitzert wenn du die ziehst ich habe einen glühreck die türkische person oder türk guten tag bitte nicht ganz so laut ich habe sie bis zu den automaten gehört genau ja dann erst recht leise reden sonst wird es schlimmer ich mache auch hast du nur täte die schminkt sich aber auch immer dick du hast du kriegst du kriegst nur eine diote ab ich wollte jetzt was erzählen weil ich stolz war dass ich gut geflochten ich weiß es jetzt einmal auf die hausordnung hin in der hausordnung steht im krankenhaus hier verboten ist aufgrund dessen dass hier patienten wenn ja richtig deswegen brauchen sie hier nicht so schreien ich würde sie bitten das jetzt einzuhalten sonst müssen wir das ganze mit einem haus mit einem hausverbot ich bin verletzt du willst mir hausverbot geben ja das können wir machen sie dürfen nach einem hausverbot natürlich trotzdem noch zu verletzungen herkommen müssen dann aber das ems sofort verlassen wenn die medizinische behandlung darum verlasse ich das gleich sofort gut ich habe ihnen noch kein hausverbot ausgesprochen sprechen sie leise dann muss ich nicht machen so dankeschön da bist du sicher jetzt wie wie meinen sie das da bist du sicher jetzt dass du ein theater machst weil ich zu meinem kumpel sagt er so leise sprechen sie sind die person die hier die ganze zeit so laut sprechen ganz einfache nummer tun sie es nicht mehr dann bekommen sie kein hausverbot Warten sie ja mal ganz kurz auf den arzt bitte ich hole den mal schnell den lass ich ficken jetzt alter was hab die lass ich jetzt alle kaputt schlagen hier was ist das was Junge jetzt gebe ich den jungs was zu tun er aber treibt ja voll mit seiner mit seiner macht krank ausverbot soll man sagen bisschen leise bitte ja 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 die frist die hat wieder flinke finger die haben dann eine sicherheitsfirma falls zwei eigentlich nur falls zwei gangs aufeinandertreffen weil es halt nur ein großes krankenhaus in der stadt gibt und die sich hier nicht kaputt schlagen und so und die hausordnung durchzusetzen und das beinhaltet wohl auch dass man nicht an einer person vorbeilaufen darf und äh in normaler lautstärke sagen darf ne ruhe bitte oder so da hat er sich jetzt angegriffen gefühlt und ich mich jetzt auch kann man nur normal sagen Herr Kusch ja ja tut mir leid ich äh können sie mir erklären was das gerade war äh das weiß ich nicht aber wenn unsere Security sie darauf hinweist dass irgendwas falsch gelaufen ist dann halte ich mich da eigentlich raus ich hatte noch zwei Patienten auf der ETS den musste ich kurz auch mal erklären was bei ihrer Operation gewesen ist so ich dachte das dauert länger mit ihrem Gespräch da deswegen gut Herr Kusch was ist denn passiert ich bin mit dem Fahrrad richtig übeld aufs Maul geflogen ey das ganze sehen sie das am Bein ist alles aufgekratzt und ich glaube da sind nur Steine drin ach ein Stein dann wären wir den wohl mit einer Pinkzette rausholen müssen dann müssen sie aber tapfer sein sonst betäube ich ihnen das ne ich bin tapfer da sind sie immer alle tapfer wenn sie Spritze hören so ähm kleinen Moment ich muss hier kurz alles Status mal alles aktualisieren und ihre Akte muss ich auch nochmal finden so aber ich habe mir Angst überlegt ich habe gerade ein bisschen Welt hier gewesen deswegen Entschuldigung Herr Kusch ja ich bin ständig im Krankenhaus weil mir andere und schöne Sachen passieren wir haben schon öfter hier gesehen ich habe sie glaube ich auch schon mal behandelt ja ich glaube gestern mit dem mit dem neuen Arzt ja elektrisch da wurde genau Tetanus Impfung auch ja Patient wurde auf Tetanus geimpft genau so das war gestern ähm gut dann machen wir eine neue Akte heute ein VU mit dem Fahrrad und sie sind auf welcher Kniescheibe gelandet rechte Knie rechte Knie aber volle Möhre wie Flair aber volle Möhre meine Güte so dann schauen wir uns das mal in Ruhe an er musste erstmal kurz noch die Akte erstellen so volle Möhre was heißt denn volle Möhre so richtig mit Karacho Naja ich bin Ex BMX Profi und ich mache schon gefährliche Stunts ich bin an so eine Mauer drangesprungen hat aber nicht funktioniert und dann bestimmt aus einem halben Meter Höhe runter ja ja das Alter das Alter früher ging das alles immer so gut und jetzt bleibt man an der Mauer hängen beim nächsten Mal mach ich mir ein Stützrill da dran ehrlich so schlimm ne komm ne Herr Kusch so schlimm nicht ja das ist ach das kriegen wir ich seh das hier schon das ist ein kleiner Fremdkörper das mein Sohn ne das ist ein Stein ach so das ist ein Stein am Oberschenkel hier ist auch noch ein bisschen aufratscht das versorgen wir alles gleich alles das kriegen wir schnell hin das ist nichts Matisches so dann einmal kurz stillhalten und erzählen sie mal wie hieß denn ihre erste Freundin eigentlich damals warum wollen sie sich die klar machen sehen sie da haben wir den Stein schon draußen wollen sie sich die klar machen hat doch noch ein bisschen geziebt oder bitte wollen sie sich die klar machen ne ich wollte sie einfach nur abhängen dass ich den Stein schnell raus holen kann mir ist das völlig egal wie ihre erste Freundin ist aber die hieß Markus also null die heißt jetzt Markus Markus ja die war von Mädchen aha ist aber ein gewöhnlicher Name für eine erste Freundin aber gut so ist das eben so aber ich bin sehr tolerant natürlich die hat auch immer getrunken getrichtert die war Programmiererin aha okay verstehe die hat doch dieses Computerspiel gespielt Welt der Kriegskunst kennen sie da warten sie ich muss ich wollte gerade die Akte anfangen zu schreiben okay erzählen sie die war eine Nacht der Kriegerin und ihr Charakter hieß Schattenbund die hat ein Schwert und Schild das habe ich nicht verstanden was die haben ihren Charakter in diesem Welt der Kriegskunst spielen die war süchtig nach MMOs die war eine Nacht der Kriegerin und die hieß Schattenbund die hat ein Schwert und Schild und hat gegen Drachen gekämpft und mal eine Tränke getrunken ja das ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen verstehe naja die war voll süchtig die hat immer nur Haltbockets gegessen so dann die Hure die hatte mich betrogen mit einem Gnome die hatte Cybersex ich habe dir gewischt den Goldteilen nein nein jedenfalls nicht hier dann versuche ich ich helfe mal einmal kurz auf dann stellen sich mal hin und dann schauen sie mal gehen sie mal einmal bitte einmal nach oben und wieder zurück ja ich habe nur nebenbei geschaut ob es irgendwelche orthopädischen Auffälligkeiten noch gibt aber es ist nichts verrenkt gebrochen oder sonst wie aus ich habe von Natur aus schon hingebeint ja Spreiz Senk und sowieso Füße ja weil er zündlicher war es mein Hobby Straßenlatern auszutreten da habe ich einen Schlimm verletzt auf jeden Fall heute mit dem Knie nicht mehr ja ja großer, kleiner oder mittlerer Fängerschwur Mh Mh Ballabilla Indianer Ehrenwort Indianer Ehrenwort das nehme ich auch also ich hole meinen Cowboyhut und dann nehme ich das Indianer Ehrenwort Dann werden die Kiel geritten. Jetzt geht es aber ab hier. Dann sollte nichts mehr passieren. Okay, Dankeschön. Nee, nee, nee. Was kommt denn jetzt am Ende? Eine Rechnung. Wieder 50.000 Dollar. Zu zahlen? So viel kostet es nicht, keine Sorge. Guck mal, du bist ja alleine gekommen. Guck mal, das ist einfach ein Verband, eine Wundreinigung, eine Desinfektion. 5.000 Dollar. Und wir haben noch eine Schürfhunde und ganz am Ende kommt noch ein Angestellter dazu. Das bin nämlich ich. Und dann sind wir bei 900 Bares. Uh, das ist teuer. Wer das? Das ist schon teuer. Das ist teuer, ehrlich. Ich bekomme eine Stütze. Da muss ich mich nachher in meinen Stölding setzen und weinen. Wie viel bekommen Sie denn? 300 Dollar. 300 die Viertelstunde? Ja. Dann sehen Sie, haben Sie jetzt eine Dreiviertelstunde gewartet und dann sind wir schon wieder euer Plus. Dankeschön. Und weil Sie so tapfer sind und mir auch hoch und heilig mit mir gerne Ehrenwort versprochen haben, dass Sie... Wollen Sie Gummibärchen? Nee, Gummibärchen gibt es heute nicht. Heute gibt es... Ich habe Ihnen Gummibärchen gegeben. Achso, heute gibt es von mir eine Tasse Kaffee. Kaffee. Aber ich bin so schön aufgedreht. Für all die tollen Wettkämpfer da draußen, versuchen Sie es mal damit. Wattestäbchen? Wattestäbchen Battle? Die benutzt der Dungeon immer, um sein Heroin aufzuspritzen, damit die ganzen Sachen im Heroin rausgefiltert werden. Ansonsten können Sie es auch gerne bei Ihrer Freundin reinsteigen, wo Sie wollen. Okay. Viel Spaß damit. Ich werde die essen. Sie werden die erste? Ja. Ich tue den Zucker tunken und dann esse ich die. Ja, dann kommen Sie gleich wieder hier. Gut. Herr Kusch, wir sind aber ansonsten fertig. wünsche ich Ihnen gute Besserung. Dankeschön. Und ans Indianer Ehrenwort denken. Ja. Bitte? Ja. Okay. Das ist Fremdsprache. Ich habe gesagt, ich schwöre. Ah, okay. Juhu. Ansonsten komme ich echt mit meinem Lasse und fessel dich hier in der Besenkammer. Ich glaube nicht, dass Sie es zum Junkiepack kommen wollen. Das ist gefährlich. Das glaube ich in der Tat auch eher nicht, ja. Gut. Aber ansonsten, ich sage es jetzt auch mal Ihrer Freundin, ja? Nein, bitte nicht mich verpenzen. So. Sie sind die Begleitung von Herrn Kusch? Ja. Dann möchte ich Sie jetzt ganz medizinisch darauf hinweisen, dass Herr Kusch mir eben sein oberheiligstes Indianer Ehrenwort gegeben hat, dass er heute es ruhig angehen lässt, den restlichen Abend. Der lügt, der lügt. Gut. Ich wollte Sie nur darüber informieren. Okay. Die Konsequenzen... Vielleicht pritzen, wenn der nicht macht? Die Konsequenzen möchte er nicht erleben. Okay. Okay. Gut. Herr Kusch, dann sind Sie entlassen. Aber der muss arbeiten. Der arbeitet eben mit Ihnen von Moria. Nein. Hat doch einen anderen Aufmerksamkeit. Beutelung! Auf Land! Komm, wir gehen, meine Fans, die Beine. Ach, du hast ja wieder toll bekommen, Curtis. Ich habe ein Roboterbein bekommen, ne? Ja, so gehst du auch. Das ist immer steif wie mein Nacken. Mach selber runter. Nein! Ja? Nein! Da sind ganz viele Rote draußen gewesen eben. Die haben mein Fahrrad geklaut. Nein, da ist mein Fahrrad noch. Da fahren so viele... Dankeschön, dass du auf meinem Fahrrad aufgehalten hast, passt das wohl auch. Natürlich, kein Problem, Mann. Das ist echt nett von dir. Du Hure! Hä? Da, bitteschön. Oh, scheiße, danke. Kein Ding. Wenn du Drogen paust, kommst du zum Park. Ich meinte den Kerl. Bist du sicher, dass du Fahrrad fahren kannst? Ich bin noch hergefallen. Ok. Du Wichser! Das war ein Stützreder. Tut mir leid. Aua! Das war ein Stützreder. Aua! Das ist dann nicht. Oh, das Lakers Dress, die sieht so fresh aus, ne? Ei, ei, ei. Und die Tasche, Mann. Ja, ja, Schattenbund, das hab ich selbst reingepackt. Und die Tasche auch. Eigentlich hab ich diese große... Was ist hier los, Alter? Eigentlich hab ich diese große Tasche an. Versuch mal, morgen Redox reinzubach. Ach, morgen ist er frei, ne? Ja, Mann, ich hau wieder Redox rein und mach den Sound am Anfang aus. Boah, fette Jeezys mach ich mir rein. Schuhe. Schuhe wie du, wie du, wie du, wie du. Boah, ich heiße Angela. Oh, ich eh lobt da. Doch, ich möcht das aber sehen. Wer war denn da nun? Angela Anaconda, ne? Boah, es gibt so krasse modded Klamotten, ey. Ohne Witz. Hallo, Frau Niemann, ging mal lei. Ich möcht gern was kaufen. Ipofen. Und Bandage. Dankeschön. Ni hao. Hi, hera. Piu, 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 piu. mein freund ja du ich war im krankenhaus kunstrand gehen ich bin noch hingeflogen im fahrrad ich hätte hier eine staatlich bedienstete mitarbeiterin die hätte eventuell interesse daran das hotel zu kaufen hast du dir schon den preis genannt ist die vermögend aber sehr sozial engagiert bist du noch bei uns im park naja wir sind bei uns oben gerade der sommer der den preis sagen was denkst du dann oder willst du mal hochkommen ich kann hochkommen ja dann komm mal hoch okay ist die bei dir ja ja ist bei uns okay bis gleich wo sind alle mal vorne werkstatt beim bei garis ja der jury hat vielleicht eine interessanten für das total da fahre ich jetzt ja die wird das vielleicht direkt abkaufen so für dicke sommer sagt man ja warte am besten komme ich dann auch mit dahin dann hole ich dich mit moppelt ab ich komme eingefahren ja du weißt ja wo der wohnt ne aber ja unter uns sag mal was zehn millionen ja komm scheißdruck mal wir haben das so billig bekommen wir setzen hoch an wir setzen erst mal hoch an wir machen wir können unter uns ein mindes ding machen lass mich das ist ich pass auf sobald ich mein hau zu starten okay ich versuche die gerade nur zu erklären wie ich sagen das nicht nein du sagst dann einfach wenn der mit blümchen torte ja genau dann weißt du schon okay ich komme hoch dahin alles klar ist gleich gleich ja ich weiß dass du mich nicht mehr so gerne ist aber ich wollte bescheid sagen dass ich eben zum juli fahren und die anderen sind bei mir da die ist eine garage am werkstatt ich hab dich wohl noch gerne wie kommst du auf so bild sind weil du mit dem mond weg bist du nicht mit meinen hand ich würde ich den ball hat ein unfall hoffentlich ist er tot nein ist er nicht gefällst um juli solch gleich nachkauern ja kannst du mit dem mal machen juni komm da oder in bier fahren dann wegen unserem hotel weil wir kaufen das doch schon für pfauern okay du weißt ja wo du wohnst ne ja okay dann bis gleich bis gleich zu lü bruder wo sind die ganzen autos wo ist denn der sterling na fuck äh biohazard das sehe nur ich bei den anderen habe ich das gleiche t-shirt an nur in grau was der jivke manchmal getragen hat und eine schwarze capi anstatt die raiders capi und den normalen rucksack nein heute waren auch keine wette und chat ist müde jaja ich sehe bei den anglern vernünftig aus die gleichen klamotten nur anglertexturen da bin ich mal gespannt hoffentlich ist die flüssig also zehn millionen wieder werden das wird schmecken dann können wir weiter den junkie park ausbauen da bin ich nicht mehr so gut die flüssig ist die flüssig ist da bin ich nicht mehr so gut ich habe mich zu haben das war aber ich habe mich zu ich kann mich zu ich habe mich zu Du kriege! Ja, PaperCut hat große Probleme, ist aber mit solchen Mods, auch mit NVE und so, die ziehen zu viel Leistung für Rage. Das kannst du machen mit einem Dual-Setup, wenn du streamst auf einen Computer und zockst auf den anderen. Sonst hast du so ultra-low FPS mit Stream zusammen, das lohnt sich nicht. Also für mich nicht. Und die meisten Grafik-Mods, vor allem diese ultra-realistischen Dinger, sind auch nur für den Singleplayer gedacht. Wisst ihr, was ich mache bis zum nächsten Stream? Ich mache mal eine Sterling-Mod rein. Ich mache mal den richtigen SLS 300 Mercedes rein. Boah, Blut am Spock, ey. Klar ist da nett anzusehen. Guck mal allein hier, LA Roads. Die Straßen. Sieht viel, viel besser aus. Ich bin so froh, dass ich nicht mit voller Karol reingepfammelt bin. Aber wir hätten eine Medizinerin hier so, also kein Problem. Was hast du denn für eine Gangsterkarre? Das ist ein Hakucho. Gesundheit. Danke. Nach irgendwie Erkältung oder so? Ist Jun schon hier? Na, bei den Pankzern. Mila und Damba kommen auch gleich. Aber die müssen wir nicht ernst nehmen. Ich will nicht wissen, was du angestellt hast, dass du wieder am Humpeln bist. Ich kenne dich doch. Du hast mich doch am Fuß gepackt im Krankenhaus. Dann wolltest du meine Nummer haben. Was war an der Schulter? An der Schulter? Hat sich aber angefühlt durch Fuß. Aber ich bin nicht verwirrt. Auf wie viele Drogen bist du? Ich habe noch nichts bekommen. Ich war aber gerade Apotheke. Ich bin mit Fahrrad hingefallen. Warum bist du mit Fahrrad hingefallen? Weil ich Tricks mache und manche funktionieren nicht. BMX oder? Na klar, BMX. Ich bin Profi. Mit Stützrädern und Schnull am Mund. Stützrädern und Schnull am Mund. Warum kann ich mir das gerade richtig vorstellen? Ich gucke mal nach welchen Planeten. Wie heißen Sie denn nochmal, die Dame? Döner. Döner? Guten Tag, guten Abend, voll Döner. Lass du noch einmal zu mir so im Krankenhaus, dann kannst du liegen bleiben. Du, ich bin dran, bleiben gewöhnt. Ich lebe von Stütze. Nein, ich saß nicht. Okay, und Sie haben Interesse an den schönen Hotels in der Westside von Los Santos in der Nähe von Strat. Auch. Gott. Nein, ich haß kalt. Warte mal kurz. 61 für die 50, komm. Spiele deine Hand im Abflussrohr. Nee, mein Ohrbild gibt es ja was gerade vollgehört mit irgendeinem Scheiß und ich habe keinen Bock drauf. Dann verkaufen Sie mir doch einfach Ihr Funkgerät. Dann sind Sie alle sorgenlos. Ich handel. Ich soll dir mein Funkgerät verkaufen. Na klar. Irgendwas denn? Oder wie viel? Was? Ja, so viel ist das nicht mehr wert. Also. Da lohnt sich das doch gar nicht, oder? Ja, doch. Ein Dollar ist besser als kein Dollar. Aber ich habe einen Milch, ey. Ich habe Wattestäbchen. Oh. Haben Sie sich das doch bisher schon angeguckt? Die Dame. Bitte? Kennen Sie das doch bisher schon angeguckt? Ey, nur von außen bis jetzt. Okay. Oder wo ich da war, wenn ich mal hier verarzen musste. Wissen Sie, wie viele Zimmer dort sind? Vermute mal viele. 16. 16? Ja. Okay. Und die sind auch alle neu möbliert. Okay. Komplett neu wahrscheinlich. Und auch neue Fenster, neue Türen. Ja, auch neu gestrichen. Alle. Ist komplett renoviert halt, alles. Okay. Außentool für die Kinder. Also ich denke mal, man kann auf jeden Fall mehr pro Zimmer verlangen als wie das Pincage. Ja, pass auf. Beim Pincage ist es so, ich weiß nicht, wie viele Zimmer die haben, aber da kostet die Miete 35.000 Dollar. Was? Und die haben das komplett ausgebucht, ne? Und die haben nicht mal einen Schlüssel für die Türen. Hm. Und die wünschen sich alle Schlüssel und würden sogar noch mehr zahlen. Genau. Was wir aber dann halt haben mit unserem Hotel momentan. Okay. Plus, dass wir die gute Lage haben. Die Heizung. Man hat direkt am Strand, man hat direkt einen Kleidungsladen in der Nähe, direkt einen Liquor-Store. Kälte Tomaten, das Bahamas ist in der Nähe. Das Bahamas ist in der Nähe, genau. Die Kirmes ist in der Nähe. Die Kirmes ist auch das war bei euch, ne? Ne, 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 da haben wir am Steg. Am Pier. Ach so. Aber bei euch war da auch irgendwas, oder nicht? Ja, da ist ein Freizeitpark. Ein Freizeitpark. Beide. Sorry. Beide. Okay. Also man kann die Miete, auf jeden Fall, man kann mehr nehmen als wie am Pincage. Okay. Ich würde sogar, glaube ich sogar behaupten, dass man sogar 50.000 nehmen kann von der Miete da. Da Interessenten haben wir ja schon, ne? Das ist kein Quatsch. Der Herr Washington zum Beispiel aus dem PD, da haben wir schon viele angefragt. Okay. Oder zum Preis habt ihr da noch vorgesehen? Ja, das ist halt die Frage, ne? Ja, genau. Wir können ja mit offenen Karten spielen. Wir können ja sagen, weil die Uri hat das halt mit seiner Baufirma alles gemacht. Da können sie die Preise einsehen. Was das gekostet hat. Wir haben insgesamt, war Bannert, ich glaube 16 Millionen für nur den Ausbau. Werte hat gerade seine Freigabe gegeben für Binnen. Sehr gut. Dass Patrino Ausbildung machen kann. Du, was hast du, das Ding gekostet, das Motelhotel-Ding? Der komplette Neubau und so? Warte. 14 oder 16 Millionen, irgendwie so war Bannert. Binnen habe ich letztens zwei Teddybücher geschenkt. Ja, wir wollen, dass der Anwalt wird. Und Patrino, hier dein Herzblatt, soll Ausbildung machen mit ihm. Soll ich mit Patrino reden, dass er das ja ganz lieb sein soll, zur Bienen? Ja, 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 ja. Warte, da haben wir das Angebot. Hat insgesamt 16,1 gekostet. Also schon eine Stange gilt. Wir haben noch echt lange gespart dafür, um uns das leisten zu können. Das war ein absoluter Traum. Das Ding ist, ich kann ihnen auch noch anbieten, dass wir uns quasi auch darum kümmern, wer da alles einzieht und mit dem Bezahlen und haste nicht gesehen. Also... Eintreiber. Nicht nur Eintreiber, sondern quasi, wir managen das Hotel quasi dann für sie. Wenn sie das wollen. Naja, jetzt gibt es ja diese Kum-Schul-Life-App, ne? Genau. Dadurch ist es natürlich noch einfacher, sich Bewohner zu suchen, die dort einziehen möchten. Das sollte alles gar kein Problem sein. Ähm, ich glaube, das Vorkostrecht da hat gekostet 400... 450.000. Jetzt ist die Sache, jetzt hätte ich Ihnen gerne erst mal, nachdem ich Ihnen alles erzählt habe, hätte ich Ihnen erst mal gerne das Vorwort gegeben und hätte gefragt, ob Sie immer noch Interesse daran haben, nachdem Sie die ganzen... Wenn Sie mit dem Sieger aufhören, ich kann mir das nicht ganz... Zahlen gehört haben, ich muss gerade... Kannst du mir... Kannst du mir... Ja, komm her, komm her, komm her. Du, das geht gar nicht. Komm her. Wir sind doch alle vom Sam Holtz. Ich bin Marie. Ich bin Köln. Das geht gar nicht. Das stimmt. Ich bin der Enkel. So, pass auf. Alle, wir sind nur höflich, ja? Nachdem das jetzt alles gehört hat, wollte ich dir zuerst die Chance geben, damit du sagst, okay, ja, möchte ich immer noch haben oder möchte ich nicht haben. Ich sag mal so, ich sag mal so, das hört sich ja ziemlich interessant an. Ja, also, wenn ich das mir in Anführungsstrichen ja dann von euch dann kaufen würde, würde ich das sowieso wahrscheinlich so machen, dass ich dann mit daran beteiligt seid, weil ich dann eh nicht dazu kommen werde, dadurch, dass ich eh teilweise viel zu tun habe. Aber du musst doch, du musst doch das Geld, was du investiert, wieder rausbekommen. Ja, aber ich muss das nicht von heute auf morgen haben. Ich kann das auch in den nächsten Monaten haben. Das ist sowieso eine langfristige Investition. Ja, so oder so. Das bin ja. Das ist eine Immobilie, man, damit bist du abgesichert. Genau. Irgendwann hat man das abbezahlt und dann kommt Plus. Deswegen hätte ich dir erstmal die Chance gegeben, auch damit du erstmal sagen kannst, okay, nachdem ich das jetzt alles gehört habe, der Ausbau und, 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 wie teuer das war, bin ich da überhaupt in der Lage dazu, Geld rauszurücken und wenn ja, wie viel kannst du rausrücken. Und dementsprechend hätte ich dir gesagt, okay, das geht klar oder nicht. Sag eine Million. Eine Million? Ja, mit einer Million, da beißt du auch selber, da kommen wir nicht hin. Zweieinhalb? Zweieinhalb. Ja. Nein. Das sind zwei Monate. Ihr habt einen Nachteil. Sollst du euch den Nachteil sagen? Was denn? Sie weiß, wer das bezahlt hat. Der Hund ist doch egal. Nee, nee, das ist scheißegal. Das ist seit gestern geklärt. Der Pfann kam nämlich zu uns und meinte, oh, der will kein böses Blut und nur mal bei Null empfangen. Da passiert genix. Das Ding gehört einfach uns und wir wissen alle, was da an Geld reingegangen ist. Ähm. Der kann man mir nicht sagen, ich würde vielleicht so fünf Millionen mehr zahlen. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich werde in Washington irgendwo wohnen. Nein, nein, der will dann, der will einziehen. Ja, bitte. Der hätte mich gefragt nach einem Ausbau für die Qualität. Ja, aber vielleicht will der Vermieter einfach nur eine Wohnung haben. 50.000 im Monat ist halt gar nichts. Guck mal, wenn du jetzt überlegst, du hast alle Buden, sag ich mal, voll, ne? Und du vermietest sie im Monat, machst du im Monat 800.000. 7.50. 7.50 sind halt nicht 16. 16 mal 5? Ja. Kann ich jetzt nicht rechnen? 7.50. Jetzt verkaufe ich mich nicht für blöd. Nein, 800.000. Echt der? 800, ja? Hä, bin ich dumm? 1,15 sind 500, 6,15 sind 300, also 800. Ja, überleg mal, 800.000 soll er im Monat nur ein Mieter. Wenn alle wissen. Wenn selbst ich würde mich da einmieten. Hm. Ich frage, wie gut man da drankommt und alles. Will ich noch ein paar Freunde fragen, ob ich mir was leihen kann? Oder, hm. Wieviel brauchst du? Viel lang. Unter 17. Ja, für 17 kaufst du meine Blüte, ich weiß. Dafür zeige ich keine 17. Was habt ihr euch denn vorgestellt, so preistechnisch? Ja. Bevor man sich hier immer in eine Million höher geht, das dauert eine, keine Ahnung, drei, viertel Stunden oder so. Ihr müsst ja, ihr müsst ja, ihr müsst ja, ihr müsst ja irgendeinen ungefähreren Preis haben wollen. Also, ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke und ich meine, du weißt ja, dass wir quasi nur die Dinge bezahlt haben, ne? Ja. Und, ähm, da das eigentlich nichts zur Sache getan hat, was wir bezahlt haben oder was wir nicht bezahlt haben, sondern einfach, was das Objekt an sich wert ist, ähm, wenn man 800.000 im Monat rechnet. Ja, aber du musst es aber so sehen, wenn ihr in Anführungsstrichen das betreiben würdet in meinen Namen, würde ich euch davon ja auch was abgeben. Ja, ja. Keine Frage. Ja? Keine Frage. Aber ich wäre locker bei 14 bis 15 Millionen. Ja, der fängt hoch an. Ja, gut. Das werde ich nicht zahlen. Bin ich ganz ehrlich. Brauchst du anderthalb Jahre, bis du Geld wieder drin kassst ungefähr. Von an, wenn du noch Teile abgehst, brauchst du zwei, drei Jahre, bis du Geld drehen kassst. Ja. Was wäre denn deine absolute Schmerzgrenze? Was du sagen würdest, was du investieren würdest in das Geld? Also wirklich, absolut. Fünf Millionen mindestens. Ja, wir reden gerade vom höchsten. Nicht vom mindesten. Acht. Also das Klinge ist nicht abgeneigt. Ich kann das nicht allein entscheiden, Johnny. Mit acht komme ich noch nicht hin. Dann... Wer muss gar nicht hin? Das Ding ist, guck mal, man sagt ja... Ja, ähm, das dauert immer bis man da wieder das Geld dadurch reingeholt hat. Aber man weiß, guck mal... Das ist aber acht Monate Spielzeit, ne Laura? Das ist ein Nebenverdienst, den du die ganze Zeit da rauskriegst, ne? Okay, ich steck aus meiner Tasche eine Bilder drauf. Ach du bist... Dann sind wir bei neun, ne? Na. So, das heißt, ihr habt immer noch an Cash raus mit euren Unkurs, mit allem drum und dran. Achtung, Karp. Einen Moment, warte mal. Jetzt muss er den Broker anrufen. Bruder, verkauf die Gamestock-Dinger! Ja, aber das ist doch so. Im Endeffekt, ihr habt knappe 500.000 investiert. Das heißt, ihr habt 18 Karp-GW. Naja, da steckt auch nur ein bisschen mehr dahinter. Ja, das ist richtig, aber... Guck mal, ist wieder ein Geschäft, zieht wieder irgendeine Giratten an, die dann kommen und sagen, jo, du betreibst den Hotel, zusammen Schutzgeld. Ne? Und da stehen wir halt hinter und dann passen wir darüber auf. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Und Johnny? Kurz und schmerzlos, ne? Hm. Du sagst, wir managen das mit. Ja, klar. Zemio. Und dann ist das deins, wenn wir managen. Ja, aber... Zemio managen aber dann kostenlos, ne? So, das würde ich auch nur fair empfinden. Was? Dass ihr nix haben müsstet. Das bin nix, wir besorgen einfach die Leute. Und wir kümmern uns auch darum, wenn irgendeine Ratte oder irgendwelche zu dir kommen und sagen, jo, du bist in der Westside, du zahlst den Schutzgeld an uns. Sonst machen wir den Laden hier dicht und gehen den Leuten hier auf den Sack. Boah. Ja, das ist... Doch Schutz musst du immer bieten. Bei jedem Scheiße werbe. Ja, Schutz muss ich bieten. Aber wenn du überlegst, was uns an Stress einbringt wegen anderen Gangs, du hast den nicht gesehen. Wegen Schutz, was dann auf uns zukommt, was passieren sollte oder was passieren kann, wenn wir in irgendeinem Krieg dadurch irgendwie kommen, ist das echt scheiße, ne? Was, wenn irgendjemand mit euch Krieg einfindet? Du, du weißt nie. Schick Bienen vor, der regelt das. Ich würde, also wie gesagt, der will Bienen gerade dazu wirklich. Ich würde, ich würde, guck mal, ihr wart, du warst gerade sowieso, also ihr wart gerade sowieso schon bei neuem Mio, ne? Und ihr wolltet uns das managen lassen, lasst uns das einfach 10 Mio machen. Wir managen das aber nicht für ewig viel Geld, sondern für einen kleinen Beitrag. Okay, was ist aber, wenn wir das nicht einhalten können mit dem Managen? Wieso sollten wir das nicht einhalten können? Okay, dann kann doch immer irgendwas passieren. Dann fällt der Betrag weg. Der Nebenbei-Betrag, den man an uns zahlt. Fürs Managen. Das ist die einfachste Lösung. Ja, oder eure Anteil fällt dann einfach weg. Ja, okay. Da wäre ich auch mit einem Verstand. Ich hätte das Ding nur für 4 Millionen verkauft, Alter, weil mich das gar nicht gibt. Ich glaube, dann müsste ich meine Bank gerade rufen. Also, ich sage ganz offen und ehrlich, also 10 Mio war wirklich meine absolute Schmerzgrenze, ne? Du kannst den Gottes fragen, wir haben vorher telefoniert. Mich hat gerade jemand angerufen, der hat Interesse an der Villa und würde 20 Millionen zahlen. Ach, war eigentlich die Scheiße? Wer soll vorbeikommen? Er hat gesagt, er überlegt es sich nochmal und ruft dann gleich wieder an. Da gibst du aber eine Schachtel kippen und Solarium aus, ne, Juri? Da kannst du aber von ausgehen. Was, du gehst auf Assi-Toast oder? Ne, natürlich. Du hast doch Sonne hier. Und vorher bitte nur richtig, ja, getafelt in der Bude. Aber das ist Party. Da kommt Mela und Dama. Ist doch zu? Du kannst doch gerne noch eine Nacht drüber oder zwei oder drei Nächte drüber schlafen. Ja, machen wir so. Ne? Ist ja, das muss ja nicht von heute auf morgen passieren. Weil ich meine, über so summen sollte man nicht von jetzt auf gleiche Zeit. Machen wir so. Ich will niemanden irgendwie in die Ecke drängen oder dazu zwingen, ne, sowas zu bezahlen dann. Ja. Hast du dich auf Fresse gelegt? Ja. Warst du im Krankenhaus? Ja. Wer ist denn mal hier hingefangen? Hm. Warum? Weil ich meinen Arzt kaufe hinten ein Auto ab? Sie ist Ärztin? Ja. Ui. Da hast du. Übrigens, wenn er dann doch nicht das Hotel oder wenn er doch nicht das Haus dir kaufen will, ne, und du springst von dem Hotel ab, dann bietet dem ruhig unser Hotel an. Ja, dann können wir auch ein bisschen. Ja, dann werden wir die Villa hier haben, Bruder. Ja, wenn er die Villa doch nicht haben will für 20 Millionen, sag ich. Ja, dann sag ich, 20 Millionen kann ja Hotel kaufen. Alles, was über 10 Millionen ist, gehört mir. Ja, wenn du das verhandelst, okay. Ja. Ja, dann klar. Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Das heißt, ich kaufe dann die Villa für 10? Der Kiez macht's auf Geiselnamen, ne? Echt? Warum ist schon wieder Montag? Oder Dienstag? Oder Mittwoch? Oder Donnerstag? Oder Samstag? Oder Sonntag? Ja, warte, 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 warte. Aber Freitag war nicht immer. Mhm. Alle paar Wochen. Wobei, das hat sich eigentlich extrem abgenommen. Denk einfach drüber nach, überleg's dir nochmal, wenn du Bauchschmerzen hast und Dings dann Telefonieren und nochmal treffen. Ich kann nicht sagen, warum du das abgenommen hast, die waren im Knast. Die machen doch jetzt Autorennen. Oh. Mit was? Ja, mit Autos. Ja, um, keine Ahnung, Fahrzeugpapiere oder was? Okay, richtig. Soweit ich das verstanden hab, schon. Also, wie fahrst du denn früher? Ja. Ja, anscheinend. Ah, ja. Irgendwann ist halt der Pfann gezählt, dass die wohl die Cops rufen und so, dass da ein illegalen Straßenrennen ist und dann, ja, fahren die da um die Wette. Warte mal. Lass mich raten und lass mich raten, wer von den Cops wegkommt, der hat gewonnen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der darf das Auto behalten. Nein. Heißt du Amalie? Wer, ich? Ja. Nein. Gerade. Ist ein schöner Name. Das glaub ich dir. Ich bin aber die Marie. Die Ex-Vor von meinem Papa heißt Amalie. Achso. Die ist Handmodel in China. Marie ist auch schöner Name. Hat aber kein Kontakt mehr drin, ja. Okay. Vielleicht doch besser so. Ihr handelt mit Love Toys, hab ich gehört. Wer handelt mit was? Love Toys. Okay. Mit Raupeln und so. Mit Raupeln und so. Mit Raupeln aus Gummi und Fischenkugeln. Ach, Hubel in Bambusroh. Äh, Hubel in Bambusroh. Genau. Nein, Hubel in Bambusroh. Hubel in Bambusroh. Hubel in Bambusroh. Wir stehen hier und klären Millionen-Deal, als wir haben Dämmer dabei. Mr. Bean? Ja. Da. Ich hab ihm eine Ausbildungsstelle beim Dio die Klavier machen. Hast du mir Burger in den Rucksack gestopft? Ja. Wie du wolltest. Ich sag da jetzt nichts zu, ne? Ich sag da jetzt nichts zu, ne? Und... Ich bin dann wieder weg, ne? Hey, mach's gut, Johnny. Wir sehen uns. Was? Ist, ist Bean eigentlich noch da oder ist der schon... Der ist bestimmt noch da. Warte, ich wupple mal an. Wo soll der sich melden? Weiß der, wo das hier ist? Was soll der herkommen? Ja, ich weiß nicht, wenn Padrino Zeit hat. Kannst du Padrino mal fragen, ob der Zeit hat? Ja. Der hat gerade... Der hat gerade einen Termin. Oh, scheiße. Er hat sie schon erledigt, Mr. Bean. Okay. Aber die Stränge werden gezogen für deine Anwaltsdingster. Du kannst bei Praktikum. Ja, 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 ja. Ich hab ihm nochmal gesagt, er soll extra paar Teddybären mit dem für Bean. Ja, er wollte mit dem noch reden heute. Er wollte sich bei mir melden, wenn er kein Termin vorbei. Ja, ne, der ist gerade... Der ist gerade mit der Presse. Irgendwas. Ach, Presse. Ich glaub, wir müssen Jonathan groß lassen. Oder? Nö. Ist das ein hässliches Auto, Alter? Ja, ne? Der wird hässlich. Weiß nicht, was da reingekickt hat in den Lack. Lack. Warte mal, du bist doch Tierärztin, ne? Ja. Auch. Hängst du auf bei uns im Park ab? Oder warum sagst du das? Ne, ich bin sehr aufgezogen. Ach so, weißt du, was mir Cody gesagt hat? Wer? Äh, ich hab anscheinend bis jetzt mehr Geld investiert bei ihm, ne? So an Trinkgeld. Wenn er die Prozente mit dazu rechnet. Aber ganz ehrlich, Cody, wenn es dir einer verdient hat, dann der Typ. Definitiv. Der hat alles verdient. Du hast alles Glück in der Welt, was dir interessantes herrscht. Alles Glück. Ihr hattet jedes Retta-Huan. Wir bestellen immer Essen bei ihnen. Mittlerweile alle. Und wir kriegen ja, wenn das neue Krankenhaus irgendwann fertig sein sollte, mit einer kleinen Mensa, hab ich schon gesagt, dann kriegt er das. Dann kann er da auch noch. Müssen wir was machen. Ja, der zieht da jetzt um. Der kriegt da jetzt einen McDonalds. Mhm. Hat er mir erzählt? Ganz stolz. Mehr Muskeln als du. Geil. Dann kann ich mal abends rausgehen und wenn Mila pennt und einen Burger kaufen. Trotzdem möchte ich mehr Muskeln als du. Sieht aus wie der Döner schmeckt, aber scheiße. Die Käse ist das einzig wahre. Ja, die Barbequillung im Paletten ist auch gut. Ja, aber es ist nicht die Käse. Aber das ist zu weit weg von Stadt. Da gehen immer die Rucker hin. Jetzt fertig ist. Oh, dankeschön. Ach, ich muss doch bei die Käse schon anrufen. Ich muss doch Windeln mit Checks und so bestellen. Fällt mir grad ein. Nein. Doch. Ja, okay, warte. Entschuldigung. Das war Erdbeer und Bananenmilchhek. Da hast du keine Erdbeeren. Nur Mila darf Erdbeeren. Nur Mila darf Erdbeeren. Fällt dir nur mal anrufen, ab wann der Zeit hat, dass man das mit Bienen noch irgendwie abpassen kann, nicht dass er verändern geht oder so. Okay, keine Erdbeeren. Bienen ist noch unterwegs, ne? Ja, ich rufe das an, dass man Empytheramin macht in eine halbe Stunde oder so. Keine Ahnung. Ey, Juri, du hast fancy Schuhe. Ja, Schuhe. Danke. Juri, mach mal Rückenhocke. Das sind die vom Orthopäden. Ja, Breve, wann hast du ungefähr Zeit? Nimm doch Stehengepäckchen, sonst rast dich aus. Los! Jetzt sofort! Wir sind an meiner Villa oben. Also du kannst hier hinkommen, dann gucken, dass der Helbin dann auch hier hinkommt. Das ist kein Problem. Also an die Teddybärndenken. Teddy! Genau. Warte, sie gehen. Kommst du jetzt direkt hoch? Ich bin mal Footballspieler. Ja. Alles klar. Okay, dann sagen wir alles Bescheid. Alles klar. Ja. Dann bis gleich. Deswegen hab ich auch die Streifen in der Sicht. In so ungefähr 10 Minuten müsste Herr Bean dann auch hier sein. Okay, ich rufe den an. Die Mann übrigens nicht sieht da mal, weil du ne Brille aufhast. Ach, was du nicht sagst, du Schlaumeier. Ich hab doch die ganze Zeit gesagt, dass ich ne Brille aufhabe. Ähm, sie haben gleich ein Gespräch oben bei Miruri in seinem Haus. Können sie so hier sein gleich? Boah, du weißt, wie lange ich mit dem Auto brauche, um da hochzukommen, ne? Ja, du hast 10 Minuten, oh. Das ist doch nicht so weit. 10 Minuten? Ja. Ich versuch in 18 da zu sein. Okay, du weißt, wo der hier wohnt? Ja, ja. Das, äh, ja. Der Palast, ja, ja. Ja, genau. West Highway. Ja, ja. Bis gleich. Weil der Kerl es nicht wir sind. Wir sind die Knightriders. Das ist mein Cousin. Wir sind bekannt für absolute Horsepower. Ja. Ja. Wir treten nämlich auch so. Genau. Boah, das Schiebenbein. Aber ich bin vergeben. No Chance. Warte, du hast auch ganz sexy Schuhe an. Ich? Ja. Ja, ich hab Fußentlüftungsphase. Was sind die? Das sind die Sicherheitsschuhe Adeletten 2000. Ja, das ist gegen Käsefußis. Genau, Entlüftungsphase hab ich momentan. Weiß noch nicht, ob das so schön ist auf dem Motorrad, aber okay. Brauche ich nicht. Das ist Automatik. Diesel, ja. Botanik, ja. Jetzt weißt du, warum der Stützräder Motorrad hat. Und das ist Mila. Ich bin Mila. Du und Dila aus der Stadt. Wenn ich komme am Mount Sebas, baust du was? Wir haben... Ähm... Koks und Weed. Koks und Weed. Koks und Weed. Koks und Weed. Und weiter haben wir geschieben. Koks und Speed. Koks und Speed. Also einmal alles. Was hab ich nicht? Aber ich brauch nur Überpuffeln. Überpuffeln hab ich auch. Was habt ihr nicht? Ähm... Noch keine Babygiraffe leider. Stimmt. Du. Kannst du... Kannst du... Kannst du kleines Goldfischglas besorgen? Für Mr. Bubbles? Wer ist Mr. Bubbles? Unser Goldfisch? Nein, das war mein toter Goldfisch. Nein, das war mein toter Goldfisch. Wie heißen die neuen zwei Goldfische? Magnet haben wir den eingenommen, der der tot war. Der eine heißt Magnet. Und der andere ist Miss Bubbles. Du kannst doch schon eine Babygiraffe besorgen. Warum heißt das Magnet? Magnet und wie? Weil der war tot und ich hab den wiederbelebt mit Autobatterie und sag dem ist der magnetisch. Oh Mann. Ja. Ja. Ich hab den in den Hosentaschen. Ja, wir haben den Ball immer. Den Goldfisch. Okay. Guck! Guck mal! Guck! Hier! Er sieht... Der ist nicht tot, der schläft nur. Er sieht schön aus. Wunderschön. Mittagsschlaf. Genau. Er macht Mittagsschlaf. Nein, nein, nein. Er macht Winterschlaf. Ja, Winter. Er macht Mittagsschlaf. Ist ja gerade erst Anfang Februar. Ja. Und ich wollte mir eine Babygiraffe kaufen. Ja. Aber? Eine Babygiraffe. Ja. Und mir ein Orangutan. Du bist ein Orangutan. Also ich hätte noch eine Anaconda zu verkaufen. Nein, wir brauchen keinen Schlag. Die haben wir alle schon. Dann laufen wir mal daran vorbei. Aber nicht so groß. Dann laufen wir mal in dem Terrarium vorbei und die sagt... Pssst. 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 Wir sind nämlich Paselmüller. Ah. Wollt ihr meinen Zauberstab sehen? Ist aber nur ein Ast. Nein, nein, nein. Lass die Kruse an. Nein. Danke. Nein, das ist mein Tick-Tack, Lille Pips. Wir haben noch einen Zauberstab. Okay. Äh. Ja. 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 Ich glaube, ich würde ihn trotzdem nicht sehen. Tut. Der ist auch ganz schwer zu sehen. Soll ich den zeigen? Ja. Hast du Lupe bei? Hast du eine Heckenschere hier? Ich habe eine Känze hier hinten. Wir haben ein Rasenmäher hier unten. Ach stimmt, soll ich gerade... Ich komme... Ich komme am... Was ist denn heute? Montag. So als Arbeitslose weiß man nie, welches Tag ist. Puh. Aber... Ich komme... Du, ich komme Donnerstag. Und mit Rasen hier. Schlafer, bist du Donnerstag auch da? Ich? Ich kann zugucken. Ich rufe auch Memel dann. Er bringt seine Ziegen mit. Die grasen dann. Die grasen den Rasen. Ja, das... Ja. Entschuldigung. Was? Aula. Ich habe so einen Tick. Trick und Track. Ich bin ein großer Vorwitz im Fallen. Deshalb darf Mila sich schon nie die Füße rasieren. Weil ich stehe auf königliche, haarige Füße. Füße. Die muss auch immer einen Cape tragen, wenn sie zu Hause in grün ist. Und die muss den Ring im Hals haben. Und ich bin Ollum. Ich bin Ollum. Das Monster. Das macht ihr also abends zu Hause, ja? Ach, wir machen noch ganz andere Sachen. Du sollst in unseren Keller sehen. Das geht aber niemandem was an. Ich glaube, das will hier auch niemand wissen gerade. Du solltest mal unseren Keller sehen. Das ist der Punkt, wo ich zu Hause fahren sollte. Wir haben sogar eine Streckbank. Andere haben Sonnenbank, wir haben Streckbank. Das sehen wir auch gerade. Deshalb laufe ich immer so Kerzen gerade. Und manchmal haut Mila mich mit einer glühenden Kerze auf den Arsch. Mit einer glühenden Kerze? Ja. Kein echtes LED. Wieso kann ich meine Arten sehen? Warum? Danke, dass jetzt meine Hülle voll ist. Pirouette. Statt Zigarette. Was machst du? Dein Herzblatt kommt gleich hier hoch. Wer? Sammel den Brett an. Nein, das ist Patrino. Kommt hoch. Wenn der Frank geht, sagt Bescheid, ne? Na, das ist... Lack, ich komm. Guck, was ich für Schultern hab. Das ist... Nein, das ist es. Und noch mal zum Metall. In Versteckung, da sind Vagos. Noch mal zum Metall, wenn du vielleicht... Nein! Nein, das ist Herzblatt. Alles gut. Alles gut, das ist Patrino. Das ist dein Loverboy. Ja, wir müssen nur noch auf mich. Ich hab' die Kippe wegflitzen. Ja, der kommt mit seinem Motor Dote ein bisschen. Der hat keinen V-Akbi-Turbo. Ja. Aber da ist er schon. Der kommt doch. Ich glaub' es ist abgeschlossen, ne? Also, auf und guck. Bitte fahr den nicht an. Wie soll ich hier gleich rauskommen? Gar nicht. Und bitte hänselt Mr. Bean nicht, okay? Der ist ein sehr loquenter junge Mann. Hi, no? Hallo? Mr. Bean, komm her! Hi, no? Was ist denn das? Mila, soll man dir mal zeigen, wie man sich begrüßt? Ja. Steh gestanden? Steh gestanden! Mund auf! Das ist wie ein Unfall. Und dann auf den Arsch. Ja. So macht man das bei uns im Ghetto. Ja, aber das ist ein... Also er ist mein bester Freund. Guten Abend Mr. Bean. Bean. Das ist Bean. Der Mr. Bean will anmeldebern. Das ist doch schön. Bean, wie geht's Teddy? Teddy! Wo ist Teddy? Da hab ich es doch letztens gegeben. Bean. Boah, so tiefgründige Gespräche, ne? Ja. Da sprült er die Weisheit nur aus seinem Mund raus. Und er zählt auch. Hä, ich kann... Ich antworte... Das ist mein Cousin. Ja. Der war im Gymnasium. Hier, ich bin's. Ich wollt nach oben zeigen. Hier. Da! Ah, ja. Kann man uns ernst nehmen, Alter. Lass mein Ding schwingen. Kann ich irgendwie leider nicht sehen. Zu klein. Ja, das ist wahr. Dafür sind wir bekannt. Dafür sind wir bekannt. Dafür sind wir im Guinness-Buch der Weltrekorde. Darf ich... Darf ich... Die Junkie Park gewonnen? Ja, wir wollten das letzte Mal gegen die Koppers im Fußball spielen. Ja. Aber die sind nicht auf dem Platz aufgelaufen. Okay. Was heißt, ich hab dann gewonnen? Na klar haben wir gewonnen. Ach ja, Mr. Bean ist übrigens unser Schiedsrichter. Okay. Okay. Wann ist das nächste Spiel? Ich weiß nicht. Kreisliga C ist immer so ne Sache. Okay. Hab das mal probiert hier mit Palito irgendwo hier? Palito Esti? Meinst du, die können Fußball spielen? Weiß nicht, ob die es können, aber die haben bestimmt Zeit. Aber wenn wir verlieren, haben wir zu. Gerade nicht. Wird der Heimfall. Was muss man denn überhaupt im Stadion von Los Santos machen, um eine Anwaltslizenz zu bekommen? Äh... Erfolgreich die Prüfungen bestehen dazu. Ja, können wir da ein bisschen an die Antworten drankommen für Geld? Ne, leider nicht. Also ich hatte mit Friedhof gesprochen. Er meinte, es gibt eventuell so Paragraphen-Ausmalbilder für die Prüfung. Ach so. Teil! Genau. Ähm... Von denen ist mir nichts bekannt, von dieser Prüfungsvariante. Also ich hatte vorhin mit ihm telefoniert. Ich weiß nicht. Ja, ja. Also er... Meinte, jeder hat eine Chance verdient. Ja, natürlich. Ihr müsst doch irgendwo ne Quote erfüllen, ne? Padrino? Gabin? Also auch sehen tut der ja schon wie ein richtiger Anwalt. Mhm. Ja. Und vertreten tut der auch, der hat auch keine Ahnung. Oh, und das richtige Auto fährt der auch. Ja. Er hat Akten immer dabei. Er hat immer alles dabei. Na klar, alles ist auf seinem Autodach geschnürt. Ich könnte nichts verlieren. Ich könnte nichts verlieren. Könnte ich mal wieder Funk mal anmennen, glaube ich. Da sehe ich genauso. Die Politik in Los Angeles ist absolut kein Profe. Was denkst du mal? Ja, und das ist für die auch. Ja. Da haben sie recht, Mr. Bean. Das ist doch immer, er gesagt hat. Ja, hab ich doch gerade wiederholt. Ja. Achso. Ja, 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 ja. Sei jetzt nicht so unfall, nicht zu mir geholt. Du bist egal. Ja, ne, ist nicht egal. Kannst doch nicht verlangen, dass er seinen Schwanz raus holt. Warte, was? Was? Du kommst genau im richtigen Moment wieder. Ich weiß nicht. Ja, okay. Das ist der Herr Bean, der würde kein Anwalt werden. Okay. Bean, Padrino, Padrino, Bean. Bean. Ähm. Wie hoch ist der Wortschatz außer Bean und Teddy? Der redet doch flüssig. Schmisch, mach, schmisch. Das finde ich auch, Mr. Bean. Das ist Pase im Mund. Ihr versteht ihn nicht? Ich verstehe ihn. Okay. Das liegt vielleicht, weil ich nicht so eine Bildung habe. Wo ist Teddy? Das hat man aber jetzt verstanden, oder? Ja. Das war ja Straßenjoggen. Ja. Ich liebe euch. Was war's? Ich liebe euch einfach. Moment. Hä? Entschuldigung. Aber jeder liebt uns. Ja. Ja. Und alle lieben Mila. Komm schon weiter. Konzentual Quoten. Auch. Mich? Mich? Na, mich liebt keiner. Ich war keine? Das... Das geht durch nix an. Haha. Das war ne knifflige Lage. Ich bin altnotisch. Ich liebe es! Der ist übrigens bei uns an der Südtribüne. Mila? Ja? Ja. Magnet lieb ich aber. Wer? Unser Polsch ist... Unser Polsch ist... Corona mit Fisch. Rumpelhase. Huuu! Genau. Ich mach mit Magnet auch. Ich glaub ich brauche eine Sekunde für mich zu sapplen. Ja, hol dir mal ne Flasche Wodka. Du bist doch nur Schwein. Wine. Teddy. Da Mr. Beem will auch ein Glas. Ich will Haram. Oh, das Haram hat er gesagt. Ich glaube, der nimmt eine ganze Flasche am Essen. Okay? Ja. Ja? Ach so. Mila, wenn ich dich jemand schnucken nennen sollte und der Hase pupst, dann knall ich ab. Wollt ich dir mal helfen, Mila? Ich glaube, du musst ein bisschen Druck machen. Der ist nicht so überzeugt von Mr. Bean, ne? Das ist wirklich schade. Aber vielleicht im Friedhof. Ist der beim Department of Justice? Der hat eigene Umweltskanzlei. Ach du, boah, dann hat der Kohle. Aber 10 Millionen sind in Ordnung, Juri. Das sind 6 weniger und die ganzen Bauarbeiten sind schon erledigt. Oder was sagst du? Ah, das ist grad schwierig, ne? Muss grad gucken, wie der Verdienstgrad auch so ein bisschen ist, ne? Wie was? Staatsbedienst, der verdient grad nicht so viel, ne? Wir Staaten, na klar, verdienen viel. Leider nicht, ich weiß was. Wir sind arbeitslos und wir konnten uns das leisten. Ja, wo er recht hat. Hat er nicht ohne mich. Was hältst du dem für einen guten Preis? Das ist halt schwierig. Also ich hätt... Der ist der, der ist guter Preis, ja. Also ich hätt schon so Richtung, weiß nicht, so... Ich glaub 8 ist schon... Musst grad sehen, ihr habt ja 7 Kalb, habt ihr halt Gewinn da dran, ne? Und das Problem ist, du musst grad einen Käufer finden, der dann halt so viel auch bezahlt. Das ist halt meistens das Problem. Es geht halt genauso wie in seiner Villa halt auch. Ja, ich guck. Die sollte drüber nachdenken und ich rede... Du musst halt Käufer immer kriegen, das ist ein Problem, halt. 8,5 ist in Ordnung. Weil das ist halt so, ne? Das Ding halt da dran... Es war... Wert ist klar, unser Villa hier hat auch einen Wert von knappen 50 und die werden wir niemals dafür kriegen, halt, ne? Und das ist halt das, was du immer gucken musst, dass du halt auch einen Käufer findest, der fuhr. Der Bean? Ich hab was für dich. Wo ist er hin? Da, steht er doch. Echt? Ja. Überlegen, wie mich das... Ja, bitte. Teddy? Ja, mag, geht's dir gut oder juckt in dem was? Ja, ja, ist cool, ist cool, ja. Wie krölig. Ja gut, ich muss jetzt langsam in die Stadt dann. Ja, wegen dem Preis, ne? Denk drüber nach, dann meintest du dich bei Juhl oder so und dann... Genau. Da finden wir schon eine, gut. Ich hab Arbeitslussengeld. Hast du eine Nachricht bekommen auf Handy? Ja. Ich mach hier jetzt meine Milchchekso. Und meine Chicken Nuggets. Oh, Chicken Nuggets. Taddy! Taddy! Juri? Ja? Wir reden die Tage dann nochmal weiter darüber bringen. Ja, ja, machen wir. Dann kannst du das jetzt nicht nur für den... Dann kannst du das nicht nur für den, oder? Das ist mein couleur. Ja. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao. So, zu, zu, zu. Sorry. Fahren wir? Fahren wir? Ja, befallen. Bin versuchelt. Wachat, wachat. Ich geb dich voll an mit dem Blaulicht. Geil. Ich hätte einfach über diese Motorräder früher fahren müssen. Was sagst du denn zu dem, Herr Green? Das ist doch Potenzial in ihm. Das ist eine, bestimmt eine Herausforderung für alle Beteiligten. Also wenn man denen die Partment of Justice stellt, fällt der nicht auf. Ja, da vielleicht nicht, aber in meiner Kanzlei. Ja, der soll halt Kunden akquirieren, ne? Der ist so gut in deinem Job, ne? Der wird jede Verhandlung gewinnen, weil alle keinen Bock drauf haben, mit ihm zu diskutieren. Ein interessanter Ansichtspunkt. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir ihn durch die Prüfung kriegen. Der hat mal Vitamin B. Wie sonst? Ja, ich hab da kein Vitamin B mehr in der Prüfung. Wer macht die Prüfung? Wie viel kostet es, die Prüfung zu diskutieren? Also Friedhoff. Friedhoff und Parks und Armstrong nehmen die ab. Parks und Friedhoff, die kann man garantiert so ein bisschen so Amstelung, keine Ahnung. Der hat aber nicht gegen den Brett. Schleifschleißer. Genau, die stellen wir nämlich her. Kann man denn nicht eine Sonderregelung finden für besondere Menschen? Tada! Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn Mr. Bean sich anstrengt, kann er vernünftig Straßensackung sprechen? Sicher? Ich hab den schon oft sehr zu sprechen hören. Bean. Seht ihr? Das war ein Wort. Ja, das reicht doch. Warum ist jemand dann unten? Bean. Vielleicht gibt's ja eine Art Dolmetscher oder so. Der alte Juni ist Dolmetscher. Der versteht alles von dem. Da, wenn man zu verredet. Assalamuleikum. Fein im Westen, Giffy. Was ist los? Yes, salamay. Giffy! Ich kann... Ähm, pass auf, äh, Curtis. Ich hab extra jetzt noch mal zu dir gesagt, die soll noch mal in der Nacht drüber schlafen, ne? Ja. Ähm, damit wir noch mal mit unseren Leuten drüber quatschen können. Mhm. Ähm, weil der eine oder andere hat ja sowieso noch was anderes damit vorgehabt, weißt du? Ja, bin ja, bin ja, bin ja Mühlekorb, ne? Ja, allgemein auch. Ich will das nicht einfach verkaufen über deren Kopfen weg. Ja, das wird so, das entscheiden wir sowieso. Aber mein Argument ist halt, dann nehmen wir die Kohle und machen den Park. Weiter. Ja, schon, aber auf langfristig käme ja auch dadurch Kohle rein, weißt du? Ja, aber überleg mal, 800.000, ne? Mal acht, acht Monate, da kommst du nicht mal dran. Mann. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das sogar drüber nachdenken, das für 8,5 zu verticken. Weil wir hatten das vorher. Ja, lass einfach mit alle Mann quatschen. Genau, lass einfach mit alle Mann quatschen. Der eine oder andere hat schon auch noch eine Idee, woran wir oder nicht denken. Ich habe gerade Juri auch gefragt nach seiner Meinung, ich vertraue dem Typen. Der hat auch so gesagt, 8,5 so ist vollkommen in Ordnung. Weil das ist, du kriegst nie den Preis raus, den du gezahlt hast. Nein, natürlich nicht. Wir haben uns ja nichts gezahlt, aber... 8 Millionen Dollar, Mann. Ich versuche, ich habe maximale für uns rauszuholen, was geht. Ja, lass einfach mit alle quatschen. Wir quatschen mit allen. Jeder soll seine Hilfe dazugeben, dann ist gut. Okay. Gut, alles klar. Bis gleich. Jo. Bye. Nuck, nuck am Finger. Aber vielleicht wäre das eine Idee, so. Nuck, nuck. Wird es? Mann, ich bin schafft das, diese Profus-Dings da, wenn ich hingehe und sagen, wenn er das besteht, dann kriege ich einen ganz großen Teddy. Na klar, Mann, der schafft das. Nur wahres ist wahres. Das siehst du? Boah. Mama, das kriegt nicht jeder in so einen Satz rauszudrücken. Wie? Ja. Ich merke, die Anspruchsebenen sind unterschiedlich deklariert. Hey, was soll das denn heißen? Dämmel, deklariert ist kein Schimpelholt. Hä, die Borda? Ach so. Dacht schon, der hat mich beleidigt. Nein. Okay, was heißt er davon? Wenn du das hinbekommst, dann ziehen wir bei dir 15% ab vom Preis. 15%? Okay. 15%. Das ist viel. Ich weiß ja, du wolltest dich schon längst melden wegen den Papieren und alles. Ja, der Drucker hat Papier gefressen. Ich muss das noch ausdrucken. Wie werden, Herr? Lass ihn... Aber dann müsste ich ja sowieso neu schreiben mit 15%. Warum versuchen wir nicht erst mal... Ah, mein Handy ist am Grün die letzten Tage. Lassen Sie uns... Ich mach gern Motorgeräusche. Gleich knallt. Was? Was? Brett? Oh, siehst du, er kann Brett sagen. Dann kann er garantiert auch schuldig sein. Ja, aber das Problem ist, ich brauch meistens den Fall, dass er unschuldig sagt zu sein, Mathe. Mr. Bean, sag unschuldig. Patty? Nein, unschuldig. Ähm, warte. Teddy muss ins Gefängnis, Teddy muss ins Gefängnis. Unschuldig. Da, siehst du. Ähm... Mr. Bean, du vertrete seinen vom Kiez. Lüge. Ja gut, in dem Fall könnte ich das eventuell sogar noch einstellen, aber... Ähm... Siehst du, das ist gar kein so schlechterer Anwalt. Und das sieht aus wie Anwalt. Man kann trainieren, man muss dem nur Leckerchen geben. Will einer Koala bären? Ah... 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 Töne... Wir können doch seine Fähigkeiten testen bei diesem Anwaltsding da. Bei diesem Test. Das schafft er schon. Ich sag mal so, ähm... Das ist ein vierstündiger Test. Das schafft er in Halm. Ähm... Bezweifelig. Ja, das ist kein Einsteigungstest für Schule. Das ist... Civil Business. Und was ist er, dieser Test? Muss er da Verhandlungen machen, oder was? Ähm... Er muss schriftliche Plädoyers schreiben. Was hast du zu mir gesagt, motherfucker? Das kann er garantiert irgendwo aus dem Internet sehen. Was hast du gesagt? Bis zu diesen Fällen. Ja, du kannst dir was vorschreiben in die Tasche. Hat er gerade die P-Bombe gedroppt? Hä? Plädoyer, ja. Was? Man will keinen. You are in a wrong turf, fool? Pass auf. Und schmeinst die Kastanie. Oh... Tag! Ja, schriftliche Dingsart, was musst du noch machen? Du musst, äh... Gesetzbücher kennen, äh... Du musst Fragen zu Gesetzen beantworten. Ja, ist nicht schwer. Das ist meistens nur Wildküren. Äh, heh... Auf dem Papier nicht? Ja, vier Stunden Hardcore-Konzept wieder auf dem Stoff. Du kannst alles drauf schreiben, was du willst. Deshalb will Cody da auch keine Anwalt werden. Ja, das ist eine festgelegte Antwort. Hä? Jason? Okay, und ein bisschen Allgemeinwissen wird auch abgefragt. Teddy weiß nicht. Ja, siehst du, dann kannst du auch einfach Allgemeinwissen über Teddy. Das kann ich garantiert beantworten. Ach, die krimische... Rechtsfarbe hat Teddy, oder wie? Lass uns mal Vitamin B ein bisschen spielen. Wir kriegen den ja schon durchgeboxt. Jungs? Dann musst du den ein bisschen... Ja. Ich glaube, wir müssen mal einen Termin mit Free-Turf machen. Und verehrte... Geile Frau! Achso, die gerade angepackt? Ich fahre nach Haus. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schönen Abend. Tschüss. So. Tschüss, Daniel. Ich baue den Unfall, du stirbst. Nicht. Ihr habt euch sehr lieb, ja. Das ist mein Cousin. Sag nie wieder, der... 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 Sag's nie wieder. Ja, Karl? Ja? Okay, warum? Hast du's hinbekommen? Das hast du mir vorhin schon mal gesagt. Wenn du's mich vielleicht noch ein paar Mal erzählst, glaube ich's dir vielleicht, dass du mich hast. Sag mal auch ein Paul-Miller? Ja, oder? Ja. Ja, wenn ich's dauerhaft daher... Ja, wenn ich's dauerhaft daher... Ähm... Piet, hol den Ball, die wir holen ab. Werdest du nicht ruhig? Brauchst du noch irgendwas von der Halle oder so? Nee, hab ich nicht alles hier. Boxkäfig-Ring-Leistung, ne? Ja. Thunfisch-Glas? Okay. Da. Thunfisch? Ja, diese Magnet-Fisch. Ja, ich mach noch ein Detail-Dings. Wenn ich nicht wieder vergesse. Deinen schönen Abend, Lu. Ja, klar. Peace, lass uns nicht anquatschen. Wem hast du telefoniert? Opa Wheelie. Was will der? Er hat gefragt, weil Ronny fragt, welche Farbe die Affenfetten haben. Der ist schwarz. Ja, der ist dum. Kann man ihn nach Hause? Ja, nach Hause. Was ist denn? Junge, dein Bratterson-Charne, Alter. Aber die Idee finde ich cool, hinter deinem Charakter mit dem Haare schneiden und so. Würde dich übertrieben fühlen, wenn man da... Aber es ist dev-technisch wieder zu viel auf, meine Mutter. So Friseursalon, wo man hingehen kann. Und der kann dir halt die Haare auf dem Kopf projizieren, wie bei... Wer der Tuning-Wertsch hat. Spielt so ein paar Dings-Sounds ab, so. Haare schneiden. Voll gut. Der heißt Bratterson-Charne. Und ich hab dein Fahrrad geflossen. Danke übrigens für die Wii-Subs und Zaps und Bakani. Danke schon für 1000 Bits. Und wenn ich irgendjemanden vergessen habe, sollte Brinne auch. Dann tut's mir leid. Und trotzdem vielen lieben Dank. Ich wird euch geküsst. 30 Kasse verdient mit RP. Ist doch super, Alter. Was willst du mehr? Passt der Ingame-Sound so zum Teamspeak? Und wenn ich rede? Ist das stimmig? Jetzt kommen sie wieder alle mit Bildschirm zu dunkel. Ja, und man hat alles ja was dann gehört. Wir sind ja Banditen. Nö, ich hab nix geändert. Das Spiel ist laggy. Geh nix ist leer. Ich hab nur den Zaun vom Spiel ein bisschen höher gestellt vorhin. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier passiert? Alles gut, everything is balled in, yo. Schwäbel ist das scheiße. Das ist jetzt balled in der Falle. Dein schnauziges Klatsch. Was hast du hier gesagt? Warte. Oh, G, du musst die Flecke aufziehen, sonst wie versendest du nicht. Achso, sorry. Oh, G, Flecke auf. Ja, das ist mein Weiß OG hier hinter mir. Was habt ihr schon wieder für Schattprobleme, Alter? Was? Wenn wir wir präsenten? Hat der Hund das schon zählt? Was sagst du gegen die Gang? Die haben das ja, die sind rum. Warum erkrankten lang hier? Weil ich schon aus der Scheibe geflogen ist. Schwäbel wieder am Boden liegen. Schwäbel hat Laterne geküsst. Er ist jetzt erst mal weg für drei Wochen. Den sehen wir so schnell nicht wieder. Aber wir haben gerade fett Business gemacht. Ja, top. Ich habe auch Business gemacht. Aber müsste man ja quatschen, wenn alle da sind hier. Im Park. Nice. Wer ist denn das? Mit den schmiedenden Haaren. Fabio? Bist du? Was willst du? Skudi? Nee, das bin ich. Boah, ich kann euch nicht unterscheiden. Jetzt sind alle der gleiche Teil. Was ist Ali Express Skudi? Warum? Adi? Was ist denn Adi? Der Koppa? Nein, nein, nein. Ich bin der Kop. Ich habe die FAB-Hose an. Ich will die echt. Gib mir die mal bitte. 250.000. Zieh mal deine Hose aus. Lass mich die mal anprobieren. Bitte. Hast du nicht. Hab einen Bug. Die Bank könnte dir wirklich nicht passen. Ich bin scheiße fett. Ich bin über dreistellig. Bitte? Ich habe gar nichts dafür bezahlt. Aber die wird vorhanden für 350. Wenn DK hier im Kreis ist, dann hat er immer die dicksten Titten. DK ist das. Ich bin der DK. DK? Donkey Kong? Richtig, ja auch. Der Drift King wie Jax Green. Ich bin der Donkey, der DK, der Dildo King, der Drive Viking, der Drift King. Ich kapiere deinen Namen. Warum trag mir auf einmal den Lila, Mann? Ihr geht mir richtig auf den Sack, ne? Jeden Tag, hier Zirkus, Alter. Baller Shit, yo. Scheiße, mein Uji. Heute ist Ballertag. Toll, jetzt weiß ich heute gar nicht, bekwürdig. Ich schon. Du musst übrigens dein Essen noch bezahlen. Hä, musst du schon, weil du jetzt echt mit dem Krankenwagen nimmst. Oh, danke. Ja, Mela. Dankeschön. Für Ohren. Ui. Was ist Ballin? Everything ist Ballin. Zack. Voll ging ins Motorrad gesprungen, tut mir leid. Oh nein, als ob Leo jetzt wirklich gegen Beat to the Motherfucking OG T-Klick. Jazz, hast du was gesagt? Hey, der hat uns heute Black. Oh. Was? Egal. Achso, hallo. Bt ist doch triple Weiß OG. Hä? Bist du mit Jazz bevoll, ne? Ja, wir sind Freunde. Du küsst euch. Bitte, Zunger. Ihr seid so komische Leute. Das sind mir gar nicht. Das sind die eigentlich, das riecht man doch. Wir haben alle geklaute Lanken. Und geklaute Zahnbürsten haben wir ja auch. Ruhe. Und die brauchen Ausweise für neue Identitäten. Aber unsere Sonnenbülle sind unsere Dämpfe. Alle Simulierer, sind alle Schauspieler mit R. Jordan. Das waren schon immer nur drei. Alter, der liegt schon? Plus 20. Ja, das ist Leo, Junge. Der kann nicht kämpfen. Der ist doch schlechter als du im Kerl. Das geht da gar nicht. Doch, doch. Da liegst du. Wer liegt denn da? Der Leo. Boah, Leo, du bist so eine Schande für die Familie, ne? Hey, ihr seid die größten. Tryhards, ich weiß nicht. Digga, da geht alles. Was ist denn ein Freirat? Dickste Stimme hier im Block, aber kämpfst wie Mädchen. Dein Chande. Oh, Digga, du hast du mit Ballers angelegt, jo. Er macht CPR in seinem Fuß. Nee, tot, tot. Selbst Nila will dich was in Latsch kloppen. Ey, ich glaube, das ist ihr Gehirn, sieht man doch. Easy. Boah, Junge. Scheiße, Genickbruch, alles weg. Ey, wenn es dir nicht gut geht, ne? Wink mal mit deinen Zehen. Ah. Es geht ihm nicht gut. Nee, der braucht keinen Notfall. Der kann gleich mit Schwammeln. Ich bin sehr in Notfall. Zusammen ins Künstliche kommt. Mir geht es nicht gut. Ich rufe wieder an. Der kommt direkt zu Schwabbeln. Der kam schon das dritte Mal jetzt. Ich beobachte die Tür, wenn du eine Pippen machst. Roks, danke schön für den Prime, 13. Bacardi, danke schön für 1000 Witz noch mal. Alpino, danke schön für den Gifted Zapp an Zizix. Space Pirate, danke schön für 5, Gifted Zapp. Und Ömekes, danke für den Gifted an Yoshi. Und Arza, danke für den Prime, vierten. Und Damage Boss, danke schön für den Gifted an Taga X. Und Kölsch, danke schön für 5, Gifted Zapps, Bruder. Und Yo, Leute, danke schön für den Gifted an Splashe. Rixi, danke schön für 200 Bits. Braylon, danke schön für 100 Bits noch mal. Veluro, Bruder, danke schön für den Witz am 34. Hi, na. Und Jay, danke schön für den Gifted an Igne. Und jetzt Sandra, danke schön für den Gifted an Unreached. Ja, ja. I, Divin, danke schön für den Witz am 24. Baby, Joder, danke für den Witz am dritten. X-Grain, danke für den Witz am fünften. Und Gaming Kellner, danke schön für den Prime achten. Der Körbis macht jetzt KH zu, dabei hat der Ginks gemacht. Ist so. Eigentlich wollte ich den verhauen lassen, aber scheiß drauf. Eigentlich hat der ja recht, ich hab Faxen gemacht. Sag mal ehrlich, das Outfit ist wild. Boah, für Donnerstag werde ich mir ein dicker Outfit raussuchen. Oh, du bist ja... Ich hab aufgepasst. Ja. Aber du solltest echt mal zum U-Mologen. Warum? Ich weiß nicht, das klingt wie Mausekot, wenn du Pipemachst. Ich hab noch Pizza. Ich zieh mir nachher Pizza rein. Ich hab geschossen auf die Leute. Wer hat die halt hier die Rechnung gegeben hat. Yo, what's boiling? What's cracking, Kurt? What's boiling? Sag mal, Kurt, das kennst du die Taxi-Geschichte schon vom Hase? Das war damals zu der Zeit, wo es mit der BOM Ärger gab. Der Hase war oben in Palette und hatte kein Auto. Er ist dann mit dem Taxi runtergekommen und hat dann zu der Taxifahrerin gesagt, Jungs, jetzt gib mir hier schnell die Rechnung. Er hat nebenbei schon reingeschossen. Boah, hat er reingeschossen. In den Bonn-BOM. Hä? In den Bonn-Boms. Dummfixer. Aber als die hier waren? Nein, das ist alte Geschichte. Old Story, my friend. Wie, der hat auf die Bomben geschossen? Wir hatten doch damals mit der Bomben Ärger. Weiß nicht mehr. Mit wem hatten wir noch keinen Ärger, ist die Frage. Mit uns. Ja, stimmt. Aber wir kuscheln ja auch. Nein, das wären doch. 56 hatten wir auch keinen Ärger, außer die eine Geschichte, wo Brademeister hingegangen ist. Was hat er gemacht? Ja, die waren da in so einer Besprechung drin, der Knochen und der Dretzmann. Weil der Dretzmann irgendwas gemacht hat und die sind, die Yankee-Park ist dann hinten reingegangen in eine Projektmappe. Dann haben die gesagt, raus mit dem Dretzmann, das knallt ihr. Das war ganz früher nur. Hat's geknallt? Nee. Mag das nicht, wenn's geknallt. Und wer war jetzt vorhin bei der Bomben? Wie heißen die? Das ist die... Leo, wie heißt der in the Gang? Er ist der Flutter. Er ist der Flutter. Aber wohlbewusst halt. Nee, das ist aber ganz schön gut dafür, dass er angestoppen wurde. In der Nähe von dem Autohandel da. Wie heißt das nochmal? Fotze. Und dann gehen die zur Bomben und sagen, gibt's uns die Koksgut, obwohl die den nicht mal haben? Ja. Und schießen die dann einfach um. Ey, der Schwabbel wird operiert. Du dumme Müll. Du dumme Müll, sag. Für dich kommt auch gleich der Droppier-Thema. Leo. Ja, ich verstehe. Ich hab das jetzt auch nicht verstanden. Ich hab ne dicke Lippe, mehr hab ich nicht. Siehst du? Ich war im Autohaus in der Westside. Schwere Schuss, Verletzungen im Bus bei euch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin ehemaliger Mediziner, ich ziehe da schwerwiegende Verletzungen. Ja, aber es ist aber auch mit dir, Jess, das machst du denn ganz klar? Ja, ich kriege auf dich, Lösch. Okay, was mache ich? Ja. Wie ist ich jetzt bei der Gröff? Nee, geh nix. Warum trägst du nur Gulen? Ja, genau. Einfach so. Mela trägt auch so. Sag sie mal. Ist erlaubt? Mit wem bist du nun mal unterwegs? Mit Jama? Hä? Nee, bei wem wohnst du nun mal zusammen? Mit Jama, Phil, ich hab keine Ahnung. Was? Ja. Ja. Was ist denn hier los, der Fremmacher? Wer macht Maga Jai? Das ist der Dekar. Ich trinke gern mehr Zucker. Du verstehst nicht, was daran so lustig ist. Alter, das ist gut. Du stehst das Beatmungsgerät an, Junge. Klingt so, als würde der Motor nicht anspringen. Geht wieder. Oh, Achtung, da kommt der OG benehm. Beaty. Was mit dem Anwaltsshit? Ziehst du durch? Ich bin doch nicht behindert, Alter. Das sag mal nicht. Warum? Also, ich muss mich nach vier Stunden hinstellen und... Nein, du machst mit Vitamin B und pügel dich da durch. Du musst nur den Friedhof zu deinem Freund machen. Nee, Digga, das tut mir nicht so. Aber du verdienst Cash, Mann, wenn du beim Mühe holt, dein Anwalter bist, ne? Dann stehst du doch nicht auf. Geht sich ein Scheiß da rein. Komm nochmal hoch. Lutsch. Komm. In meine Hand. Lio, nimm seine Hand. Komm. Lio, steht doch jetzt auf. Lio, hoch jetzt. Lio, 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 Schipps. Könnt der aufhören, mich zu belästigen, bitte? Was kracken? Ja, da steht doch auf und geh weg. Meinst du, Code hat nur auf? Äh... Ja. Nee, der hat schon zu. Scheiße. Hallo? Hast du den Laden noch aufgeholt? Ich wollte den Mitternachtssnacken. Mal den Mila schnabberlilieren. Willkommen alle mit. Mitternachtssnacken. Ja, wir stehen so. Acht Leute, die noch Hunger haben. Yeah, yeah. Einer liegt. Ey, scheiße. Donner, wie schlecht. Wie gut. Donner hat an unseren Telefonat erkannt, dass du es bist. Die Leute stehen tatsächlich vom Ernst. Ja, die riecht das Parfüm. Durchs Telefon, Geruchstelefon. Gut, dass du das nicht immer anhast, sonst müsste ich immer das stinkende Kram reden. Ja, komm einfach rum, wir sind auf dem Haarplatz. Sag einfach Bescheid, wenn du da bist. Bis gleich. Wow. Ja, Fakebanger ist ja Fallen, my fucker. Jetzt musst du den G-Cold aber weiter machen. Ich mach kurz Kiez G-Check. Moin, Moin. Vertreib den, ich will da mal mit denen. Wir machen unseren G-Check. Fortsicht. Hallo. Wupple auf den G-Check. Ja, warte, hier. Warte. Wie ist der T-Card G-Check? Ähm. Pommes. Nein. Der T-Card G-Warte. Habst du durchgegangen? I'm cold inside now, komm, lass den Lutschelding. Okay. Krankenwagen ist unterwegs. Smw, yo. Boah, steh mal auf, Junge. Leo Chips. Was wollen sie? Bitte gehen sie weg. Ja, komm, wir wollen es essen. Ja, ich komm sofort. Lass mich noch ein bisschen ausruhen. Mir geht's nicht gut. Das ist ja kreislos. Komm jetzt. Ja, sie kommen. Komm jetzt. Kurz Luft holen. Bartelt. Bartelt. Ah, stimmt ja. Was ist denn mit dir los, Curtis? Warum bist du schon wieder traurig? Mnö. Bist du real Gangster? Na klar, ich bin ne Bluts. Soll ich dir gegen ein Schienbein treten, dann geht das. Mnö. Wir haben den Leo weggeklatscht. Ich? Der PT. Er hat OG-Call missachtet. Das war ein kurzer Snack, der Junge. Und der Lutscher will mich trainieren. Hallo, ich will dich trainieren, du Esel. Könnt ihr Lila-Bilder aussehen? Lila ist Kacke. Na, was? Oha. Müssen wir den Gang? Oha, den Paco Borenges. Woher die Shots? Woher das? Aus tiefstem Herzen. Als ich klein war im Bull, das ist mich angegriffen. Hat mein Jojo geklaut. Ich bin Davis. Der alte Typ hieß sogar Davis. Der wurde später Alkoholiker. Ich komm gleich nach. Was stand da auf dem Jojo drauf? Vielleicht guck ich mal im Bull aus Lager. Ähm, boah, was stand da noch drauf? Ähm. Das war ein grünes, da stand drauf Rufstreet. Aber mit zwei O. Ja, ich bin Prey. Ja, Alter, ich weiß nicht, wovon du redest, Mann. Das war lieber ein Kiffen, Bruder. Ach ja, Mann, jetzt geht's aber los, ihr. Halte mir keinen Dall. Zieh das mal durch mit dem Anwalt-Shit, Mann. Das ist voll der Bullshit. Ach, komm. Was, wenn wir dich da durch... So, ich stehe jetzt... Was ist, wenn du die Dings nicht machen musst? Hä? Die Prüfung. Wenn ich die Prüfung nicht machen muss, oder der sagt, hier, komm, geh da hin und einfach unterschreib um fertig, Dinger, dann ist ja okay, ne? Dann geh ich da zu den Verhandlungen, Dinger, mach den kurz fertig damit, Mr. Bean, aber der macht eigentlich keine vier Stunden Prüfung oder so. Nicht mal ne Stunde, Alter, hab ich gar keinen Bock zu. Ob so alt der Typ sagt, gar zu seiner Perle so schnuckig, komm mit, bitte. Und dann diskutieren die halbe Stunde und der kommt bitte und schenkt nen Teddy. Ich hab von der Alten bestimmt in sechs Tennis oder so, ich glaub, die will dort von mir. Und von Bean. Boah, wenn das klappt, dicke Kirsch, ne? Juri zahlt bestimmt gut. Wir sind gut vertreten. Das läuft sich gut. In den nicen Drätern hier. Wo ist denn eure Clique überhaupt? Alle mal Arbeitsnummer? Alle mal Arbeitsnummer, ja. Woher sollen die nur die Zeit nehmen? Geschäftsreise. Woher die Kraft? Die sind alle in der Villa am Schlafen. Ja, ja. Ach, die haben wir doch scheiß Bilder. Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Ja? Sonst würden wir jetzt irgendwo nen Downton abhängen, Alter. Ja, Mann. Die Saustheit lebt. Die auch. Voll der Schmutz, warum habt ihr euch ne Villa geholt? Haben wir nicht. Prech. Hä, wie habt ihr nicht? Wir haben die einfach nur besetzt und erzählt, dass es unsere. Dem Kunden so ne Fahne hingestellt. Mach dir so amerikanisches Gesetz, wenn du zwei Wochen lang drin überlebt hast, ist es deins, oder wie? Ja, ja. Achso, hat gut funktioniert, hat sich keiner bestätigt. Wenn wir vorbeifahren, steht da Jardis-Territorium. Wir haben da vorher gebohnt. Irgend so'n Typ, den haben wir bedroht und dann seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Ihr seid so hotlos. Zwei Leute bedrohen den, der kommt nicht mehr raus, der ganze Jardis war da mit zwei Mann. Hey, ich hab übrigens das Gefühl, dass mein OG gleich kommt. Oh, da ist er. Grüße. Ich bin jetzt OG. Ich bin immer noch Support als OG. Ne, ich war weiß OG. Ja, Brett, soll ich das jetzt im RP sagen? Soll ich jetzt Meta machen? Du bist der Runner, du bist Vieh. Du Knallkopf, Junge. Scheiße. Hab ich letztens schon gesagt, du bist Support of Unity. Machst die ganze Backflame. Können wir nicht ne Runner Vesta einführen? Oh, Kids, zieh deine Vesta. Geil. Du Clown. Morgen machen wir Rocker, ne, Taker? Ich weiß nicht. Rocker oder Takers? Oder Kids? Fotze. Ach, übertreib mich, Junge. Ich will auch mit Les Dung. Ja, irgendwie ist das nicht mehr lustig, ist schon langweilig. Ich bin froh, dass die Kids... Ah, die sind Kicker, aber die haben keine Farbe. Davon ist doch Dungeon, oder? Langweilig. Ja, mit... Der Dungeon hält sich gar nicht mehr. Mit seiner Puppe. Guck mal, lass uns im Park alleine stehen und tanken, Boddick. Lass den jumpen. Lass den jumpen. Okay. Ich mach Ginnix. Alter, jetzt muss ich zum Ding ins, Alter. Der Dumme Wixer, Alter. Komm her, stehst du mit deiner Perlen im Park, ne? Und uns lässt du im Stich, du kleiner Pisser. Hau den weg! Ruff! Aua! Aua! Hallo, allerbeste Freundin. Ooooooooh! Verkassel! Verdammter Pisser! Fricker Lutscher! Aua! Wir hängen im Park, aber du bist immer in deiner Ollen unterwegs. Ich hab grad geboxt, ich hab gewonnen, jetzt habt ihr mich umgeboxt, verdammt! Wo ist O.G., kommen Sie her! Unser O.G. liegt. Aua! Ich bin so enttäuscht von dem beatinären Blutscher. Und so'n Schimpansen will mich trainieren. Jetzt, wir gehen was essen. Auf geht's, boah, das. Der ist geplattoutet. Das war mal ein Gegenschlag. Das war ein geplattout für den Schoffel. Wer her? Gehst du Pen-Nember? Es wurde abgerechnet. Mila, was machst du in de Theke? Ich will da mal nen Sticker ranmachen. Hallo, herzlich willkommen, bei Cody's. Achso. Wir haben Dunju grad verkloppt draußen. Wurzball in Blatt. Schon wieder? Was? Ja, wir sind im Park bei uns, Alter, und er schildet mit seiner Perle. Ich hab seine Perle gerade verprügelt. Warum schlägst du faul? Warum schlägst du, Sky? Warum schlägst du meine allerbeste Freundin? Will ihr mal eure Masken aus dem Gesicht nehmen? Ey, das sind unsere Flex und außerdem sind Mode-Accessoires. Das zieht die Scheiße. Bei Cody's darf man nicht. Genau, runter damit sind... Mila, guckst du mich heute noch an oder machst du Schluss, Pommes? Hä? Ich guck mich doch an. Äh, ja, auf jeden Fall. Dein Herz ist purple. Was ist los, hä? Das ist nur dein Rücken. Nicht für blau. Mein Rücken? Taktam. Taktam. Jetzt, wo ich hier bin und den Laden so sehe und das rieche ich am Stuckel nur noch mal. Ich auch nicht. Äh, warum? Wir gehen wieder. Doch, ich möchte... Kann ich bestellen? Ja, was möchtest du? Ich bin nur mal drei Thunfisch-Sandwicher. Ähm, da mal Thunfisch-Sandwicher. Ein Choco-Check. Bitte Cody und ein Choco-Check. Ja, das war's. Und das war's. Okay. Ich bin ein Anti-Fake-Banger-Menü. Äh, was? Ja, ich bin wirklich purple. Mein Rücken. Dankeschön. So, Mila, dann kriegst du hier noch mal die ganzen Cola, die du rührstellt hast. Danke. Und schon mal deine beiden Chicks. Danke. Ich bekomme einen Frickern-Special. Ohne Pommes-Special-Menü noch dazu. Bekommst gleich einen Arsch-Tick. Was ist denn das für eine Sprache? Alter, das weiß ich auch nicht. Ich hab dich gelernt. Warte. Na, moin, Jungs. Nur Verrückte hier. Der Baller-Set aus dem Osten ist auch da. Ja, das ist Kobi. Ich fasse für mich. Ich nehm nur Pommes rot-Weiß. Eine schöne Schranke. Was kannst du mir noch anbieten? Ein Pommes-Schanke? Ja, ja. Na, mach zwei. Ich hab großen Hunger. Zweimal Pommes-Schanke, bitte, Cody. Ich schmeißen sie in die Frateuse. Äh. Und was noch? Na, mach's doch zwei Bierle. Und zweimal Bierle. Na, na klar. Und was repräsentet ihr, Jungs? Äh, Dusche oder Pilswasser? Was wollen sie? Boah, ein schönes Dusches. Ein Dusches. Das schlingt doch falsch. Das klingt einfach so verkehrt, ne, wenn ich gellig bin. Na klar, Alter. Ich bin der Sargstil. Verdammel, Junges. Ich bin ehrlich. Ja, du möchtest nix, ne? Moin, wir sind das Baller-Set aus dem Osten. Kannst du mal sagen, Rauchen ist tödlich? Rauchen ist tödlich. Rucke ist tödlich. Rucke ist tödlich. Grüß Gott, mein Name. Moin, dachchen. Kannst du mir verraten, was Smaglig heisst? Smaglig? Ja. Das darf ich nicht. Ist das ein schlimmes Wort? Das ist ein niederländisches Gesetz. Sag mal bitte. Heisst das nicht sowas wie Hallo? Was heisst das? Weiss nicht, ich hatte meinem Vorhinterzimmer gesagt. Smaglig, zur Begrüßung. Dann hat er dich nicht gemocht. Nein, Smaglig heisst eigentlich lecker. Also lecker. Ach, lecker. Mila, du bist ein Smaglig Mädchen. Ne, das heisst das lecker Mädchen. Ich heis 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 lecker Mädchen. Und er ist essen, aber er ist smaglig. Aber er lecker. Alter, smaglig? Ja. Ja. Holland ist die geilste Stadt der Welt. So ist es. Ja, dann kannst du dir schon mal die ersten Sachen verteilen, wenn du heute hier schon wieder... Boah, ich kriege ich voll die Rütefleischstecks, ne? Holländer spielen auch gar keiner. Du hast dir gemerkt, wer das alles bestellt hat. Das ist der zweite Holländer, den ich komplett in meiner RP-Karriere hatte. Zwei Bierle. Und zweimal Pommes Schranke. Ja, ein Moment bitte. Darf ich denn auch bei dir jetzt wieder her? Na klar dürfen sie nicht. Oh, das ist ja fein. Sag mal, wer bist du hier mit deinen weissen Augen? Wachen sie mal hier. Ja, ich geh mal da erst von mir. Was geht ab, lecker Mädchen? Hallo. Du bist aber ein schönes Fläumchen. Was hast du gesagt, mein Facka? Ach, das ist ein schönes Fläumchen. Du sagst, warum? Ich hab auch Hohen, Mila. Ja, hier. Danke. Chuck-Check? Hast du mir mehr reingemacht? Hast du mehr reingemacht? Achso, nee, Cody hat das gemacht. Ich hab nicht hier richtig arbeite. Achso. Ich will doch nur von Verrückten umgeben. Unglaublich. Du bist dem verrückten Ding. Geh doch. Da ist die Tür. Los raus mit dir, mach dich kusch. Du liegst gleich wieder, du Lutscher. Du lagst aneinander, komm mir dich. Ja, und du hast geheult. Das ist ja noch was anderes. Da waren wir nicht geredet. Ja. Kannst du mir die Sprache beibringen? Nederländisch. Was heißt denn, du kriegst ein Brett auf holländisch? Oh Gott. Muss ich jetzt gerade selber überlegen. Oder da liegst du Lutscher. Also du bekommst ein Brett, bedeutet glaube ich, ihr kriegt ein Brett. Ihr kriegt ein Brett. Ihr kriegt ein Brett. Siri, wie ist das Wetter morgen? Gut. Siri, schreib Milas Purpeltampons auf meine Eingrufsliste. Hey. Ja, wir müssen neue bestellen. Die sind schon mal leer. Tampons wurden hinzugefügt. Ja. Ja. Ey, Ticker. Ja. Das ist schon wieder der gleiche Medic. Er ist so angepasst. Mila, was ist mit meinem Thunfisch? Dein Thunfisch kommt sofort. Dina, was ist mit meiner Pommes Schranke? Pommes Schranke kommt sofort. Das kann sie gut. Guckst du meinen Tod an? Gibt Költe sein Thunfisch. Gibt Költe sein Thunfisch. Gibt Költe sein Thunfisch. Ja, ja, ja. So, Mila. Wir sind Zubehaltung. Nein, sorry. Ja. Dumme Sau. Boah, das habe ich nicht gesagt. Sehr. Sehr. Und. Bitte sehr. Super. Komm, es kommt sofort. Reicht doch wieder. So mein Schmutzipupsi, ich habe dein Essen hier. Oh Gott. Was hast du gesagt, Alter? Leckige Junge, ja. Alter. Wie dachte Jakob? Wie geht es dir? Na, mir hat es gefallen, so klein gedacht zu haben. Danke. Bitte. Das war schön. Das war lecker. Das war lecker. Ich muss nur meine Rechnung bezahlen. Ja. Wer hatte die Pommes von euch? Ich. Aber ich wollte keine Burger. Aber ich habe sie welche bestellt. Ich muss dazu sagen, wenn ich die Pommes selber mache, sind sie am besten. Ich habe die besten Pommes. Darf ich mal in der Kostpro deiner Pommes spüren? Na klar, hast du doch heute schon den ganzen Tag. Warte. Mal weg noch. Schmeckelig. Ja. Kann ich auch noch was zu trinken bekommen? Viel Spaß. Guck mal, da kommt der Rest unserer Sets. Oh. Aber jetzt mal wirklich Unicorn, die Dinger sehen wirklich hässlich aus, Alter. Du zahlst alles. Habe ich gehört. Ja. Und dann mit deiner Rechnung von vorhin. Da ist 1095 Dollar. Okay. Und soll ich dir was sagen? Du hast mit deinem Food Truck einen guten Gewinn gemacht. Danju hat mich den bezahlt für diesen Monat. Ja, was denn? Ja, verdammt. Fancy einfach. Tja, der gute Bezahlung kriegt auf die Fresse. Die Arme. Ain't nothing but a G-Tank, baby. Ey, Jacob, kannst du mir was zu trinken geben? Everything's balled. Ich muss wissen. Irgendwas. Eistee oder so. Ja. Wo bist du? Cody's? Ähm. Ja. Ähm. Also, Giffetri und Johnny Staff gehen jetzt hoch zu Juri und seinem Kollege, ne? Ja, soll ich den Mann anrufen? Ja, der weiß das schon. Oder bestell den zum Dingens hin. Ja, ich rufe den Namen und sag dir so Parkomm. Nee, zu Cody's. Dann komm ich daheim. Ja, okay, okay. Ich sag dir so, okay. Dann kommt der, ne? Ja. Okay. Jo, tschu tschu. Das wird lustig jetzt. Da? Ähm, die, deine Russenfreunde sind, ähm, unterwegs. Ja, der hat hier, hier, Johnny, glaub ich, hieß ja, ne? Ja, der hat grad nie gesagt, dass, ähm, ihr sollt zu Cody's kommen. Lert mich nur auf. Wie, hä? Nein, die wollten doch hier hochkommen. Nee, Johnny hat grad mit denen gequatscht. Der hat gesagt, ich soll dir Bescheid sagen, ihr sollt zu Cody's kommen, wenn's gilt. Ach so, zu Cody, ja, 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 ja. Okay. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Nee. Ich glaub nicht, dass der Mucke abspielt wegen DMCL für mich. Tisches, tschu, tschu. Sen, ta. Zieh, tschu. Boah, es sind 2 Superstars unterwegs, ne? Fischer. Johnny Slav und Gifitri sind unterwegs. Die kommerziellen. Das sind absolut prominente Novaros-Leit. Das sind zwei DJs. Koldi, du bekommst einen Besuch jetzt gleich. Warum er kommt? Gifitri und Johnny Slav kommen. Und der Architekt. Jetzt Feierabend? Das ist die böse Herzenmüller. Die hat euch geschlagen, ne? Ja, die wollte mich küssen. Ich bin weggerannt. Was hast du gehört, Mila? Da ist der Bitch die Haare weg. Hallo, Fleck aus. Nix, Fleck aus. Dürfen das hier nicht. Mein Turf. Nicht mal schon an. So die Zeit, Schutzgeld an mich. Ey, Schwabin muss zwei Stunden im Krankenhaus bleiben. Ja, Arme. Ey, sollen wir den nicht besuchen gehen? Der tut mir jetzt voll leid. Ja, wir gehen. Wir bekommen jetzt erst einen Besuch. Gifitri und Johnny Slav kommen. Ja, ich fahr da gleich schon mal hin. Ey, grüß den. Ballen! Ich grüß den, Mann. Ich drück den ganz dick. Der ist dick. Ja, ich auch. Der schieft Zähne, Schlittefahrer. Der krasse Baller da vorne. Guck mal, wie glücklich ich bin. Die ist krasse aus, ohne Fleck im Gesicht. Ballen! Bin auch immer dick. Mila? Ja, mein Vater. Kannst du dafür sorgen, dass die Kundschaft hier keine Fleck im Gesicht hat? Natürlich. Zieh den Scheiß aus, Alter. Ballen! Ne, ich geh schlafen. Wart rein. Wau rein, Schuli. Boah, Sharon, ne, wenn du die Scheiße jetzt nicht ausziehst, ne, dann, ich mach dich so Krankenhaus, ne, kannst froh sein, dass da vorne schon Ärzte stehen. Ballen! Buckst dich weg, ne? Ballen! Hey, Ballen! Also, hey, Medik, Medik! Ich brauch Kühlpäck! Boah, Mila, ne? Ich hab mich geschlagen. Ja, das hast du vielleicht verdient. Dann... Ruita! Hör auf, Mila, der haut dich aus dem Leben. Und Windschut! Boah, Gott, ja! Hör auf, du ein Autismus-Zahler schon. Raus, hier, Beatty! Ich brauch, ich brauch nen Kühlpäck, bitte. Kannst du vergessen. Genau, du Mädchenschläger. Ja, dann nimm dein Schnüffeltuch aus, wenn du siehst, dann kann man vielleicht doch drüber reden, aber sei doch nicht so respektlos. Ja, ich hab doch... Alex, ich liebe dich! Hm. Leo. Das ist ne Wilde, sag ich dem Schüsse. Dann werd ich zum Hirsch. Ich brauch nen Kühlpäck jetzt wieder. Mein Gott, Mila, du Autismus, ne? Ja, was ziehst du die Fäck nicht aus? In mein Laden! Das ist Disrespect, ne? Genau! Ich werde dich niemals vertreten. Du schaffst das eh nicht! So ein Loser. Komm, wir waren draußen. Ich will den Auftritt nicht bepassen. Hä, die hab ich angegriffen! So ein Händchen halten? Ein Händchen? Kann, ne? Oder hake dich ein. Okay. Dann siehst du aus wie ne Bubbel, die ich über die Straße begleite. Eine alte Oma. Oh, ich mag das, wenn wir so spielen. Was? Spielen also? Nimm mich wieder, Granny. Hilf mir über die Straße, Kelesa. Na, Juni. Kommt der da hin? Ja, der kommt. Okay. Willst du ein Tänkepännchen, Mila? Ja, Tänkepännchen. Aber, ey! Blöd, wenn wir mit Musik da anfahren, ne? Hm. Hä? Mach doch! Okay. Warte. Na, ich hab doch nur ein Cookie. Ich hab den am Telefon. Der ist aber nicht hier. Sag mir, wenn die da sind. Was gehört? So, wir bleiben dann in der Nähe und dann fahren wir erst an, wenn... Du spoilderst mich ja, du Dude. Oh, ja. Seid ihr mit Imusinen unterwegs? Ja. Milla, gleich kommen die Dienchefs. Boah, Güff, ich hab noch ne Idee. Ey, ich muss kurz auflegen. Tschüss, du böse Ärztin! Mörder! Tschüss, ihr schlechte Patientin! Mörder! Mörder! Ich bin kein schlechter Patientin! Mörder! 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 Alex, mach dir nix draus! Ich hab vorher nur mitgekriegt... Ja, passt du, aber Amy mach dir nix draus. Ich hab vorher nur mitgekriegt, wie er ins MS kam und dir heult hat. Wie ein kleines Mädchen. Ich hab gar nicht geholt! Ich bin knallhart! Weil er einen Fahrradunfall hatte. Knallhart ist der! Ich bin knallhart! Die Leitstelle rausgegeben. Warum bin ich böse? Du wolltest mich töten! Nein, das stimmt doch gar nicht! Du, ich hab ihn nur gesehen! Nein! Mit meinem Ohr! Ich wollte... was? Einander! Du hast ihn schon verstanden! Wir sollten ja das Lady... Und außerdem hat Leo dich ganz, ganz nett gefragt! Und du hast ihn ignoriert! Wer ist Leo? Das bin ich! Der herz meiner Linken! Achso! Der gut aussehende! Ja! Achso! Ansichtssache! Die Lady heißt also Leo! Ich hab gesagt, der herz meiner Linken! Ganz schön frisch für ihr aussehen! Ja! Ich dachte, du hast ein Medizinstudium! Ja! Was soll das denn jetzt? Warum freutest du hier jeden? Das ist der Suspekt, was du machst! Und ich sag, dass die Lady besser aussieht als du? Ja! Mila, küss dich! Du stimmst mir also nicht zu? Mila, nimm die mit dem Arm! Ich glaub, wo bist du denn? Doch, Mila ist ein Nette! Okay! Ich hab gesagt, sie ist hübsch, nicht nett! Könnt ihr jetzt rumwachen? Dankeschön! Genau! Sehr gerne! Sehr gerne! Vielen Dankeschön! Gerne, gerne! Macht mal rum! Ich will ihn trinken! Bitte! Und ich mein den Alkohol! Hör auf damit! Nicht knutschen, Alkohol! Bist so doof! Ich find, die Lady passt zu Frank! Meinst du? Ja, Mann! Ich find, die passt eher zu Leo! Aber Frank hat doch eine Freundin! Weil die trägt auch nämlich ein Teilicap wie Leo! Ich riech nach Kokosnuss heute! Falls dir nicht aufgefallen ist! Ah ja! Ich bin nicht hier gelandet, ey! Versace Flame! Eros! Riech das doch Leo! Ist es doch! Da hast du mein Shampoo gekauft? Das ist Eros Nummer 13! Ich glaub, wir brauchen einen Einsatz! Ihr verpasst was! Oh, da kam grad ein Einsatzfunk! Nein, ihr verpasst was! Glaub mir! Wir müssen los! Ja! Ja, die sind da! Komm! Verlass mich nicht! Oh! Tag, Tom! Ähm! Die müssen eigentlich jeden Moment herkommen! Chat, ein bisschen kann ich hören, aber dann muss ich mich unten leider! Die finden keine Verspätung schick! Die sind mit Limousinen unterwegs! Mach nen ganz großen Auftritt! Haben sie zufälligerweise Mr. Bean gesehen? Der hat mich beklaut! Wie Mr. Bean? Wie? Der hat mir einfach ne Klarung im Kopf gehalten! Was hat er gesagt, Teddy? Nein, der hat irgendwie so gesagt, schmäh, 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 schmäh! Ich weiß aber nicht, was der meint! Keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Wir wollen gucken, dass der Anwalt wird! Der wird Anwalt! Ja! Team ist die Klammer nicht, oder? Ich müde komplett in der Nucke! Dann kann er keine Ahnung sein! Nur ein bisschen! Wenn der was wird! Wenn der so böse Sachen macht, oder? Ach! Wieder einfach das Kuro! Da sind die! Da sind die! Ja, richtig so! Man könnte hier sonst nichts! Привет, Genossen! Привет! Hallo! Wie? 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 Ich bin hier! Warum habt ihr so einen... ...zack auf dem Kopf? hier du schwein warum hast du uns gerufen? deine Freunde sind da oder? deine Slaven und die Rühe wollten mich kennenlernen, die sind aus Russland oh kein, ich sag dich hey ich sag russisch mann vom Welt steinhart russische Ocke machen deine Karte auf steinreich zeig mir die russische Ocke ich sitze lieber, ich bin zu alt dafür hui blöd, hui blöd du musst du gut sein geh weiter geh, 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 geh geh, geh, geh geh, 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 geh geh, 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 geh komm, geh, geh, geh kommt dir aufs Scheinhaus? wir, nein was? ich glaube, der muss kurz weg ich glaube, er hat besorgt was zu trinken ja, der besorgt richtiges Stoff hier nicht, du hast mehr gesagt, was du hier bekommst hier ja, da, 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 da ich glaube, ich weiß, was ordentliches zu trinken hier mach dir jetzt die ganze Zeit Russen, Hocke? ja, tut das nicht weh? was denkst du denn? tut mich weh warum spuck dir? geh, 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 geh ja, ja was gibst du zu lachen, Blit? ich kann das nicht geh mal eine Cola? wie ist Sonnenblume schön gießen, essen Sonnenblume? ja, auch hier nicht Sonnenblume es gibt dir mal was ordentliches zu trinken hier da, komm mal her, wir testen mal, ob ihr echt die Russen seid ok natürlich, Brata ja, wir kennen echt viele folgende Leute das war kräftig, aber das war kräftiger Rübsamila ich bin stolz auf dich sieben von zählen wie sieben von zehn, warum nur sieben von zehn? ja, weil die hat schon ordentlich meinen rausgedöhnert da hat er bei uns geklungen wie eine Kirche ok die, die probieren sich jetzt gerade an drei Flaschen Juri-Spezial ja, schlafen sie eh nicht die geben vorher auf, 100% komm her, ich steh siehste da siehste da ich weißte ich bin einmal an der Flasche und dann ist schon hier ich hab's Problem was ist mit euch? ja, wo ich von den Sturven du mein Eier ist gut ja das äh hab ich dir da die, die das sagen, mit fünf Streifen ja sag mal was was kräft das pfff 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 sag mal, wie redest du mit mir? wie redest du? man könnte jetzt einen Holländer hinstellen und er füllt den Unterricht weg, komm eben jetzt was machen die? pfff pfff ey, ich will nicht wieder zum Matic, Digga ich hab gar keinen Erfolg drauf sieht interessant aus warum schlagen die sich wie zu Hause, Schlapper, wie zu Hause pfff 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 Johnnyslaw macht das Ding pfff 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 pff sind die Bauschien nacheimert so? das ist Begrüßung pfff 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 morgens auf Arbeit, dass man Fress einschlagen pfff pfff vielleicht ist der noch der Rotke nicht so ganz bekommen und das muss ich jetzt nicht oh der eine humpelt oh der ist da besoffen pff die Wiesssimmich genau obviously wo ist der der Unterschied? das sind deutsche Gen´en, das sehe ich doch pff Paul, Bo någotelis oh, jetzt sie russlen, jetzt sie russlen ooooh das scheppern jetzt richtig so PFO Ich kenne Cody so gar nicht. Der ist ja richtig schnell. Ich setze ihn tausend auf die Russen. Nein, nein, die haben zu sein geschickt. Ach Quatsch. Die sind hart im Leben. Die kommen wohl rein, Bruder, das geht. Ich habe noch eine Rechnung mit Cody offen, du Arsch. Na und? Lass die doch tun, tu. Ach, dann haut die Stahle gegen solche Fressen ein. Okay, tu und so, lass ich durch. Ja, ich glaube, wie man zeigt, die Zeit zu rufen, ne? Na, was meint ihr? Schlafen die noch ein Wort? Nichts, gell? Njep. Nach drei Jahren Spezial, du schaffst nichts mehr. Ja, deswegen müssen sie eigentlich noch ein bisschen. Braucht der eine sich neben beiden Joints? Beide. Okay, die gehen nicht dran. Nee, gar nicht. Wie viele liegen? Ja, gut, die haben sich doch beide eine halbe Stunde vorher auf den Fressen genommen, ne? Okay, ja, man. Oder ich bin kein. Bei den Kuppers geht keiner ran. Soll ich Fischer anrufe? Die sehen wahrscheinlich, dass du anruft. Nur Fischer anrufe. Ich muss nur mal blockieren, die auch schon. Welche interessiert das garantiert? Naja, du kannst doch deinen Landsleuten nicht verraten. Die kommen im Knast. Ja, wir sind sie doch gewohnt wie zu Hause. Aber herr, ich sauber fühlt man sich wie zu Hause wieder. Fühlt nur der Schnee. Okay, okay, okay. Okay, ist das denn getanzt? Oh. Jetzt kannst du, Beatty. Jetzt ist auch fair, Beatty. Ja, eigentlich wäre jetzt fair, ne? Die haben sich einfach eingemischt, obwohl die beiden schon richtig um Fresse gehauen haben. Ich dachte, Russen sind hart im Nehmen, Lutscher. Das ist doch immer noch Simitschki, ist kein Problem. Woher ist denn hier? Gut, dich erst mal aus auf den Bahngleisen. Kein Problem, Blatt. Du fährst immer noch die Dinger? Natürlich. Wo ist das Problem? Klär mir. Wie viel hast du denn davon gehamstert in deine Banken? Ich bin rausgeblärt, ich hab ganze Packung. Dann rutsch ich erstmal aus. Scheiße, scheiß Korn in mein Auge geflogen, blärt. Puste mal weg, blärt, mach weg. Dankeschön. Ich hab mehr von meinem Bruder kassiert als von denen. Komm, pass mal auf, wenn ich aufstehe. Mr. Russland ist alles wieder okay. Ich will nicht kämpfen. Ich hab meine Kraft nicht unter Kontrolle. Hör mal. Hm? Du kennst Johnny. Ja. Er hat mir Auftrag gegeben. Was denn? Ich soll dir was sagen. Was denn? Er hat gehört, du hast eine Beziehung zu Russe. Ja. Sein Name ist Russland. Ja. Du sollst ihn ansprechen. Und sollst Spiritus besorgen. Okay. Okay. Mach das. Wie viel? Mach das. Mach das. So viel wie geht. Okay. Pfff. Der Typ liegt da auf dem Boden und frisst weiter seinen komischen Cimici. Seine was? Ja, seine Sonnenblumenkerle. Ja. Der spuckt halt rum. Aber da vorne wird wieder... Er legt in seinem einen Schnodder drin. Da vorne wird wiedergekämpft. Ich guck mal. Oh. Da ruhen sie sich aus, der Herr. Ja. Ja. Bisschen. Die macht hier nur Stress. Du hast die Russen-Mafia verärgert, ne? Ja. Die wollen den Laden zu machen. Die prügeln nicht einfach bei uns vor dem Laden. Das ist die Russen-Mafia. Die Russen-Mafia? Ja. Was prügeln die sich denn da? Keine Ahnung. Ah. Ah. Das war Güfislav und... Güfitri und Jonaslav. Na denn? Die wollen jetzt ein Mololo-Cocktail in den Laden werfen. Der Mololo-Cocktail. Ja, ich zahl Schutzgeld bei den Raupen. Dann machen die die kaputt. Das stimmt, die Raupen sind... Die Raupen gibt's nicht mehr. Was gibt's nicht mehr? Dreckiger Verräter, Schweinehunde. Die sind im Urlaub. Die sind im Urlaub. Die sind im Urlaub. Du kriegst Blood out. Genau. Komm, Mila. Wir halten Händchen und Geln. Ja. Scheiß Beatty. Die machen nur Urlaub. Die sind nicht im Weger. Wir sind doch an der Kamerlose. An der Kaffer, Urlaub, ihr Idioten. Es fängt Urlaub. Ach komm. Ach komm. Ach, puf selber. Ach komm, nö. Komm, wir schmeißen den in den Mülltonnen, das ist bei dem Fünfklässler. Ja. 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 Kurze, wir haben schon mit noch einen Termin. Okay. Bissens ist witzig. Krasst du die gleich von der Straße auf? Ja, die ruhen sich nur ein bisschen aus, die sind betrunken. Ja, gib dir noch einen Wuppe. Nein, die haben genug. Ach, einer geht noch. Ach, einer geht noch. Ein, ein Graswodka geht noch. Einer ist keiner. Wer ist der, genau? Was? Einer ist keiner. Christel nur. Was? Der hat den einen. Willst du den doch? M-m-m. Hat dem Kuh den Ding gehauen? Beatty hat den Verkloppt. M-m. Du Reinschwitze. Wir machen jetzt jeden Tag einen Kampf, ist mir scheißegal. Von mir aus. Bis ich hier draufhabe. Ja, ja, er kann lange laufen. Und Westy dankeschön für den Prime-Reinstanz. Wie kann man denn so boxen? Unser Kani dankeschön für den siebten Monat. Technik. Ja, Technik. Ich hab gesehen mit deinem, 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 wie du dich bewegt hast. Wie so ne alte Gazelle. Wie du dich bewegst in dem Outlet. Hammer. Einzigartig. Unglaublich. Hammer. Ich weiß, dass du übertrieben. Hammer bist. Wir müssen leider weiter. Ja, du willst ja auch am liebsten abhauen. Hammer. Ja, du bist Hammer. Wir telefonieren. Juri, wie ist Hammer? Juri, wie sagt man hier? Ja, 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 ja. Hau rein, Alter. Hau rein, Alter. Wie ist das? Was sagt man? Hau rein, Alter? Ja. Oder was sagt man hier? Ja, hau rein, Alter. Hau rein, Alter. Ja. Lass doch nicht anquatschen. Alter. Was? Anquatschen? Ja, lasst euch nicht anquatschen. Ja, lasst euch nicht anquatschen. Ihr könnt auch sagen Tudelü. Das sagt man auch. Hau rein, Alter. Oder Tudelü. Tudelü? 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 Ich übe ein bisschen. Ich schaffe es, ich glaube an dich. Das schaffe ich nicht. Ich sag einfach durch wie Daniel. Hau rein, Alter. Ist das Russisch? Was heißt Lass-Rudel, ne? Lass-Lass-Lass-Annie. Der hat seine Lass-Annie verloren. Ich geh heuer jetzt. Ja, aber halt nur, ich geh zur Show. Okay. Habt ihr schon einen Arzt gerufen? Boah, ihr habt echt coole Caps an, Brüder. Ja, man. Ja, Leo. Du aber auch. Und John. Du auch. Ich bin der Redner-Sterne. Ich bestell mir noch so einer als Snap-Bag. Oh ja. Boah, und ich werd mir auf jeden Fall einen Hoodie holen mit einem Long-Sleeve runter. Auf jeden Fall. Und ich glaub vielleicht ne Baggy, die ein bisschen in Ruhe hängt so. Und ein paar Deezys. Oh ja, ich hab da ne gute gefunden im Laden. So Salgy-Pants sind schon ziemlich cool, ja. Da bin ich hier rein. Aber ich weiß nicht, ob ich mir da Bandana reinstecken soll oder ob ich ohne machen soll. Bandana hinten in den Hosen rein. Auf jeden. Meinst du? Na klar. Hier muss ich gucken. Mhm, ich auch. Oh oh. Guck was. Scheiße. Das gibt Stress. Oh, ich glaub der ist der Fisch-Fisch. In dem bin ich vorhin den ganzen Vorberg gefahren. Der war heute voll nett. Der kam, hat mir seine Nummer gegeben, hat gesagt, wenn irgendwas ist, muss ich dich anrufen. Oha. Mhm. Ah ja. Was redet der so laut? Scheiße, wollt ihr noch Zinkepäckchen? Ja, same. Oh, Augen zu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hast du gehört, was der gesagt hat? Ja. John, kannst du dreimal um den Laden laufen? Ja. Ha 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 ha. Mila, bist du, ist das dein Mumpel vorne? Ja. Boah, zum Glück muss ich nicht laufen. Hast du den Sohn in der Hand? Ah, Jun. Der Fischer macht Ärger. Du musst helfen. Wo? Ja, vorne. Der sagt, unterlassene Hilfeleistung, weil wir nicht geholfen haben. Und warum wir nicht direkt angerufen haben. Der ist sauer. Wo gibt's die Ärger? Durch ein Rippe, oder was? Was? Die sind nicht schwer verletzt. Sie ruhen sich nur aus. Wie, die ruhen sich nur aus? Ja, die haben gepugelt. Der frisst doch die ganze Zeit. Hör doch mal, der frisst die ganze Zeit Zinke. Der chillt den nur. Der schreit immer. Der ist gemein. Nein, der schreit nicht mehr. Okay, also keine angeschossen oder sonst was. Ich weiß ja nicht, was hier abgeht. Ja, tu doch nicht. Warum liegen sie hier auf der Straße? Haben sie sich gefetzt, oder was? Mh, mit Koldi. Wo ist er? Die kommen auf den Parkplatz. Die kommen auf den Parkplatz. Ja, die kommen auf den Parkplatz. Habt ihr das gesehen? Wir haben alle Pferdemaske an im Auto. Ui. Haben die? Die hatten alle Pferdemaske an. Komischer Fetisch. Da können wir zu Hause so ein Simic gehaben, oder? Kein Problem. Furzen sie die ganze Zeit, oder was ist das? Nein, das ist Sonnenblumenkerl, das ist Russe. Ach so. Und dann spuckt er halt die Schale mal weg. Gut, für Kaut. Für Gesundheit sehr schön. Ja, dann erst mal weiter. Natürlich. Kein Problem. Kommst du heute nicht, kommst du morgen, kommt Putti morgen. Ja. Kein Problem. Warum habt ihr alle so eine komische Strumpfhosenmaske über den Kopf? Ich sag mal, ich muss mich schützen vor Sonne blät. Sonne. Im Dunkeln. Nachts. Moonschein. Versuch's mal mit der anderen Ausrede. Moonschein. Nein. Pische, Pische, lass wirklich so. Coldies ist der Polen. Kannst fragen. Nimm die erst mal ab, dann. Okay, aber wenn mich keiner sehen kann, ist okay. Komm, wir gehen um die Ecke. Nein. Da gefährdet der Rohr ab. Lass uns mal abnehmen. Gibt's ein Vermummungsgesetz. Und jetzt? Kriegen wir hin. Sehr gut. Und wie gesagt, ihr habt euch hier nur gefetzt, oder? Ja, ja. Mit meinem Bruder hier. Was geht ab, Giffy? Was geht? Die zwei haben sich geprügelt und dann kam Cody und Jiggy noch und haben sich mit denen geprügelt. Verlagert wurden. Kein Problem. Macht die Scheiße bei euch im Garten, oder sonst was. Könnt ihr auch nicht, wenn ihr in die Bahn gekommen wär, oder sonst was. Dann wär's jetzt irgendwie Bumsklumpen im Rollstuhl ohne Bahn. Hier fährt auch eine Bahn. Hab ich noch nie gesehen. Ja, der Polarexpress. Hä, den hab ich gestern geguckt. Oh, den haben wir gestern geschaut. Der war voll gut. Ja. Okay, Blit. Ist alles geregelt? Können wir kapern. Kurz meinen Ausweis, das wär mal nicht schlecht. Ja, komm noch raus, Weißblitzt. Von dem Herrn mit dem blauen? Nee, von dem weinen, den ich hinten hatte. Tschüss, Brianle, und schönes Buffe nennen du? Nee. Schönen guten Schleid in die Buffe. Und danke. Versaust mir ganz scheiße hier, Blitz. Willst du mich verarschen, oder was? Blit, 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 ey. Hey. Auf. Ach, ich will's euch doch, ey. Nicht euer Ernst. Ich hätte dich auch gewundert. Esel, du kommst in meine Bade, du ziehst du, machst du so nass Probleme. Sondern ihr da vorhin die ganze Zeit da hinten auf der Kreuzung? Hä? Sondern ihr da vorhin die ganze Zeit auf der Kreuzung? Nee, wir kommen vom Northside. John, was mit Schlüsselbund? Ah, das ist nicht einer. Davon, Johnis Love, komm. BALDIN! BALDIN! Ja, okay. Warte, trotzdem gucke ich jetzt mal nachher, True Love. Ich hab meine Wechselklamotten nicht mit. Oh, oh. Ach, das sagt mir ja auch noch was. Ja, hier bei den Schlüsselbund. Aber dafür, dass das hier ganz gefährlich ist wegen der U-Bahn, ne? Stehen wir aber schon lange hier. Ja. Der kommt auch immer nur alle paar Stunden, alle zwei Tage. Ist ja klar, dass du mehr Akteneinkrieger als im Hochhaus hast, aber es ist ja alles geschlossen, alles gut. Ja, kloppt euch halt aufm Parkplatz oder so, aber nicht auf der Straße. Okay. Ja. Warum? Wollen wir das auch haben? Nein. Ich will den nicht. Und auch nur eine Sommelungkeller will er dir haben. Das selber haben. Brauchst du andere Sachen? Ich kann alles besorgen. Was denn? Alles. Auch Drogen? Nur, nur auf Rezept. Und nur Legale. Was für eine Legale. Ich krieg jetzt meine Gärfe. Du kriegst deine Gärfe jetzt? Ja. Mal schauen, ob der dann immer noch eine Enttäuschung ist. Geiles Zogen. Dann die Eukalyptus besorgen. Das ist kein Tierhandel. Nein, aber das ist ein Medikament. Nein, aber das ist ein Medikament. Ich will keine Medikamente. Da kommt doch der Kohl. Der fäbfische Fisch. Fragen wir den doch. Was ist das denn für ein Auto? Ja, alles gut. Nein, der Fisch. Fisch glaubt uns nie. Doch. Nö, der schreit ja auch immer. Nö, der schreit nicht mehr. Schreit doch gerade nicht. Wieso steht ihr alle mitten auf der Straße? Weil die Angabe kommen wegen dir. Wieso wegen mir? Weil du Schlägerang angefangen hast. Ich hab Angst mich hier weg zu bewegen, weil sonst kommt die Straßenbahn noch von einer Seite. Könnt ihr eure Krüppelkeile da auf dem Parkplatz veranstalten oder so? Aber ich möchte mal jetzt kurz was im Raum werfen. Was für den Raum? Wir diskutieren die ganze Zeit, dass ich hier auf den Gleisen lag. Ja, und wir stehen hier. Aber ich stehe auch hier mit dem Polar Express. Komm, dann gewinne ich. Ja, gut. Dann geht mal da. Futter noch mal schlagen. Aber, ne? Komm, jetzt einmal zwei Waren. Alles klar. Viel Spaß noch. Als der Weihnachtsmann kam aber auch immer alle verloren, als er der Weihnachtsmann. Hm? Hast du einen Of? Was hab ich? Am Boden. Nee, der hat's los. Ich kann nicht. Boah, ihr bringt mich so durchhanden. Alter. Komm, toll, du blauen ab. Warte, mein... Achso. Wer hat dich angerufen? Opa Willy. Achso. Der wird jetzt eben abgeholt. Und dann kann der mich wieder enttäuschen. Grrrrrrrrrrrrrrrr. Grrrrrrrrrrrrrrrrrr. Grrrrrrrrrrrrrrrr. Grrrrrrrrrrrrrrrrrr. Tan-tang um die mir. Tan-tang um die ganze Wimmer. Tan-tang. Ganz inna. Da brauch ich mal außen tanzen können. Echt? Du musst deine Hüfte schwingen. Nein, du musst deine Hüfte schwingen. Warte, ich guck mir das weiter ab. Guck mal, zwei Steps. Hüfte schwingen. Okay. Ja, Mann. Ja. Machst du das gut? Ja, voll gut. Fancy. Ui, Memo, guck mal. Zu spät. Moment. Halt die Klappe. Warum kannst du meine Neighbor-Shit? Wir sind von den 360-Nayboard-Killer-Gangsel. Ja, und ich bin von den 015 Growth-Bowlers. Ja. Watch your back, fool. Watch your back, fool. Watch my back, fool. Ja, I wash your back. In the body. I always watch my back. Wash my back. Mit Bürste und so, mit Shampoo. Tag aus dem Bett. Dreh den Zweck aus. Schau gut in den Speedy-Sack-But-Depf. Äh, I get money. Mir auch. Gute Dach, Junges. Dach, Flag, Flag down, man. Das ist der Rüt von der GoPro. Das ist der Rüt von der GoPro. Ja, was? Der Rüt von der GoPro? Ja. Ich hatte meinen hundischen Freund. Der hieß Rüt von der GoPro. Der hat immer Kamera dabei gehabt. Ich hatte meinen Freund. Und der war ziemlich jung. Damit? Wie geht's weiter? Warum tanzen wir? Weil die Musik so geil ist. Also. Schau gut in den Spiegel. Hey, du stehst ja auch wieder. Äh, I'm kidding me. Habt ihr damals auch die Kinder-Serie geguckt? Zählt aus der Drohne? Ja, natürlich. Wir kennen die nicht. Zählt aus der Drohne. Der hat immer das A, B, C gesagt. Aber nur bis C, weil der drauf steht. Ich brauche noch eine Behandlung. Willkommen. Nein, danke. Du kannst gerne mal dranlegen. Ich brauche noch eine Behandlung, danke. Keine Behandlung. Vielen Dank, aber Dankeschön. Wo ist die Graffe? Ja, wo ist der Ronny? Da. Ronny? Wo ist sie denn? Ja, dann zeig mal an die Scheißkaffe. Wo ist sie denn? Willst du mal meine Blutwurst sehen? Äh, ne. Gebe weg. Warte. Was ist das denn für ein Süßen? Hallo. Hallo, ich bin. Ja, dich meine ich nicht. Ich meine der Typ mir mit der Käfig. Das ist der Ronny. Deine Freundin nennt ihn Silberblick. Wo ist Mila? Du bist hier jetzt weggerannt? Wollt ihr ihn in die Stadt Bild sehen? Ja. Das ist die da. Ah, da ist sie ja. Boah, die hat den Fußball geschossen. Habt ihr gesehen? Alter, sicker. Wir müssen noch überfahren. Halbe zu Basis Zor. Okay. Ähm, ich würde dann testen. Ja, bitte. Nur zu. Ich warte, ne? Ja. Und ich warte nicht lang. Jungs, ich fahr nach Hause, ne? Haut rein. Handy, tue es. Ja, gute Nacht. Auf Skateboard wieder. Perfekt. Und wenn mich das nicht glücklich macht, ne? Das macht dich glücklich. Dann weinen. Und wenn die weint, dann verkloppe ich dich. Ey, zeig's mir dein Boy. Wo auch immer ist. Hast du gerade Boy zu mir gesagt? Was bist denn du für ein Ressist? Oh, das sieht fancy aus. Zeig mir, Mila. Er wollte, dass es schwarz ist. Und du wolltest es gelb. Aber eigentlich sollten nur die Felgen schwarz sein. Ey, der hat einen V8-Motor. Zeig mir, zeig mir, zeig mir, zeig mir. Ja, warte, warte, warte. Zeig mir. Ja, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hier, bitte. Hast du's? Hast du schon? Was? Was? Dem gefällt's. Hey, das sieht echt cool aus. Das ist ein komischer Giraffe. Ja, das ist eine Giraffe mit langer blauer Zunge, weil die sehen so aus. Die Giraffe ist schwarz. Nein, der hat sogar einen V8-Biturbo. Der hat einen V8-Biturbo-Motor. Okay, du bist nicht mehr so eine große Enttäuschung. Aber eine Sache noch. Der Speer ist leider beim Mahlen abgebrochen. Deswegen ist es ein Kurzspeer. Ist okay. Das ist nicht schlimm, ich habe auch nur einen kurzen Speer. Der ist auch nur so dünn. Komm, ich bin ein Mude. Ja, okay. Guten Abend. Guten Abend. Du bist doch ein Guter. Danke, du bist auch cool. Flachwichser. Aber es ist halt immer noch keine Hälfte, ne? Ja. Lass es hängen. Haut rein, nun. Tschö. Warte vorsichtig, ne? Tschö. Fress den Duplo. Hier. Tschö, sen. Boah, die Giraffe war gut, ne? Ja, aber es ist immer noch keine echte Giraffe. Und darum ist er immer noch eine halbe Enttäuschung. Aber der Juri besorgt eine echte Giraffe. Echt? Hast du das gehört, Freunde? Macht der wirklich nicht, dass der auch noch eine Enttäuschung wird. Ab in den Heuerbuff. Heuerbuff. Wo ist denn der Stirling? Weiß nicht. Bestimmt wieder eine, die hat geschleppt. Heuerbettchen. Gute Nacht, Türa. Gute Nacht, Türa. Schafgut. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich entscheide, wer gehostet wird. Das gibt immer sonst nur Drama. Dann heißt es, warum wird ich nicht gehostet? Warum wird ich nicht? Warum wird ich nicht? Du, 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 du. Lass mich gucken. Wenn es den hat, wir können mal zum Teil eine gute Besserung wünschen. Fischer ist einfach nicht Fischer, wenn er nicht rumschreit Und man hört an seinen Stimmen, dass er nur känglich ist Machen wir so, okay? Äh, Chris, tein Dankeschön für die Weasel im dritten Was ist braun und lässt sich schwer schlucken Eine Giraffe Ist aber nicht braun, ist gelb Geh ab, ist gelb Und Shorty, danke für den Prime 14 und heiz zurück Ja, Ferris können wir auch mal machen, ich halte Ähm Was sind wir da machen? Ich mach schon mal Raid, Pommes Sag das zum Teil, ne, gute Besserung und so Gib den mal ein Tinkerbettchen, dann wird der schneller gesund Ich bedanke mich für heute, vielen lieben Dank für alles Für unglaubliche Liebe, für den Support, für alles Ich hoffe, es hat Spaß gemacht Ich hab vorhin schon befürchtet, fuck, heute geht nix, Alter Aber Ging echt nix, aber war trotzdem gut Wunderschöne gute Nacht, benimmt euch Seid lieb, wir sehen uns Donnerstag erst wieder, ne Dienstag, Mittwoch ist immer Immer frei, immer Und folgt Twitter Und kommt in Discord rein Da wird auch immer ein bisschen gechattet und so Dann kriegt ihr mal alles mit, wenn ihr Bock drauf habt Okay? Tschüss Und schlafen alle gut Küssi, küssi Dankeschön, Alpino Tudelü Tudelü Wünsch euch auch ein schönes, eine schöne Woche Und benimmt euch Und benimmt euch Ja, ihr habt es frei, ihr könnt Ruhe Tudelü 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 Tschüss Und wenn die Gang Raid machen, müsst ihr dagegen ankommen Das ist wichtig Tschüss Tudelü 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 Tudelü